Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Dass wir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Swerison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit David Berger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kicknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Nicht ganz live, aber aus dem VfB-Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky und neben mir sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian! Schönen guten Abend, ihr zwei! Wir dürfen nämlich heute einen Gast begrüßen, den ihr natürlich alle kennt. Ein Mann, der dem VfB Stuttgart wieder ein Gesicht verliehen hat und zusammen mit Thomas Hitzesberger, ja, ich würde schon sagen, im sportlichen Bereich auch die DNA zurückgegeben hat. Wir freuen uns sehr, den Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Missenthardt, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Sven! Hallo, freut mich sehr. Danke, dass ich hier sein darf und danke für das riesen Kompliment zu Beginn. Verdient. Bevor wir gleich in medias res gehen, möchte ich mich natürlich wie immer bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern für die zahlreiche Unterstützung, muss man fast schon sagen, bedanken. Vielen lieben Dank für die Spenden, danke Johannes und Uwe und natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 129 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Aber Sebastian, wir haben drei dazugewonnen. Ja, die Talsohle ist durchschritten. Jetzt geht es nur noch aufwärts. Jetzt geht es nur noch nach oben. Stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal Matthias raus. Matthias ist seit Dezember 2020 dabei. Danke für die großzügige Unterstützung und ein besonderer Dank geht heute raus an Markus und an Daniel. Danke für euren Support und bei Daniel, Sebastian, bin ich mir nicht sicher, ob das wieder so ein Fall war mit Komma falsch gesetzt. Komma falsch gesetzt oder betrefft, bitte sagt sich meiner Frau. Vielen, vielen Dank. Unglaublich. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Unglaublich. Gestern beim Trainingsauftakt gelang es nur einem Mann, Sven Mischentat, die Show zu stehlen und das völlig zu Recht, muss man sagen. Und auch bei uns wird dem Sportdirektor der Zeugwart thematisch vorgezogen. Wir sagen, lieber Moischi, herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Es ist wirklich, muss man so sagen, der beste Zeugwart der Bundesliga, den es so gibt. Absolut. Ja, Champions-League-Niveau, muss man so sagen. Deine Anekdote, die du über Moischi erzählen möchtest, Sebastian, gibt es da eine? Hast du mal was erlebt? Hat er dich mal zusammengeschissen, weil du irgendwie dich am Trainingsplatz falsch verhalten hast? Mich hat er ja mal zusammengeschissen, habe ich dir ja mal gesagt. Ich würde sowas ja nie machen. Aber nee, habe ich tatsächlich nichts zu erzählen. Ich habe mal einen Ball nicht zurückgeschossen, als er im Publikum landete. Das war 1999 oder so. Oder 1998. Also es war auf jeden Fall Ende der 90er. Und ich war beim Training, Rolf Ringer war Trainer. Und Rolf Ringer war sowieso ein cooler Trainer, habe ich erst im Nachhinein richtig zu schätzen gewusst. Und die haben, wie gesagt, so ein bisschen rumgekickt. Der Ball landete beim Publikum und ich dachte mir, Mensch, den Ball, den staubst du jetzt ab. Und dann kam der Moischi. Brandte aber. Das darfst du nicht machen. Na ja, gut, jetzt kaufe ich mir die Bälle selber. Passt auch. Hier zu dir, Sven. Du hast in den letzten Wochen, ich sage mal, von dieser anstrengenden Saison dich ein bisschen erholen können. Hast du das Finale Furioso auch so ein Stück weit schon ablegen können? Also ich glaube, das legt man gar nicht mehr ab. Meines Erachtens hat das Niveau, dass es durchaus Eingang in das Intro dieser Sendung finden dürfte. Ito auf Legendo wird sicherlich noch ganz gut passen. Ich bin ja schon ein paar Jahre im Fußball dabei. Ich habe auch das Glück gehabt, mit Borussia Dortmund zum Beispiel das Double zu gewinnen 2012. Da war ich nicht nur Chefscout, sondern auch Halbzeitanalyst. Halt sehr, sehr eng an der Mannschaft und damit auch in der Kabine. Mit einem sehr furiosen Sieg gegen Bayern München. Zwei Kagawa-Toren. Das war schon ziemlich cool. Aber ich muss sagen, was die Emotionen angeht, war der Moment, wo wir das 2-1 machen. Leider dann noch mit einer gefühlt 25-minütigen Nachspielzeit war was ganz, ganz Besonderes. Und selbst jetzt seht ihr gerade die Jahre wieder hoch. Das war ein sehr spezieller Moment. Und obwohl ich auch schon was gewonnen habe im Fußball, nicht ich persönlich, aber teilhaben durfte daran, der Emotionalste, den ich erleben durfte. Und ich glaube auch nicht, dass das nochmal zu toppen ist. Wie hast du allgemein den Tag in Erinnerung behalten? Also fangen wir mal an vor Anpfiff, die Stunden. Wie aufgeregt warst du? Wie viel Hoffnung hattest du noch vor dem Spiel? Dann der Spielverlauf an sich. Natürlich die Ereignisse in Dortmund. Ausgerechnet Dortmund, muss man sagen. Deine Heimat. Also das ist halt auch wieder Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und ich stelle gleich noch eine Frage, dann kannst du ausgiebig antworten. Und was hast du dann gedacht, als Oma Mamouche in der 92. Minute, die wahrscheinlich letzte Ecke ausgeführt hat, von der linken Seite die Stutzen nochmal zurechtgezogen hat? Ich kann mich noch genauer erinnern, zwei Schritte Anlauf genommen hat und dann, ich meine, mit rechts den Ball Richtung Strafraum geballert hat, möchte ich mal schon sagen. Also ich finde, dass die gesamte Geschichte dieses Spiels schon viel früher losging. Und zwar eigentlich mit dem Spiel von Mainz bei Hertha. Mir ist das das erste Mal aufgefallen, dass ich erst dachte, Magath macht super, stachelt die Bayern an, gegen uns richtig Gas zu geben nach der Niederlage gegen Mainz. Und dann fiel mir auf, ja, Moment mal, die spielen gegen Mainz am nächsten Wochenende. Und ich glaube, im Interview von Bo Svensson vorm Spiel hat man schon gesehen, wir haben das fast alle geguckt, wir waren ja in München schon, hat man gemerkt, die haben eine Riesenkrawatte und die wollen das Ding unbedingt gewinnen. Und denen zeigen, dass es nicht Zufall war, dass sie Bayern München schlugen. Und in dem Moment, wo eben der Siegtreffer ja auch relativ spät fiel, ging so ein gesamter Ruck eigentlich durch den Essensraum. Wir haben fast alle zusammen dort gesessen und das Spiel gesehen und jeder hat wieder verstanden, dass es möglich ist. Mit der Konstellation, wenn wir selbst unsere Hausaufgaben erledigen in München am letzten Spieltag gegen Köln, eben mit vier Punkten mindestens, haben wir fest daran geglaubt, dass es eben möglich ist. Und ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, aber ihr könnt meine Familie gerne irgendwann fragen, wenn ihr sie seht, war es so, dass ich den Samstagmorgen genau so eigentlich aufgestanden bin. Ich habe relativ relaxed, war recht warm auf der Terrasse gesessen morgens, habe einen Kaffee getrunken und war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass wir gewinnen und Dortmund eben auch seinen Job erledigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es mir in der 85. ging, als beide Spielstände noch mehr oder weniger 1-1 waren, aber spätestens mit dem 2-1 von Dortmund kam das komplett zurück. Und auch diese gesamte Energie, die auch durchs Stadion dann ging, ja mit dem Bekanntwerden des Ergebnisses, war ja auch nochmal Wahnsinn, was das nochmal freigesetzt hat. Da dachte ich eigentlich, komm, das Ding muss fallen. Wir haben so viel aufs Karma-Konto eingezahlt in diesem Jahr, auf alte Werte und Traditionen und Zusammenhalt vor allem zu setzen und das mal durchzustehen und nicht diesen klassischen Mechanismen des Fußballs zu folgen, Trainer rauszuschmeißen, sondern einfach mal wirklich komplett zusammenzuhalten. Und die Fans haben das komplett gespürt und eigentlich auch fast uns die gesamte Zeit, eigentlich die gesamte Zeit mit einer kleinen Ausnahme härter, aber völlig verständlich, uns das in jedem Spiel zurückgegeben haben. Und irgendwie fand ich, war ja, Karma-Konto eingezahlt und zurückbekommen und ja, was dann passierte, das war da, das war schon überragend. Ich bin Gott sei Dank, darf ich heute sagen, nicht rechtzeitig vor dem Platzsturm aus dem Mittelkreis wieder Richtung Kabine gezogen, weil das, was da an Energie zurückgeflossen ist, also das war unfassbar schön, würde ich euch sagen. Aber ich höre da auch raus, du hattest dann zwischendurch auch mal so eine kurze Phase, wo du auch schon eher Richtung Relegation gedacht hast, als Richtung direkter Klassenerhalt, also nach dem Spiel in München, wo Flo Müller überragend hält. Du sagst nach dem Spiel dann, der hat sich in der ganzen Saison noch keinen selbst reingeworfen und genau gegen Köln macht er dann eigentlich genau das. Und ich saß da dann auf dem Rang und dachte, okay, das ist die Relegation eigentlich, weil du hast gemerkt, das macht das mit dem Stadion. Das hat das Publikum so ein Stück weit gebrochen und da haben, glaube ich, nicht mehr so viele Leute daran gedacht, dass noch was geht. Und dann kommt Dortmund, macht das Tor und dann schwappt diese Welle durchs Stadion und dann merkst du wieder, es geht was. Aber es gab diese, ich nenne es mal, toten zehn, zwölf Minuten, wo du dachtest, okay, das war es jetzt halt einfach. Ja, wobei wir hatten schon auch noch ein, zwei Situationen, die ja auch Torgefahr schon bedeuteten. Aber ich finde, dieses gesamte Spiel ist eigentlich fast so ein bisschen Blaupause für, auch für unsere Saison, dass wir, obwohl wir sehr, sehr gut gespielt haben, ich glaube, wir hätten zur Halbzeit, ich sag mal, mindestens 3-0 führen müssen, wir uns oft nicht selbst belohnt haben. Also gerade so hinten raus, wo wieder alle Mann dabei waren und wir wieder im besseren Rhythmus waren und auch im besseren athletischen Zustand wieder waren, haben die Tore nicht gemacht, kriegen eigentlich mit einer, nicht nur Flo, den hält er normalerweise fest, aber kriegen es auch nicht verteidigt, nachdem Erik eingewechselt war, kriegt er nicht die Flanke verteidigt, sind nicht ganz eng dran und dann passiert eben dieses Tor. Und dann kommt aber das Entscheidende, was eben auch meines Erachtens sinnbildlich ist, dass die Mannschaft eine Mannschaft ist und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hat über die drei Jahre, sind ja ziemlich viele, schon sehr lange auch dabei eigentlich seit der Zweitligasaison. Also und dann ausgerechnet im positiven Sinne unser Kapitän eben, Vataro Ende und dann noch auf diese Art und Weise, das war ja entweder Kopfballtor oder, böse haben wir gesagt, Kieferbruch, war ja auch möglich, in der Flughöhe dieses Tor mit so einer Willenskraft zu machen und dann eben auch Flo zu helfen, dass er eben nicht ein Makel einer Relegation und vielleicht eines möglichen Abstiegs, weil in der Relegation ist leider immer alles möglich, überhaupt mit sich tragen kann. Und das hätte Flo überhaupt nicht verdient gehabt und umso schöner, dass es gerade Vataro war, der so sinnbildlich eigentlich für Zusammenhalt und Spirit steht, dann eben genau das Ding für uns reinmacht und uns erlöst und uns belohnt für das, was wir eben auch getan haben, nämlich sehr, sehr eng zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Und ich denke auch ein Stück weit die Fans belohnt. Du hast gesagt, es gab nie Trainer-Rausrufe, es gab nach dem Spiel in Berlin Unmut. Ich finde zu Recht, weil die Leistung einfach wirklich richtig schlecht war, aber das war dann auch wirklich eine Kritik an der Leistung der Spieler und nicht an dem ganzen Konstrukt, an dem ganzen VfB. Und ich finde auch die Fans, die Kurve hat sich verdient. Also wir hatten gegen Gladbach und gegen Augsburg so ein paar schon ekstatische Momente, aber das gegen Köln hat wirklich alles getoppt und das ist ja irgendwie so das Absurde einer relativ schlechten Saison, dass am Ende halt einen Moment steht, den viele VfB-Fans vermutlich als den schönsten ihres Fan-Daseins dann hinterher bezeichnen werden. Und ich finde, also die Mannschaft hat es verdient, aber auch ein Stück weit die Fans einfach. Man hat ja auch gesehen, wie das die Fans genossen haben und wir auch, also gar keine Frage. Das ist aber genau das, was ich meinte, also dass uns impliziert das. Absolut, ja. Also das war zu jedem Zeitpunkt gefühlt für uns ein Wir. Also nicht die gegen uns und die gegen Söldner und wir ohne die, sondern ich glaube, man hat gemerkt, dass wenn die Mannschaft nicht volle Leistung gebracht hat, dass es ein Thema war, dass sie es auch belastet hat, dass es ihnen eben was bedeutet hat, für diesen Verein auch den Klassenerhalt zu schaffen. Und mich freut das dann sehr, dass es eben in dieser Gemeinschaft, dass die Fans es so sehr verstanden haben, was wir getan haben, eben auch nicht nur belohnt worden sind, sondern uns auch dabei geholfen haben, das erreichen zu können. Du hast vorhin Flo Müller angesprochen und da habe ich mich daran erinnert, dass du in der Podcast-Folge nach diesem Finale, wie ich jetzt bezeichne, gesagt hast, wenn das nicht geklappt hätte mit diesem Tor in der 92. Minute und der VfB hätte Relegation spielen müssen, hätte man Flo Müller nicht ins Tor stellen können, aufgrund des Fehlers. Habe ich gesagt, ja. Nein, ich natürlich nicht. Ich bin überzeugt vom Flo Müller. Wie siehst du es denn, Sven? Hätte das was mit Flo gemacht? Das weißt du nie und ich bin ganz froh, dass das Flo nicht passiert. Aber Flo ist schon in all seinen Anlagen auch cool genug, das wegzustecken, weil die Wahrheit bleibt immer für Torhüter, dass wenn sie eben Fehler machen, sie halt auch meist richtig bestraft werden und nur sehr selten eben nicht bestraft werden. Wenn ein Stürmer dreimal vorbeischiebt, was nichts Schlimmes, also was eigentlich nichts anderes ist, es ist halt die Eins auf der anderen Seite nicht erhöht oder um Eins erhöht, die eben auch einen Fehler hinten ermöglichen würde, redet kaum einer drüber. Also ein Tor gemacht, vier Torschancen, verballert, super Spiel. Und das ist aber das, wo Torhüter mit groß werden und da müssen sie mit klarkommen und Flo kommt damit klar, muss ich mal ganz klar sagen. Und ich glaube auch, dass er das gezeigt hat, weil ja auch phasenweise schon auch bei Spielen, wo er überhaupt keinen auffälligen Fehler oder wo er mal vielleicht nicht den Unhaltbaren gehalten hat, schon sehr in der Kritik stand, meines Erachtens zu Unrecht. Und wir dürfen auch darauf verweisen, dass auch Greg Kobel in seiner ersten Saison nicht der Greg Kobel der zweiten Saison war und auch nicht der Greg Kobel ist, der heute bei Borussia Dortmund ist, sondern das ist eine Entwicklung. Und der Flo ist auch ein ganz junger Torhüter noch, also er ist ja nicht 30. Und der hat auch ein richtig, richtig gutes Potenzial, vor allem auch fußballerisch ein sehr gutes Potenzial. Und das wird er auch weiterentwickeln. Und da ist zum Beispiel auch etwas, wo wir vielleicht im Umkehrschluss oder im Nachgang sagen müssen, hätten wir gewusst, dass er noch eine größere Einarbeitungsphase braucht in die Mannschaft, wäre vielleicht das Richtige gewesen, nicht Olympia zu spielen. Weil auch er ist derjenige, der fast die gesamte Vorbereitung eigentlich dadurch belastet war. Das gilt auch für ein paar andere Spieler durch die Turniere, aber auch der Flo konnte sich nicht komplett einspielen. Und da hat ihm auch Rhythmus gefehlt und das hat er von Beginn an mitgetragen. Und bin sehr froh, dass er dieses Jahr eine volle Vorbereitung hat. Und in der Regel wahrscheinlich auch im Winter, da er nicht bei der WM wahrscheinlich als einer der drei Keeper nominiert wird, dann nochmal eine lange Phase mit der Mannschaft und sehr intensive Arbeit erledigen kann in der Vorbereitungszeit. Da wollte ich gerade nämlich nochmal nachfragen, inwieweit gerade die Olympia-Zeit Flo Müller dann zurückgeworfen hat und was man auch nicht vergessen darf, die Corona-Infektion, mit der er sich, glaube ich, ein bisschen länger rumschlagen musste als vielleicht andere Spieler. Hat das dann auch nochmal so einen, ja, war es ein Rückschritt für ihn, dass er praktisch da nach Olympia dann gleich auch diese Corona-Infektion überstehen musste? Ja, also zwei Themen. Also Asien war schon krass von der Körperlichkeit her. Das hat nicht nur er berichtet, sondern auch die anderen Jungs, die da waren. Selbst war Tahrou, der es kennt. Und das Zweite ist, er war einer derjenigen, der einen Impfdurchbruch hatte und trotzdem es relativ hart erwischt hat. Und da sind schon Themen. Also das darf man nicht wegdiskutieren. Das war bei Atakan ja auch so im ersten Jahr, der auch Corona hatte. Und sehr lange, eigentlich fast drei Monate, jetzt nicht krasse Post-Covid, aber schon mussten wir sehr vorsichtig sein, dass es nicht in eine Herzmuskelentzündung ging, gibt es immer wieder Themen, dass es Jungs schon härter erwischt. Und Flo war einer davon. Ja, ganz klar, also man braucht Rhythmus als Spieler. Rhythmus ist eh ein großes Thema für die gesamte Saisonanalyse, kommen wir wahrscheinlich später auch noch irgendwann zu. Und wenn du den nicht komplett hast, dann ist gerade für einen Torhüter klar, ist nicht komplett im Flow, was ein schönes Wortspiel ist jetzt gerade. Aber so finde ich. Plattsturm müssen wir nochmal ganz kurz thematisieren. Da fand ich es ganz interessant, was Atakan Karasor gesagt hat. Der war ja neulich auch bei so einem YouTube-Format zu Gast. Und der meinte so, er hatte schon so kurz mal Angst, also in dieser Menschentraube irgendwie zu Schaden zu kommen. Ging es dir eh nicht? Nee, ich bin ja ein bisschen stabiler gebaut. Also von daher, der Atta ist ja eher so ein langer Schlags. Und ich bin ja eher ein... Tiefer Schwerpunkt. Böse, tiefer Schwerpunkt. Böse Leute würden sagen, ich bin eher ein Hobbit oder ein Gimli. Konnte man ja auch sehen beim Jubeln, muss man ja auch sagen. Meine Frau hat dich dafür sehr geschätzt. Sie fand es super toll. Sie fand es sehr herausragend. Übrigens, sorry, dass ich unterbreche, aber ich muss es kurz erzählen. Das war das erste Spiel meiner Frau im Stadion. Und sie war komplett geflasht von allem. Das ist natürlich das beste Spiel, um sozusagen einzusteigen. Also solltest du immer mitbringen, wenn es richtig um was geht auf jeden Fall. Sie saß nicht bei mir. Sie kennt mich, deswegen sind sie nicht so gern neben mir. Und ich glaube, es war ja dann auch ganz recht, nachdem sie andere Bilder noch sehen musste. Also ich hatte keine Angst. Nein, ich muss sagen, ich habe es sehr genossen, was die Menschen mir mitgegeben haben. Das hat viel der Energie, die es auch die sechs Monate davor vor allem gekostet hat, echt zurückgegeben in einem Moment. Gab es so einen Moment, nachdem alles vorbei war, dass du nochmal ganz alleine im, ich sage jetzt mal, verwüsteten Stadion warst und das alles nochmal auf dich hast wirken lassen? Ja, als wir dann relativ spät raus durften wieder, das gefühlt zu spät sogar eigentlich, wenn man das so sagen darf, aber hatte sicherlich seine Gründe. Und die Mannschaft nochmal die Ehrenrunde machte mit den Menschen, die noch im Stadion verwalten, habe ich mit einem gemütlichen Bier meinen kleinen Weg so im Mittelkreis beobachtend gemacht. Und ja, das war ein sehr ruhiger und angenehmer Moment der Reflexion. Kann man eigentlich die Schadenshöhe inzwischen schon beziffern und droht vielleicht aufgrund des Platzsturms, ich glaube, heute wurde es öffentlich, ja, noch eine Strafe vom DFB. Ja, ich glaube, das war es wert. Ja, aber war das eine Strafe? Also ich finde, auch in diesem gesamten Komplex, dass wir uns ja auch ein paar belächelt haben dafür, dass wir einen solchen Moment so ausgiebig feiern, gab es einen schönen Spruch, den ich am nächsten Tag gelernt hatte, dass Fußballwunder keine Hierarchie kennen. Und ich glaube, das musste raus. Das war ja auch im Gesamten auch eine Rückkehr, auch aus einer sehr unnormalen Zeit mit Corona, mit allem drum und dran. Das war ja nicht nur das Fußballspiel selbst, sondern auch fast so eine Befreiung von auch ein paar anderen Themen, die man die letzten zwei Jahre ja auch wegatmen musste. Und ich glaube, der Platzsturm war es wert. Ich habe das Foto sehr, sehr cool gefunden mit den Auswechseltafeln, muss ich sagen. Es gab ein paar interessante Themen, was so alles weggetragen, rausgetragen und sonst wie gestohlen wurde. Aber ich glaube, es gibt nicht wirklich einen einzigen beim VfB Stuttgart, der das nur mit einem weinenden Auge sieht, sondern sicherlich auch mit einem lachenden auf der anderen Seite. Ja, Stadion muss ja sowieso teilweise abgerissen werden. Oder dann haben die Fans einfach schon mitgekommen. Die wussten, es ist nicht viel Geld da. Ja, das war jetzt eigentlich nur die Einleitung, denn wir werden heute darüber sprechen, wie es zu diesem dramatischen Saisonausgang kommen konnte. Wir reden mit dir, werden dich ein bisschen besser kennenlernen. Wir werden vielleicht auch lernen zu verstehen, wie du Fußball denkst, was Fußball für dich bedeutet, was gutes Scouting ausmacht. Das habe ich mir vorgenommen, das möchte ich heute rausfinden, wie wichtig gutes Scouting inzwischen geworden ist. Und vielleicht verrätst du uns auch noch was über die Ziele, die du ganz persönlich und für dich mit dem VfB dann auch realisieren möchtest. Lass uns ganz vorne anfangen. Du wurdest am 5. November 1972 in Dortmund geboren, bist in Kamen aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, auch Abitur in Kamen gemacht? Ja. 91, 92? 92. 92. 33-Jähriges dieses Jahr. Und jetzt Funfact für alle Zuhörer da draußen. Ich frage erst mal Sebastian. Ah, der guckt ja schon hier im Sendungsskript. Aber ich hätte dir nicht sagen können, wer ebenfalls am 5.11. geboren wurde. Es gibt drei, also es gibt mehr Fußballer, aber es gibt drei ganz, ganz große Fußballer, die am selben Tag wie du Geburtstag haben. Mindestens mal Uwe Seeler. Richtig, 36. Für mich auch ein überragender Fußballer, auch mit dem ich zusammengearbeitet habe, Patrick Ovomoyela. Ja, genau. Nummer drei wusste ich auch, verdammt. Ich komme nicht drauf. Ein Franzose? Nein. Jean-Pierre Papin. Ah, okay. 1963. Und jetzt kommt einer aus der Neuzeit, dass die Kids auch abgeholt werden. Marco Ferrati. Oh, wunderbar. 92. So, haben wir den auch noch. Kann sich sehen lassen. Leider konnte ich nie so gut kicken, wie die vorgenannten. Du hast dann nach dem Abitur direkt mit dem Studium angefangen bei der Ruhr-Universität in Bochum, oder? Nee, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Also aber einmal aus dem Grunde, dass ich Zivildienst gemacht habe und wäre noch relativ lang in der Zeit. Ich habe aber auch, bevor ich Zivildienst gemacht habe, drei Monate pausiert sozusagen und habe das Gleiche nochmal nach dem Zivildienst gemacht und pausiert nicht im Sinne von, habe nur auf der Couch gelegen, sondern ein bisschen auch Geld verdient und reingeschnuppert und dann angefangen zu studieren an der Ruhr-Universität Bochum. 1994, im Wintersemester begonnen, Lehramt angefangen, aber schon mit dem klaren Ziel Diplom. Ich hatte, das habe ich ja heute sagen, ich habe die Einschreibefrist für den Eignungstest verpasst und konnte aber mit Lehramt anfangen und dann konnte man damals, es war noch ein bisschen, Diplomstudiengang Sport war noch ein bisschen anarchischer als heute, nicht so durchstrukturiert, konnte man halt mit Lehramt anfangen, die Scheine schon auf Diplom machen, habe dann ein halbes Jahr später den Eignungstest nachgeholt und hatte so keine Zeit verloren und habe dann relativ scharf, strikt studiert ein paar Jahre und dann habe ich schon angefangen zu arbeiten 2000 und habe dann eigentlich erst abgeschlossen 2011 mit der Diplomarbeit, die ich aber wirklich dann, glaube ich, sechs Jahre vor mir hergeschoben habe, weil ich immer dachte, im Fußball fliegst du die irgendwann raus und dann kannst du die in Ruhe schreiben, aber das ist Gott sei Dank nie passiert, hat dann ein bisschen Stress verursacht, weil ich habe die Diplomarbeit dann in zehn Wochen geschrieben, wo man eigentlich sechs Monate für Zeit hat, habe das mitbekommen beim Fußballlehrer, dass eben von Diploma auf Master und Batch Studiengänge umgestellt wird und den Abschluss wollte ich dann doch noch mitnehmen, unabhängig davon, ob ich ihn jemals brauchen werde oder nicht, fand das sonst so unvollendet, das passt dann jetzt auch nicht zu mir. Das heißt, du bist Diplom-Sportlehrer? Diplom-Sportlehrer und die zweite anerkannte staatliche Ausbildung ist der Fußballlehrer, die ja auch tatsächlich einen Ausbildungszweig darstellt. Nebenbei hast du noch bis zum 32. Lebensjahr gekickt? Ich habe ja das richtig, ich habe eigentlich bis zur Geburt meiner ersten Tochter durchgehend gezockt und auch immer, egal welche Liga das war, mit einer Intensität, also nicht die Jungs im Stich gelassen, mit denen ich zu tun hatte, sondern war ein Sechser-Rechtsverteidiger, heute würde man sagen, Right-Wing-Back, weil es ja oft noch ein 3-5-2 war und nicht so oft eine Viererkette. Wenn ich hochgespielt habe, war ich Innenverteidiger, obwohl ich 1,78 war, würde man heute nicht mehr glauben, konnte ich springen und relativ schnell laufen. Wie so ein Endung? Wobei springen konnte man ja sehen noch, das muss man auch sagen. Und ich habe gespielt in Holzwickede Oberliga und beim Lüner SV Oberliga später noch. Während deines Studiums, du hast es gerade schon gesagt, hast du dann zum ersten Mal mit Match-Analysen Kontakt aufgenommen, wenn man das so sagen kann. Aber da ging es nicht um Fußball, sondern um American Football. Korrekt, also die ersten Spielbeobachtungsseminare, Hauptseminare, aber auch Pro-Seminare an der Universität wurden in der Regel in amerikanischen Sportarten durchgeführt, weil es da schon Systematiken gab, auch teilweise schon sehr früh sehr rudimentäre Softwareprogramme oder Tools zumindest, die man schon benutzen konnte. Also wirklich extrem rudimentär, ohne Bilder auch, sondern eigentlich mehr statistisch. Und da habe ich wirklich fast ein Jahr relativ viel im American Football geguckt, angefangen viel über das Spiel zu verstehen, leider fast alles wieder verlernt und dann natürlich an der Uni Analysen darüber gemacht, um aber halt zu lernen, wie eigentlich die Systematiken dahinter funktionieren, wie man die Herangehensweisen eigentlich findet, Zugang findet zu einer Sportart. Was ich dann natürlich irgendwann immer im Kopf hatte, ist zu übertragen, ist ja ganz klar. Und ja, das war der Beginn, das war aber schon, ich sage mal 96, 97. Ah, okay, und dann hast du das Wissen auch benutzt, um zum Beispiel für Bundesliga-Trainer Gegneranalysen zu machen, oder war das deutlich später? Das ist, nee, deutlich später nicht, das begann 2000. Es war so, dass wir, so muss ich ein bisschen weiter ausholen, um mal die ganze Evolution so ein bisschen zu erklären. Scouting-Feed ist aus dieser Gemeinschaft auch entstanden, das, was man heute noch kennt, also die große, die Wide-Ankle-Tactical-Camera. Also den hast du praktisch, den Scouting-Feed hast du praktisch mitentwickelt? Ja, und ich kann euch sagen, mit wem er? Felix Magath war einer, der ging, aber lass uns vorne beginnen. Es war so, dass wir eine Film- und Bildstelle hatten an der Universität, wo wir für den damaligen Handballdozenten, der die Damenhandballer des BVBs trainierte, Gustl Wilke, der leider schon verstorben ist, ein wunderbarer Dozent und Handballtrainer, da spielte Dortmund Europapokale im Handball vor 10.000 Zuschauern mit den Damen in der Westfalenhalle. Und der Gustl benutzte die Film- und Bildstelle, um halt in Europapokalspielen auf, in der Regel waren Ostblock-Mannschaften sehr, sehr stark in der Zeit, darauf vorzubereiten. Und weil man ja eben nicht hinfuhr und mal Spielanalyse machte. Und der war befreundet mit Michael Henke. Und Michael Henke hat natürlich interessiert, wie machst du das, wenn du gegen Mannschaften spielst, die du gar nicht kennst? Und dann kam das so zustande und so kam halt aus der Film- und Bild die erste Idee, halt den BVB zu beliefern damals, da war ich noch nicht dabei. Und der die Film- und Bildstelle machte, ein Volleyballer war das, der machte sich selbstständig damit und schloss dann einen sehr, sehr guten Vertrag mit der DFL ab. Also für ihn einen sehr, sehr guten Vertrag, für alle eigentlich am Ende des Tages. Er hat gesagt, ich darf noch eine zusätzliche Kamera im Stadion filmen, die nur für Spielanalyse da ist. Weil, weißt du, das Problem, wenn du aufgrund von Videos Spielanalyse machst, du hast Close-Ups, Ball in der Luft, du siehst den Eckballschützen, wie er einen Stutzen richtet, aber nicht, was deine Viererkette in der Zeit macht oder wie die Boxbesetzung ist. Und so fing das halt an. Und es ging los so mit dem Sechs gegen Sechs. Und dann haben wir aber angefangen, mit den Trainern zu sprechen. Ich war sein erster Mitarbeiter. Er machte die geschäftliche Seite. Und ich war im Prinzip als erster dann Chef-Analyst, weil ja kein anderer da war. Und habe dann so peu à peu Jungs nachgezogen, die auch Ahnung von Fußball hatten, früh Trainerscheine gemacht hatten, so eine höchste bis sehr hohe Amateurkarriere spielten wie ich. Und dann fingen wir halt an zu arbeiten. Und dann hatten wir zwei, drei Vereine sehr früh unter Vertrag. Und einer war eben Felix Magath, war der Erste, mit bei Werder Bremen damals noch, der das verpflichtete, Pagelsdorf in Hamburg. Und Wolfgang Wolf in Wolfsburg. Wir hatten die drei Nordclubs tatsächlich zuerst. Und gingen aber auch weiter, behielten die. Thomas Schaaf war eigentlich mein erster Klient, den ich sehr, sehr lange bedient habe, mit Werder tatsächlich auch in einer erfolgreichen Zeit. Und da ist das Scouting-Feed draus entstanden. Und da hatten wir ein Monopol drauf. Das war Weltklasse für meine Ausbildung, weil wir hatten zwölf, dreizehn Trainer. Du kriegst von jedem eigentlich die Analyse-Schwerpunkte und die Gegner-Analyse-Schwerpunkte. Ich habe ganz viel gelernt in der Zeit, konnte aber auch viel geben. Und man hat auch gemerkt, dass auch einige echt nur mit Wasser kochen und man mithalten kann. Und das auch einfach viel Ausbildung ist, viel Know-how einfach auch von Trainern zu lernen, aber auch im Austausch. Das war eine tolle Ausbildung, eine tolle Zeit. Das habe ich knapp vier Jahre gemacht. Und das würde ich jetzt noch nachhaken. Gegner-Analyse zum damaligen Zeitpunkt hieß ja wahrscheinlich dann auch, dass man sich die Daten irgendwie händisch in den Computer eingetragen hat. Das war noch viel weniger mit Daten. Also Ricky, das war die Zeit 2000, das war noch Video auf Video. Aber Excel gab es schon. Ja, Excel gab es schon, aber nicht jeder konnte Excel vernünftig bedienen und ausfüllen. Kommt da jetzt Michael Markevka mit ins Spiel? Das kommt viel später. Noch später? Das kommt viel, viel später. Aber das war der Mann für die Daten? Das war Matchmetrics, aber das ist schon eine Eins vorne, dann zwei Zehner. Ah, okay. Das ist dann schon ein bisschen her. Aber wie sah das dann aus? Also hast du dich hingesetzt mit einem Stift und eben mit deiner Kamera und hast dann dir Notizen gemacht? Nee, das war wirklich hauptsächlich bildgebundene, videogebundene Analyse. Das heißt, du hast Timecodes mitgeschrieben natürlich. Du hast die Videos erstmal abgegeben und du hast dann in der Regel nach dem Spiel über die Analyse-Schwerpunkte oder am nächsten Morgen über Analyse-Schwerpunkte telefonisch gesprochen. Und dann ging es sonntags halt, samstags abends noch, sonntags noch voll in die Analyse, damit halt montags morgens das Ding per Express bei den Clubs war. Und das war zu Beginn Video auf Video. Dann war das nächstgrößere Speichermedium, haben wir so richtige Hightower-PCs nach Rostock unter das Dach geschlert, weil Laptops das überhaupt noch nicht schafften oder das Equipment nicht bezahlbar war, dass es hätte schaffen können. Und das war CD, dann irgendwann DVD und dann ging es ja rasant. Dann hat der Speicher sich ja fast jedes Jahr sowas von schnell entwickelt. Und das hat dann auch geholfen, eben irgendwann, also die ersten PC-Analysen waren, da hättest du theoretisch eine Zigarette rauchen können, Kaffee, bis eine Szene gerendert war. Das war schon auch eine andere Zeit, also Pioneer Days war da. Übrigens, Matthias Munz vom VfB Stuttgart war in der Zeit schon beim Klub, also schon hier auch, und war einer, der auf Klubseite auch einer dieser Pioniere ist. Also auch eine eigentlich ganz interessante Geschichte, wir kennen uns auch schon seitdem. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wie das eigentlich läuft ohne Y-Scout, ohne WhoScored, ohne FB Ref oder so. Also heute ist ja jeder ein Analyst, da setzt sich halt hin, wer hat das die Daten aus? Was meinst, jetzt was zu erkennen? Das schmunzeln wahrscheinlich die richtigen Analysten drüber, aber trotzdem, jeder kann so ein bisschen Analyst spielen. Und damals war halt das Interessante für mich jetzt, dass du ja gar keinen Anhaltspunkt hattest, wie es eigentlich funktioniert, welche Daten sind wichtig. Also du hast es, glaube ich, mal schön erklärt, eine Passquote ist eine Passquote, aber was sagt diese Passquote eigentlich aus? Dass der Spieler den Ball immer nach hinten spielt oder eben wenig riskante Pässe spielt? Oder sagt die mir jetzt auch, wie riskant ein Pass ist? Das sind ja alles so Thematiken, die du ja ein Stück weit mitentwickelt hast oder auf die du gelernt hast zu achten. Ja, aber das kam, das ist in der Evolution eigentlich der Spielanalyse alles einen Tag später. Also das, was wir gerade noch besprechen, ist wirklich systematische Spielanalyse. Video schon nach Kategorien und schon auch sauber sortiert, aber in der Regel immer am taktischen, an der Taktikkamera, am Bild. Wobei man aber auch immer noch sagen muss, dass das noch der Haupt- und wichtigste Teil der Spielanalyse und Gegneranalyse ist. Also wirklich im Video vorzustellen, was wir tun heute oder was immer mehr eingegangen ist in Spielanalyse, ist die Unterfütterung mit Daten und auch die Validierung der Erkenntnisse der subjektiven Eindrücke oder auch der systematischen Spielanalyse. Das immer weiter zu überprüfen, dass auch eine Diskussion aus Datum und dem, was ich am Bild erkenne, sich ergibt einfach. Und es ist auch so, dass Daten auch heute noch nicht alles können, weil was Taktik angeht, was viel fließendere Übergänge angeht, was Abstände angeht, ist schon noch sehr, sehr schwierig, das vernünftig auszuwerten. Das kann man so für 90 Minuten gut und auch über mehrere Spiele gut, aber jetzt im Detail ist schon noch ganz, ganz wichtig, was unsere Analysten sehen, was unsere Trainer sehen oder wir selbst sehen, um das dann auch gut ins Match zu bringen. Aber eure Datenbasis damals war dann wirklich eine VHS-Kassette, die eine Kamera unterm Dach aufgenommen hat über 90 Minuten. Das Videobild und das, was wir daraus gemacht haben, wie wir es zusammengeschnitten haben, in welche Filme und nach welchen Kategorien wir es abgelegt haben. Das ist interessanterweise, ist das jetzt auch so die nächste Evolutionsstufe, also Customized Daten zu erstellen und im Prinzip eigentlich Datenerfassungen zu haben heute, wo wir unsere eigenen Kategorien, nicht die allgemeingültigen oder die offiziellen Spieldatenkategorien zum Beispiel der DFL zu erfassen, sondern zu sagen, okay, was sind eigentlich mal Defense Errors, die mich interessieren, was sind offensive Verhaltensweisen, die mich interessieren, wie kategorisiere ich die? Und das bleibt schon noch immer Trainerarbeit und das unterscheidet die Trainer auch voneinander und das kriegen wir aber auch immer besser hin. Und theoretisch ist der nächste Schritt, Systeme, die das können, also die gibt es, Edgemetrics hat das auch, aber das ist jemand beauftragt und auch entwickelt in dem Dialog. Also wir als VfB sagen zum Beispiel, dass das sind die Kategorien, die uns interessieren und da legen wir dann eben Bilder dazu ab und die können wir natürlich auch wieder statistisch auswerten. Das ist ja klar, das ist eine ziemlich qualitative Spielanalyse am Ende. Ich denke, der große Unterschied ist, dass du damals so wenig Daten erheben konntest, dass du ein genaues Briefing vor der Analyse brauchtest, worauf sollen wir gucken? Und mittlerweile werden so viele Daten erhoben, dass du auch nach dem Spiel quasi den Filter drauflegen kannst, um diese ganzen Daten dann auszuwerten, so genau, wie du sie brauchst eigentlich. Also zwei Themen, das erste, was begonnen hat, war ja so Ransat-1-Statistiken, das waren ja die ersten Daten, die wir hatten. Und das war eine sehr quantitative, das, was du gerade sagtest, Ricky, das ist also zehn Pässe, sieben angekommen, drei nicht, 70 Prozent Passquote. So heute haben wir unterschiedliche Systematiken wie Packing, wo wir sagen, Gegner überspielt, wie Raumgewinne bei uns in der Matchmetrics zum Beispiel, wo wir sagen, wo jeder Punkt auf dem Feld einen Wert bekommt für Torgefahr. Und wenn ich von Punkt A zu B spiele, weiß ich, erhöhe ich Torgefahr oder verliere ich Torgefahr. Und umgekehrt für Defensivaktionen genauso, eliminiere ich Torgefahr des Gegners oder produziere ich Torgefahr mit meiner Aktion für den Gegner mit dem Fehlpass zum Beispiel in der eigenen Hälfte. Das heißt, die Quantität bekommt qualitative Zuordnung und damit kannst du eigentlich relativ cool, beste Beispiel ist immer spielaufbauende Innenverteidiger. Mats Hummels war immer in den quantitativen Statistiken irgendwie bei 70, 75, 80 Prozent nur, wo manche früher gesagt hätten, boah, ich kann den Innenverteidiger so nicht spielen. Aber wenn du das in Torgefahr umrechnest oder ein überspielter Gegner gewinnt, Mats eigentlich immer in seiner Hochzeit die Statistiken in der Bundesliga. So und das hast du früher nicht gesehen, kannst du heute lesen. Und heute hast du sogar dann beides zur Verfügung, die Standardstatistiken nenne ich es jetzt mal oder die Qualitativen. Und dann wird es ziemlich spannend und dann fängt es an, langsam Spaß zu machen. Heißt letzten Endes auch, wenn ich es jetzt mal auf den Stürmer umlege, wenn ein Stürmer so wie Sascha einen Ball, ich sag mal, hinter der Mittellinie festmacht, ist das ein schlechterer Wert, wie wenn er den jetzt im 16er festmachen würde? Das bestimmt dir dann auch? Grundsätzlich ja, also wenn es ein statisches oder räumlich gebundenes System ist und nicht so ein variables wie wenn ein Gegner übers Spiel ist, der Vorteil, da kannst du natürlich auch sechs Gegner überspielen und mit der Annahme sechs Gegner rausnehmen, im Packing zum Beispiel. Oder bei uns könntest du sagen, je höher er den Ball oder in den torgefährlichen Räumen er den Ball festmachen kann oder annehmen kann, desto besser. Da gibt es aber sehr hohe Signifikanzen zwischen, sehr hohe Zusammenhänge zwischen, ich sag mal, die Top 10 sind in der Regel in neun Positionen identisch. Es gibt immer Vor- und Nachteile der Systeme. Ganz wichtig ist, unabhängig davon, was du benutzt an Systemen, welche Daten du generierst, dass du überhaupt armer weißt, wie werden die erhoben, was messen die überhaupt und lesen können solltest du sie halt auch. Und was du niemals vergessen darfst im Fußball ist, dass es eine Perspektive ist oder wenn du so einen 360-Grad-Blick auf Fußball entwickelst, dann ist das eine Perspektive oder ein Viertel, 90 Grad des gesamten Kreises und nicht alles. Wie kam denn der Kontakt zum BVB zustande? Hast du dich da ganz klassisch als Analyst beworben oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das ist mehrschichtig eigentlich oder mehrphasig, schichtig ist ja falsch, mehrphasig. Die erste Phase war Matthias Sammer, Meisterschaft. Da war ich der Hauptverantwortliche Analyst mit der damaligen Firma Sports Analytics hieß die und habe Matthias mit den Scouting-Feeds versorgt und Uwe Neuhaus. Und daher kannte ich auch Michael Zorc dann ganz ordentlich, weil dann auch teilweise mit war auf den Europapokal reisen. Da verlor Dortmund in dem Jahr das Finale mit roter Karte, Jürgen Kohler letztes Spiel in Rotterdam und wurde aber auch Meister. Das war so die Ära mit Rosicki, vor allem Kohler, dem Schlag ist vorne drin. Schon eine ziemlich coole Mannschaft in dem Zeitraum. Da habe ich das erste Mal fast ein Jahr sehr intensiv Dortmund betreut und habe dann irgendwann entschieden 2004 rauszugehen, und habe dann mein Studium scheinfrei gemacht, Ausnahme der Diplomarbeit haben wir ja gelernt und habe mich dann selbstständig gemacht und hatte für mich immer klar, also das war auch der Grund, warum ich im Prinzip die Sports Analytics verlassen habe. Wir hatten, ich glaube, 13 Klubs unter Vertrag, nur in der ersten Liga zur Hochzeit. Den DFB, den ich betreut hatte 2002 bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Da warst du mit dabei? Nicht dabei, sondern wir haben es von hier gemacht, also das war aber auch eine hochspannende Zeit. Aber tatsächlich habe ich das, das ist auch der Unterschied, das habe ich in meiner Studentenbude gemacht am Ende des Tages, also wo ich mit meiner heutigen Frau immer noch, auch da schon gelebt habe, wir sind 27 Jahre zusammen und wirklich so in der Küche, super heißer Sommer, so das ganze Equipment da aufgebaut, weil ich nicht immer pendeln wollte, weil es auch zeitlich wirklich extrem eng war, also nach dem Spiel oder nach dem Spiel des Gegners sofort gearbeitet, drei, vier Stunden, egal welche Tages-Nacht-Zeit, Kumpel kam, hat es dann nach Köln gebracht, per Satellit rüber geschossen, damit Rudi Völler damals und Michael Skipper das Ding hatten und haben das gemacht. Und mir wurde das aber irgendwann langweilig, weil es ging nicht mehr um Gewinnen und Verlieren. Wir hatten halt so viele unter Vertrag aus der ersten Liga, dass ich halt ganz viel gelernt hatte, aber mir fehlte das eben, was wir jetzt in Köln wieder erlebt haben, halt Emotionen, Gänse, aber die Haare stellen sich auf, wenn du gewinnst oder es ist halt auch echt scheiße, wenn du verlierst. Und das hat mir total gefehlt, weil ich war immer ein Wettkampftyp und wollte auch entwickeln und glaubte auch, dass der nächst logische Schritt weg von Service-Dienstleistern ist zu einer viel systematischen Arbeit im Klub im Bereich Analyse. Und deswegen machte ich mich selbstständig, war dann mein erster Kunde, das war der Co-Trainer Uwe Klein, der eigentlich Fortuna Düsseldorf, Mr. Fortuna Düsseldorf ist, das wissen viele gar nicht, der aus der Oberliga als Co-Trainer bis in die Bundesliga aufgestiegen ist, zum Schluss Sportvorstand war, bevor er jetzt beurlaubt worden ist in einer etwas kritischen Phase in der zweiten Liga, aber war eigentlich derjenige, der diesen ganzen neuzeitlichen Erfolg der Fortuna mit begleitet hat. Der war der Erste, der gesagt hat, er ist genau das, was ich brauche in der dritten Liga, das war Regionalliga Nord damals. Und dann fing ich halt an, da bei denen, machte dann Dortmund 2 eigentlich recht regelmäßig, aber eher auf freundschaftlicher Basis, aber schon auch mit der Idee, auch da mal eine Tür zu öffnen. Und da war Trainer Thomas Schneider, mit dem ich gespielt hatte in der Oberliga, das war noch Amateuroberliga, in Westfalen war höchste Liga damals, da gab es noch neun Amateur-Ligen. Kurz zum Verständnis, nicht unser Thomas Schneider. Nein, 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 nicht richtig. Mit dem habe ich aber Fußballlehrer gemacht übrigens. Ja, du hast ja mit vielen berühmten Trainern. Doc Schneider haben wir immer gesagt. Der übrigens mit meiner Nachbarin zusammen war, vielleicht auch noch zusammen ist. Das war das Highlight damals bei uns im Dorf. Thomas Schneider kommt mit seinem Superschlitten, ich meine, es war ein Porsche damals, und hat seine Freundin abgeholt. Und alle Jungs standen da und dachten, da ist er, Thomas Schneider. Und jetzt versuche ich, die Kurve zu kriegen. Richtig, Thomas Schneider, Borussia Dortmund 2, machte da halt auch die Analysen. Und dann war eigentlich der Plan über einen Analystenjob, wie ihn Markus Frigin bei uns macht, dann bei Dortmund einfach auch seinen Weg machen zu können, endlich für einen Verein zu arbeiten. Und da war mir das Niveau eigentlich, ob jetzt Erste, Liga, Zweite, Dritte, Liga, egal. Sondern es ging darum, den Rasen zu spüren und eben mitgestalten und mitentwickeln zu können. Und dann besorgte Thomas mir eben nicht, also besorgte es, sondern bekam ich einen Termin bei Michael Zorc. Ich dachte, es geht um die zweite Mannschaft. Und dann sagte Michael auf einmal, du, wir haben kein Geld, ich kann deinen alten Chef nicht bezahlen. Also Sports Analytics, das war ja die Zeit, wo Dortmund fast am Krott war, muss ich sagen. War das, glaube ich, ja. Also 2,6 war das dann schon, als ich dann dort saß, also im Herbst 2,6. Und da ging es Dortmund auch sportlich wirklich sehr, sehr schlecht. Das waren die letzten, also da war es schon richtig Clinch mit Bert van Marbeck zu dem Zeitpunkt. Und Aki hatte ihn, glaube ich, schon ein bisschen angezählt, Aki Watzke zu dem Zeitpunkt, den Bert van Marbeck. Und er sagte, Michael, du kannst das für uns in der ersten Bundesliga machen. Da habe ich gesagt, ja, klar, logisch. Ich weiß gar nicht, ob Michael das weiß. Dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte es nicht auf dem PC haben, sondern ich möchte es gerne auf DVDs haben. Und ich hatte noch nie eine DVD zusammengestellt, also noch gar nicht mit Grafiken und so. Ich kannte das am PC, ich kannte das natürlich im Video, klar, aber das war da natürlich schon out. Dann habe ich gesagt, ja, du, Michael, überhaupt kein Problem, das mache ich. Okay, dann komm übermorgen wieder. Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte noch nie eine DVD gebastelt und bin ich halt ins nächste PC-Geschäft gegangen, habe Pinnacle Studios, glaube ich, gekauft, was damals das klassische Schnittprogramm war. Mein Freund ist Gott sei Dank Mediendesigner, mit dem ich die Ruhr Industries auch gegründet habe, das Klamottenlabel, ja. Und der hatte mir schön Grafiken fertig gemacht und dann habe ich halt mit, weiß nicht wie viel Kannen Kaffee in 24 Stunden ohne Schlaf das Ding so lange zusammengebaut, bis es eben erst rein war und dann auch wirklich richtig gut aussah. Und dann hatte ich Vorstellungen dieser Spiel, Vorbereitung war das auf, ich habe vergessen, für welches Spiel, na gut, sei mir verziehen, ist lange her. Jetzt ist es schon ein bisschen her. Durfte ich es vorstellen und zwar dem Co-Trainer Dick Foren-Cookie und Wolfgang Teddy-Debär. Und die fanden es richtig gut und dann hatte ich den Job für zweieinhalb Monate und dann hatte ich ihn nochmal für sechs Monate und was ich aber sagen darf, ist, dass ich Michael direkt gesagt hatte, da war es noch Herr Zorc natürlich, pass auf, Herr Zorc, oder passen Sie auf, Herr Zorc, ich mache das neun Monate, ja, habe das auch komplett gedammt, hat er gefragt, was kostet das, habe ich gesagt, 150 Euro pro Analyse und das war schon, das war schon ein echter Aufwand, also es war nicht so, dass das in der Regel immer nur, das war schon ein bisschen, aber ich wollte unbedingt den Job natürlich und hat er gesagt, wunderbar, meine erste Rechnung war 800 Euro, zwei Analysen, zwei Gegneranalysen, eine Gegneranalyse habe ich 250 Euro genommen und da habe ich gesagt, aber in neun Monaten sitzen wir zusammen und sprechen über einen Festvertrag und Michael hat Wort gehalten. Also Michael hat, ich habe das neun Monate gemacht, da waren, die Trainer waren Bert van Marbeek, dann kam Jürgen Röber, schlug Bayern, danach verlor er, glaube ich, sechs Spiele und dann kam Thomas Doll und verlor das erste Spiel, glaube ich, auf der Alm in Bielefeld und wir waren 17er mit Borussia Dortmund im März, haben es dann aber irgendwie geschafft und kannte dann halt auch die Ralf Zumnik-Co-Trainer, Ronny Teuber auch und Thomas auch, weil ich auch für Hamburg schon mal gearbeitet habe und für Katze Zumnik auch in Bochum und auch davor schon, die wussten, dass ich, oder fanden auch, dass ich ein bisschen was kann und Michael hat gesagt, ich weiß noch, war er in Paris, kurz im Urlaub, meine Tochter war schon geboren, Nele, meine erste Tochter und meine Frau und ich und hat er in Paris angerufen und gesagt, du hast den Job und das war ganz, ganz angenehm, muss ich sagen. Und dann ging es mit Dortmund so richtig los. Also in der Selbstständigkeit war es schon cool, natürlich war es auch schon viel und auch eng, aber natürlich, als ich dann anfing, 1.7. 2.07 war das, da war es so, dass Dortmund halt einfach dadurch, dass sie kein Geld mehr hatten, wie so ein weißes Blatt Papier war, da war, also auch wenn es Excel gab, hatte keiner die Scouting-Berichte irgendwie in Excel-Tabellen gepflegt, sondern es war wirklich noch so im Aktenordner, im Schrank und wie man sich das sollte vorstellt, wenn eben noch nicht umstrukturiert wurde, heute würde man sagen, alles digitalisiert verfügbar ist. Du kannst gerne trinken. Also du sprichst so viel, dass du wahrscheinlich mal trinken musst. Was ich jetzt noch wissen wollte, also das war am Anfang aber alles nur Spielanalyse. Das war jetzt noch kein Scouting-Schwerpunkt, was jetzt Rekrutierung von Spielern angeht, oder? Ja, also der erste Jobtitel und der erste Vertrag, den ich dann auch unterschrieben habe, übrigens drei Monate, nachdem ich angefangen hatte, aber das war früher auch noch normaler, bei Michael die Hand schüttelt, dann gilt das auch und da konnte man sich auch drauf verlassen und das ist auch etwas, was übrigens ich auch übernommen habe und auch für ganz wichtig erachte, war es so, dass ich technischer Scout hieß, da ging es darum, dass ich eben erstmal alle Systeme einführe und das auf den neuesten Stand bringe, also auch ein Scouting-Reporting-System einführe. da gab es noch keine Video-Archives, also Video-Archive wie heute, wie jetzt Scout7 oder Y-Scout oder Insted, was es da alles gibt heute, sondern da war es echt noch so, dass du maximal DVDs oder Videos tatsächlich noch geordnet hattest. Aber die musstest du haben? Oder gab es da Quellen, die man anzapfen konnte? Ja, ja, also du hattest in jedem Land so deine Quellen, die du, wenn du Spiele brauchtest, sie natürlich irgendwie verfügbar gemacht haben. Aber da haben wir schon ganz früh gesagt, pass auf, das müssen wir anders machen. Wir müssen das irgendwie alles on demand haben am Ende des Tages. A und B, überall verfügbar, aber wir müssen schneller sein als andere. Und das war eben genau der Job zu Beginn, im ersten Jahr. Und dann war es so, dass eigentlich immer so ein klassischer Chef-Scout noch kommen sollte, alt, international, Ex-Spieler. Aber wir hatten keine Kohle. Und was passiert dann, wenn du keine Kohle hast, musst du aber Spiele live gucken? Okay, dann muss ich halt einen technischen Scout auch losschicken. Und das hat er dann gemacht und war anscheinend in Ordnung, sonst hätte er mich ja nicht ein Jahr später zum Chef-Scout gemacht und zum Leiter des gesamten Themas und nicht nur des technischen Departments. Und es war eine wunderbare Zeit. Und ich muss echt sagen, dass einige Leute dann auch natürlich nachgezogen haben. Ich weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann, aber fast alle von uns, also ihr habt ja meine erste Rechnung, habt ihr gehört, das hat sich ja, das war jetzt nicht, das hat sich jetzt auch nicht Monster verbessert dann sofort. Und fast alle, die ich so nachgezogen habe, die ich geholt habe, viele von eben Sports Analytics oder auch aus dem Dunstkreis der Universität. Und das ging dann bis später sogar noch Hannes Wolf und Eden Terzic, die ich auch zur Hälfte dann im Scouting mitfinanziert habe, damit die überhaupt genug Geld verdienten, um Vollzeit bei uns arbeiten zu können, habe ich nachgezogen. Die ersten haben angefangen für 400 Euro, 800 Euro. Uli Schier, der auch jetzt mit mir hier in Stuttgart ist, war Scout für Südamerika und hat erstmal für 400 Euro gearbeitet. Hat Spesen produziert, wie sonst was natürlich, ist klar. Also jetzt auch die ja wirklich dort bezahlt hat vor Ort, aber hat erstmal, weil wir echt kein Geld hatten, für 400 Euro gearbeitet. Und wir haben uns alle so Schritt für Schritt da nach oben entwickelt. Ist übrigens interessant, dass du Uli Schier ansprichst. Es ist ein Jugendfreund von dir oder ein Freund aus Studienzeiten, glaube ich, so passt es, mit dem du dann zu Beginn deiner Zeit beim BVB schon zusammengearbeitet hast. eben jetzt immer noch, wenn es der aktuelle Stand dann immer noch abbildet, dann ist es so, dass Uli Schier zusammen mit Markus Lösch die Doppelspitze in der Scouting-Abteilung beim BVB bildet. Wie wichtig ist dann Uli Schier an deiner Seite? Die sind beide wichtig hier, das darf man ganz klar sagen. Also ich bin, fange wir vorne an. Also Uli habe ich kennengelernt im Studium, habe dann auch mit ihm in den Ende der 90er Fußball gespielt, habe mit ihm auch zusammen Co-Trainer gemacht bei Westfalia Herne. Gibt es auch noch eine schöne Geschichte. Unser Head Coach war José Morej, den haben wir dann im Halbfinale Real Madrid wieder getroffen. Er als Co-Trainer bei José Mourinho und wir beide bei Borussia Dortmund. Sind alle aber rausgeflogen bei Westfalia Herne, irgendwie drei Monate nach Beginn. Ja, schon faszinierend, wie das manchmal ist im Fußball. Und Uli war schon, war der Erste, den ich schon nachgezogen hatte bei Sports Analytics, also der erste Mitarbeiter nach mir und lebt in Spanien und wir brauchten unbedingt jemanden für Südamerika, was ein ganz wichtiger Markt war zu der Zeit und deswegen er sprach perfekt Spanisch, bot sich das super an. Er war selber Trainer im Amateurbereich in Dortmund, hat auch sehr hoch Amateurkarriere gespielt, war auch Diplom-Sportlehrer und passte super. Und da ist eine Riesenfreundschaft daraus entstanden, schon im Studium, ist auch Patenonkel, ist aber auch ein unfassbares Netzwerk, was er mitbringt. Ich meine, er macht das auch 20 Jahre, alles von der Pike aufgelernt und ist halt auch ganz wichtig, dass du Menschen hast, die halt unabhängig deiner hierarchischen Stellung dir auch alles sagen können. Also auch wenn ich jeden dazu ermutige, traut sich es ja trotzdem nicht jeder. Du bist halt der Chef. Und bei Uli musst du dir keine Sorgen machen. Also wenn irgendwas ist, was mich mal vom Boden der Tatsachen abheben lässt, ihr könnt euch sicher sein, er holt mich relativ hart zurück. Und das sind einfach so Themen, die sind ganz wichtig, weil wir haben ja schon ein, zwei Mal gesprochen, auch im Vorfeld dieses Themas hier oder dieses Abends heute. Mir ist offene Kommunikation ganz wichtig und es ist leider so, dass ich das, je höher du kommst, nicht mehr jeder traut, obwohl du dazu ermutigst. Jetzt sind wir natürlich auch alle schlagfertig genug, dass das dann auch mal einschüchtern kann. Iden schüchtert das nicht ein und das ist ganz wichtig. Und jetzt um den Bogen zu spannen, Markus Lösch, Doppelspitze, finden wir ganz, ganz wichtig. Also finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich mag sehr, sehr in den Strukturen arbeiten. Also ich habe zum Beispiel nicht einen einzigen der Scouts entlassen beim VfB Stuttgart, kaum auch dazu addiert, sondern eine sehr kleine, gute Gruppe. Uli ist, ja, ist mein Verbindungsmann da, Löschi frage ich natürlich auch an, ist ganz klar und es ist ganz gut, wenn die beiden, verzeih mir das, wenn ich das jetzt sage, die beiden Haarlosen, die beiden Haarlosen da zusammenhocken, dann kommt meist was Gutes raus. Wie viele hauptamtliche Scouts habt ihr denn jetzt beim VfB zählen? Ne, das ist, ich glaube, nie zu meiner Zeit. Also wir müssen jetzt differenzieren, wir reden über Profis, also der Thomas Krücken darf ohne Ende Personal aufbauen, ich darf das nicht. Nein, das ist Quatsch. Also es ist natürlich auch klar, weil du im Jugendbereich, im NLZ musst du natürlich viel, viel mehr mit Manpower und mit Live-Spielen lösen, weil es eben nicht überall Daten ergibt und überall Fernsehbilder ergibt, weil in der Regel heißt es, hast du Fernsehbild, hast du Daten, hast du keine Fernsehbilder, hast du natürlich keine Daten oder nur sehr limitierte Daten. Und das bedeutet, dass du viel, viel mehr mit Manpower erledigen musst, mit Regionalscouts erledigen musst, was wir natürlich alles am TV erledigen können und dann im letzten Moment nur rausgehen, müssen die halt, das was wir schon im Überblick machen können, im TV und durch Daten, können die oft gar nicht erledigen. Und deswegen ist ganz klar, dass die Verschiebung Manpower-Scouting ins NLZ viel größer ist. Wir sind am Ende, sag ich mal, fünf in Summe festgestellt. Und der Rest wird dann praktisch zugekauft, sag ich jetzt mal, extern. Ah, okay, extern habt ihr gar niemanden, der da noch für euch arbeitet? Jetzt außerhalb von, ja, wir haben Regional schon noch, aber die sind fest angestellt, die habe ich dazu erzählt. Also sind jetzt auch nicht mehr alle 100% da, also wir haben ja zum Beispiel Hadewitz, der ja schon sehr lange bei uns ist, der jetzt auch nicht mehr 100% geht. Das sind die alten Hasen. Genau, aber die sind ganz wichtig. Also wir hatten, in Dortmund hatten wir einen, den haben wir, wenn der Heinz das irgendwann hört, Heinz Redepenning hieß, ja auch ein Trainer und ein super Mensch, den haben wir den Destroyer genannt, immer, weil der war der härteste Hund in der Bewertung. Und, aber du wusstest ganz genau, wenn Heinz sagt, der ist gut, dann musst du dich mal sowas von auf die Socken machen und den selbst angucken. Und das ist ganz wichtig, dass du diese, diese unterschiedlichen Perspektiven fast aus den unterschiedlichen Dekaden des Fußballs am besten sammelst, weil wir sind ein sehr großer Freund davon, von nicht ein Scout macht ein Land und immer nur der, sondern wir sind ein Freund davon, Kreuzsichtung, also mehrere Leute den gleichen Spieler sichten zu lassen und dann zu diskutieren. Macht ja auch Sinn. Und heute mit der, mit der Möglichkeit natürlich auch Spiele im TV anzugucken, plus die Daten, gibt es eine ziemlich coole Diskussion in der Regel. Ja, macht ja auch Sinn. Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn jetzt nur ein Scout sich immer den gleichen Spieler anschaut und dann sein Urteil fällt, da macht es durchaus dann, wie gesagt, Sinn, wenn da nochmal ein Zweiter und ein Dritter drauf schaut und man hat einfach mehrere Meinungen von absoluten Experten. Nochmal zurück zu Michael Zorc. Man kann schon sagen, dass er das Diamantenauge entdeckt hat, obwohl ich ja weiß, du hast es glaube ich mal bei SWR in einem Format erzählt, dass sich deine Freunde Holzauge nennen. Das fand ich ganz sympathisch. Hast du das nur so gesagt oder stimmt das? Nein, das stimmt. Also du kennst meine Freundin nicht, aber die nehmen kein Blatt voll im Mund. Ja, das ist so. Nein, also Michael zeichnet ja ganz, ganz viel aus. Also einmal ist das schon auch eine Freundschaft geworden über, das war ja über ein Jahrzehnt, das war ja elf Jahre, dass wir zusammen sehr, sehr eng gearbeitet haben und ja auch unfassbar viel zusammen erreicht haben und Michael, eigentlich auch, ähnelt er da, oder Thomas, ähnelt Michael, darf man glaube ich in der, Thomas Hitzlsperger ähnelt Michael in der Hinsicht, so rum sollte man es sagen, weil Michael das ein bisschen länger macht als Thomas und auch der noch bessere Fußballer war, obwohl Thomas mehr Länderspiele hat, behaupte ich jetzt mal zumindest, wobei beide waren langsam. Michael Zock fand ich damals schon besonders. Sehr, 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 sehr gut. Nein, Michael hat einfach auch eine Gabe, Vertrauen zu geben. Also der hat auch relativ gut gewusst, was ich kann und hat mich auch machen lassen, hat mich auch werden lassen und das ist zum Beispiel in heutigen Strukturen wäre das gar nicht mehr so möglich, weil das wirklich so ein bisschen wie ein weißes Blatt Papier war, ist ja viel schwieriger, wenn du irgendwo hinkommst, hast du brutale Strukturen wie Arsenal, 50 Scouts zum Beispiel, 50 muss ich jetzt sagen. 75 habe ich recherchiert. Ja, jetzt vielleicht mittlerweile, keine Ahnung. Aber also eine Vielzahl an Scouts und da hatten wir drei. Und das waren so, Heinz Redepennig war einer und Peter Wongowitz. Ja, Chef-Scout. Genau, Chef-Scout zu der Zeit. Und das ist was ganz anderes, wenn du das so ein bisschen vom Boden, also Fundament setzen kannst, dann Steine draufsetzen kannst und dann irgendwann veredeln kannst. Weil du baust das im Endeffekt auf, was es nie vorher gab. Genau, anstatt alles erstmal, so ein halber Umbau da, eine kleine Modernisierung da. Manchmal wäre es sehr cool, du könntest einreißen, passt aber nicht irgendwie zu mir, weil ich finde, du musst alles mitnehmen, was da ist. Du musst die Erfahrung mitnehmen, die da ist. Du musst die Persönlichkeiten mitnehmen, die da sind. Die Geschichten, die dahinterstehen, da mitnehmen und können dir auch unheimlich viel helfen in dem, was sie dir erzählen. Also jetzt, du hast Meuschi erwähnt, aber ich würde jetzt mal die 360er nehmen, Peter Reichert, Günter Schäfer, Meuschi, Gerd Wörn nicht zu vergessen. Ja, absolut. Das ist einfach, das ist ein Fundus, der ist ja so Gold wert, gerade für Menschen, die hineingeschmeckt sind. Sicherlich gelernt. Das wird immer besser mit dem Schwäbisch. Ja, ja, der Meuschi, der Meuschi gibt es. Und das ist einfach, das sind ganz wichtige Menschen. War das dann auch der Grund, 2019 zum VfB zu gehen, um mal ganz kurz nach vorne zu springen? Schwäbisch zu lernen? Nee, ein großer, auch, auch. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich komme ja auch aus Westfalen, aber ich habe es auch noch nicht geschafft in 20 Jahren. Nee, aber ein großer Verein, der aber dann zu dem Zeitpunkt große Möglichkeiten gibt, irgendwas neu zu gestalten, weil ich glaube, der VfB war zu dem Zeitpunkt kein weißes Blatt mehr, aber da gab es noch relativ viele Linien, die man füllen konnte. Aber es sind schon, ich glaube, das sind bedeutende Unterschiede zu der Zeit des Fastbankkreuz Borussia Dortmund zum VfB. Also, das war nicht der Grund. Wenn wir jetzt schon über die Gründe... Das machen wir noch kurz. Das machen wir noch. Das war nicht der Grund. Aber um zu Dortmund zurückzukommen, Michael war ja das Thema. Der hat mich werden lassen und auch machen lassen und war ein extrem guter Mentor, der aber auch viel Verantwortung abgegeben hat. Mich würde jetzt interessieren, was war denn jetzt so, wenn wir auf Scouting schauen, die erste Transferperiode, die du, ich sage mal, mitgestalten durftest in Dortmund. Damit meine ich natürlich nicht, dass du schon Spieler verpflichtet hast, beziehungsweise Gespräche geführt hast, sondern wo du wirklich dann Spieler empfohlen hast, die dann verpflichtet wurden. War das dann 2007 unter Thomas Doll? Nee, da habe ich ja angefangen. Also das muss ein Jahr später gewesen sein. Also so ganz kriege ich das nicht mehr zusammen. Und der Kloppo dann schon? 2-8? Also mit deutlich, deutlich mehr Einfluss. Also ich hatte schon auch natürlich den Auftrag, noch den ein oder anderen Spieler anzugucken, den wir 2-7 verpflichteten. Aber da wäre es jetzt gelogen, wenn ich sage, dass ich da schon meine Hand bei Robert Kovac und so dabei gehabt hätte. Mats Hummels war ein Thema. Mats Hummels war tatsächlich, war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das heute sagen darf, aber schon eine Empfehlung, glaube ich, von Hermann Gerland. Der Tiger. Der in jeder Sendung hier irgendwie erwähnt wird. Ja, der aber auch einfach, der einfach auch Weltklasse ist. Das sagt man, ich hatte das Glück, den auch persönlich kennenlernen zu dürfen. Das ist einfach auch ein geile Typ. Absolut. Und der auch immer so ein bisschen auf seine Schäfchen, der Zweiten, aufpasste, wenn die halt nicht oben durchschlugen. Und das ist ja auch richtig. Das musst du ja auch tun. Du hast ja auch eine Verantwortung. Und dann haben wir Mats schon angeguckt, natürlich ist ja klar. Und dann gibst du auch deine Meinung ab. Und die war schon auch, dass wir den richtig gut fanden. Aber man darf schon sagen, dass das natürlich da noch viel, viel mehr an Michael selbst hing. Okay. Und da war, da fing ich ja gerade so an. Da wurde ich schon gefragt, aber das wurde halt mehr und mehr und mehr. So ab 2008 dann wahrscheinlich mit Nervo Sobotic. Da ging es dann richtig. Das war dann die erste, das erste Jahr unter Jürgen Klopp. Da hast du auch dann, wenn ich das jetzt hier richtig rauslese, Kevin Prinz Boateng nochmal aus Tottenham ausgeliehen. Was war da der Gedanke dahinter? Weil das war ja damals schon diskutiert, dieses Thema mit Boateng. Ja, aber Kevin war natürlich damals ein Monsterspieler, den wir ja gar nicht, den wir ja gar nicht normal hätten bezahlen können. Er ging, glaube ich, nach Tottenham von Hertha. Genau. Hat da nicht so richtig Fuß gefasst. Und dann haben wir ihn im Winter ausgeliehen oder wir haben ein halbes Jahr gehabt, oder? Ja, ja. Ich meine auch, ich habe es jetzt hier bei Transfermarkt leider nur so als allgemeine Transferperiode erfasst. Aber ich glaube auch, es war im Winter. Kevin Prinz kannst du ja nur sagen, dass es ein unfassbarer Fußballer ist. Hat so ein Spieler gefehlt jetzt im Abstiegskampf beim VfB? Ich meine jetzt nicht qualitativ, sondern einfach so vom Typ her. Das ist ein Typ, aber nee, hat ja besser geklappt als bei der Hertha, wo er war. Ja, da merkt man halt den Profi. Nee, das war aber schon, ich hätte Kevin Prinz damals gern behalten, weil was der fußballtrisch kann und dann in dem Stadion, was der empfachen kann, das ist schon brutal. Ja, absolut. Jetzt muss ich noch mal kurz auf deine Scouting-Tätigkeit abziehen und zwar würde mich interessieren, alles, was wir jetzt so besprochen haben, das war alles immer sehr lokal in Dortmund. Warst du dann auch unterwegs, hast die Welt bereits Spieler angeschaut und so und wenn ja, du nix schon, hat dir das Spaß gemacht oder warst du so ein Typ, der immer froh war, wenn er wieder zu Hause war? Nee, ich mag reisen. Also wenn du das nicht kannst, geht das auch nicht. Also ich hatte natürlich einen Riesenvorteil, dass ich, also Katrin, meine Frau schon kenne, seitdem sie 19 ist, ich 22. Das heißt, diese Themen, die waren einfach Weltklasse. Das kann, glaube ich, auch für einige, die so reisen müssen, ein echtes Problem darstellen, Menschen fürs Leben zu finden. Wenn das ein Ziel ist von jemandem, dann war mein Ziel, aber das Schöne ist, es hat sich auch sehr, sehr früh eingestellt. Das heißt, die Suche hat da aufgehört. Nein, reisen ist was Fantastisches. Also ich mag total unterschiedliche Kulturen kennenlernen, Orte kennenlernen. Ich mag auch einfach Fußball gucken und ich liebe auch den Sport immer noch heute. Also auch ihn selbst zu spielen, ihn anzuschauen, auch fast jedem Niveau. Also auch Minikicker macht ja Bock. Ja klar. Da ist das noch so richtig pur und so unverfälscht. Und nee, das ist eine super Zeit. Also auch ich war auch viel unterwegs ja schon für die ersten Analyse-Tätigkeiten in der Kampagne, in der Sports Analytics. Da bin ich eigentlich, glaube ich, samstags war ich im Bundesliga-Stadion und das waren Touren wie München an einem Tag hin und zurück oder Hamburg war ganz viel. Ein Jahr war super, hatte ich Hamburg und St. Pauli, war ich jede Woche in Hamburg. am Samstag war Weltpokal-Sieger-Besiegerspieler bei uns. Ah, cool. Und St. Pauli war halt so eine Zeit, da hast du die Kamera oben auf dem Dach, auf diesem alten Stadion-Dach aufgebaut und wenn Song 2 Blur kommt, dann sind es halt 20, 30 Zentimeter und das Ding halt rappelt und es ist genau die Seite, wo halt einen Einspruch gemacht, in St. Pauli gab es Gras nur auf der Tribüne, das war genau die Tribüne, wo das eben so war, als wir da Pokal oder was gespielt haben. Oh nee, ich glaube, in der 2. Liga war es, haben wir gespielt haben. Und das waren einfach coole Erlebnisse und das hast du eingesogen. Und war ja auch die Chance so ein bisschen, also ich habe früh verstanden, dass ich kein Profi werden kann mit meinen Fähigkeiten, dass ich guten Ball spielen kann und gut rennen kann und so und viel rennen kann, aber eben nicht noch eine Liga höher. Das habe ich halt verstanden. und das war natürlich schon cool, dann auf diesem Weg da rein zu riechen und war ja auch eine Zielsetzung. Also ich habe meine Schwerpunkte im Studium waren ja schon Profisport, jetzt nicht nur Fußball, sondern schon eine Ausrichtung nicht auf Medien oder auf Publizistik oder Journalismus oder so, sondern schon sehr, sehr klar auf Trainingswissenschaft, Lehre und am Ende ist das dann schon eine Ausrichtung Richtung Profisport. Aber du wolltest eher Trainer werden dann noch zu dem Zeitpunkt des Studiums? Trainer, analysiert, ja, also es ist etwas, was mich immer begeistert hat und ich glaube, mir auch geholfen hat, Dinge ganz gut zu verstehen. Also es gibt ja nicht so viele Sportdirektoren, die auch einen Fußballlehrer gemacht haben und auch als Trainer gearbeitet haben beziehungsweise die Trainertätigkeit ausgeführt haben, ich glaube bei Lüne oder? Ja, ich war eigentlich immer Co-Trainer schon ab dem Alter von 23, 24 in allen Vereinen, wo ich spielte und habe parallel immer Jugendarbeit gemacht in den Mannschaften, die ich halt eben trainieren konnte. Das heißt, wenn wir Sonntag spielten, muss es halt eine Mannschaft sein, die Samstag spielte, ist ja klar. Das hat dann aufgehört natürlich mit der Tätigkeit bei Sports Analytics, weil wenn du dann Samstags Bundesliga-Fußball machst, Sonntags selber spielst, dann geht es halt nicht mehr und so war das ja. Aber wenn du jetzt datenbasiertes Scouting machst und auch sehr auf die Zahlen beim Spiel guckst, höre ich raus, das reicht dir nicht vom Fußball. Also mit nur Zahlen wirst du nicht glücklich. Du brauchst den Rasen, du brauchst den Ball, du willst nah dran sein. Also, weil wenn du sagst, du hast 13 Mannschaften betreut, das ist ja eigentlich ein super Job, weil du hast ja eigentlich gar kein Risiko, weil wenn dann ein Spieler, von dem du sagst, der wird es, der wird es nicht, dann kann man sagen, naja, einer von 20, bei dem klappt es halt nicht. Aber wenn du dann zu einem Verein gehst, dann wirst du ja wirklich darauf festgenagelt. Du hast uns den Spieler empfohlen, der hat nicht eingeschlagen. Dann kommen die Fans und sagen, der Missing hat kann nichts, Ja, aber das hängt damit zusammen, dass ich mich verbessern möchte und mich challengen möchte. Also mit Ausnahme, wenn ich Yoga mache, geht es immer auch darum, zu gewinnen. Wenn ich Mensch ärgere, die ich nicht mit den Töchtern spiele, dann geht es darum, dass ich die vier Pumpen zuerst im Haus habe. Das klingt aber nicht nach einem grusamen Familienwochenende. Nee, das kann schon auch im Trash-Talk enden. Also im Streit nicht, aber das Gute ist, die Mädels sind jetzt nach 13 und 16 sind die ja jetzt so sozialisiert, dass die echt verdammt gut dagegen gehalten. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber nee, es war einfach so, ich wollte gewinnen oder verlieren. Ich wollte das wieder fühlen. Also das hat mir gefehlt. Das hat mir dann auch mehr und mehr gefehlt, natürlich wenn du deinen eigenen Sport aufgibst, irgendwann, wo du halt jede Woche Wettkampf hast, bis 32 Jahre. Ich habe angefangen irgendwie mit acht Fußball zu spielen und habe am Ende bis 32, 24 Jahre jedes Wochenende irgendwo auf dem Fußballplatz gestanden und es ging darum, mehr zu schießen als die anderen oder zumindest keinen reinzukriegen, um den einen Punkt zu holen. Und das hat mir total gefehlt, weil es gab Spiele, wo ich die Analyse, Gegneranalyse der beiden Mannschaften gemacht habe, die gegeneinander spielten. Natürlich sehr sauber und ohne dem anderen was davon zu sagen oder zumindest die Inhalte konnte. Und das heißt, das hat mich nicht mehr... Aber ohne Emotion dann, also die Emotion fehlte. Klar gibt es noch die Menschen, die du total magst. Ich kann zum Beispiel sagen, dass Thomas Schaaf ein ganz fantastischer Mensch und Trainer war, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe zum einen. Übrigens kann ich auch nur durch und durch positiv von Felix Magath berichten und erzählen, was meine persönlichen Begegnungen mit ihm angeht. Auch wenn ich weiß, dass er auch mal den harten Hundruf und auch den Schleiferruf... Aber er hat in Stuttgart auch keinen schlechten Ruf. Nein, nein, aber ich kenne halt auch Geschichten, aber das ist halt immer so, die wird man über mich auch erzählen am Ende des Tages. Und das ist schon, ja, das war mir wichtig, dass du wieder in Phasen kommst, wo es darum geht, zu entwickeln, zu gewinnen, zu verlieren. Ich muss wieder zurück auf meine Struktur kommen, sonst wird diese Sendung hier unendlich lang. Nein, Sebastian, ganz ruhig fragen, das ist völlig okay. Du hast vorhin schon gesagt, 2009 war ein Meilenstein für dich, du wurdest Chef-Scout beim BVB, ging es dann auch so richtig los mit den... Ich korrigiere eigentlich schon 2,8, also auch wenn das wahrscheinlich nirgends so drinsteht, aber eigentlich war es schon nach einem Jahr so. Das muss korrigiert werden dann in allen Chroniken, so ist es. Das muss ja schon richtig hinterlegt werden und du wurdest dann praktisch Nachfolger von Peter Wongrowitz, hast dann die Scouting-Abteilung übernommen und dann ging es eigentlich für dich so richtig durch die Decke. Wenn man sich das mal anschaut, wen du so alles verpflichtet hast, also natürlich hast du die jetzt nicht vielleicht alle allein irgendwie aus einer Datenbank rausgelesen oder durch Anwesenheit bei irgendwelchen Spielen entdeckt, aber trotzdem hast du ja dann das Go gegeben. Lass mal kurz einhaken, bevor wir zu den Namen kommen. Eins ist schon noch wichtig. Ich freue mich schon. Also es geht nicht nur um Daten. Also gerade in der Zeit waren Daten zum Beispiel noch nicht so gut, dass man sie so benutzen konnte wie heute, sondern worum es vor allem auch geht, ist eine 360-Grad-Perspektive, das habe ich vorhin schon gesagt. Das bedeutet live gucken, TV ganz viel gucken, geschnittenes Szenen gucken, ganze Spiele gucken, den Menschen kennenlernen, alles rausfinden, was man rausfinden kann. Auch eine Netzwerkabfrage vom, also je nachdem, wo du dich bewegst. Net Philips war zum Beispiel ein Thema, wenn Kloppo anruft, es ist ein sehr geiles Netzwerk, wenn ein Berater den nicht kennst oder nur oberflächlich kennst, anrufst, musst du sehr vorsichtig sein. Plus Daten, plus gute Daten, dass das entscheiden, also nicht irgendwelche, sondern wirklich welche, die was aussagen. Das ergibt erst, und dann übrigens auch, was Live-Scouting angeht, die Diskussion mit den anderen Scouts, das ergibt erst das ganze Bild. Also nicht nur auf Daten reduzieren, Daten ist ein ganz wichtiger Faktor, vor allem in der Vorauswahl und im Portfolio und es sehr schnell zu guten Spielern zu schaffen, ohne erstmal 100 Spiele gucken zu müssen. Das ist das vielleicht wichtig, voranzustellen. Und gerade zu Beginn hatten wir noch keine Top-Daten. Also Shinji Kagawa, aber da habe ich nicht ein Datum von gesehen, keinen Pass gesehen oder sonst irgendwas. Nimmt der den gleich schon vorweg, das gibt es doch gar nicht. Ja, aber da gibt es gleich noch eine besondere Geschichte dazu, das wirst du uns mit Sicherheit erzählen. Aber ich möchte mal anfangen 2009, Mats Hummels fest verpflichtet, das war jetzt noch nicht so der Bold-Move, also das war fast schon klar, dass man ihn behalten wird, nach dem, was er gezeigt hat. Aber dann Lukas Barrios aus Chile geholt, das war erstmal richtig stark. Sven Bender von 1860, hatten auch weniger auf dem Schirm und ich überspringe jetzt mal diese ganze Thematik, weil jetzt wird es für mich wirklich spektakulär, 2010. Robert Lewandowski, Lech Posen, dann hast du Lukas Piszczek von der Hertha geholt, muss man deshalb erwähnen, weil viele damals, glaube ich, dachten, ach, der kann nichts. So, dann kam er nach Dortmund und hat er gezeigt, was er kann. Und zwar über Jahrzehnte, muss man einfach schon sagen, oder über ein Jahrzehnt. Und der Hammer, Shinji Kagawa und da gibt es gewisse Parallelen zu Hiroki Ito aus der zweiten japanischen Liga. Und jetzt kommt das, was du schon vorweggenommen hast. Du hast, jetzt leide dich anders ein, du hast Shinji Kagawa mal als deinen Schlüsseltransfer bezeichnet. Kannst du das so ein bisschen erklären, warum jetzt ausgerechnet Shinji und nicht Levi oder Mats dein Schlüsseltransfer ist? Shinji kam auch eher, oder? Also, auch hier muss ich leider Gottes sagen, dass 2010, 2011, die Transferperiode, da wird hinterlegt, Shinji Kagawa kam von Osaka oder kam der irgendwie im Winter. Den haben wir ein halbes Jahr vorher schon verpflichtet, vielleicht deswegen. Also laut Transfermarkt muss man sagen, 2010, 2011. Also, ja. Er kam auf jeden Fall und die Frage ist, warum ist das dein Schlüsseltransfer? Das ist der Schlüsseltransfer, weil das, also Mats Hummels zum Beispiel hat zum damaligen Zeitpunkt vier Millionen gekostet, was richtig Geld war. Lukas Barrios war fast die gesamte Kohle, die wir hatten zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das waren Transfers, auch wenn vier Millionen heute ja, zu wenig sind, um Wagnumann zu kaufen zum Beispiel, war es damals Heidengeld, also richtig viel Geld. Da waren noch nicht die zweistelligen Millionenbeträge Usus. Ich freue mich vielleicht schon auf die nächste Frage, wenn das Thema gesagt hat, dass es vier Millionen viel Geld war. Shinji, Shinji, Shinji war halt ablösefrei. Shinji war ablösefrei und aus der zweiten Liga und überhaupt nicht böse gemeint, aber Klopp ist Klopp und Klopp hat gesagt, ja, ich soll Japaner aus der zweiten Liga erklären, dass er spielt. Als er die Bilder gesehen hat, die ich ihm vorgestellt hatte, war natürlich klar, ey, find da auch richtig gut, ist ja klar. Und das muss man halt auch sagen, ist auch das, was ich ja über Rino sehr häufig gesagt habe, ist ja alles schön und gut, wenn du Potenzial verpflichtest, aber wenn keiner da ist, der die besser macht, hast du ein Problem, da kannst du noch so gut verpflichten, kann der Scout gar nicht glänzen. Und das war natürlich erstmal ein ganz wichtiger Schlüssel, dass er nicht nur Michael Zorkas, der mir viel Freiheiten gab in der Akquise und in der Auswahl, der natürlich immer, immer auch drauf geguckt hat und immer beteiligt war, ist ja ganz klar, wenn man so eng zusammenarbeitet, sehr spät, aber natürlich dabei war und am Ende auch mit seiner Unterschrift sagen musste, stehe ich hinter oder stehe ich nicht hinter. Ich konnte ja nicht unterschreiben. Ja, aber verhandelt hast du schon auch. Auch, ja klar, aber das durfte ich auch von Michael lernen und war mehr und mehr dabei und irgendwann halt auch selbstständiger, ist ja ganz klar. Und Shinji war halt ablösefrei und war halt zweite Liga und dann kommt er und ist ein Unterschiedsspieler. Ja, das kann man so sagen. Das ist er, der war von Beginn an ein Unterschiedsspieler und der hat sogar ein bisschen davon partizipiert, dass Zidane sich verletzt hatte, hat Kreuzbandriss gehabt und deswegen direkt einen Zehner gespielt hat. Und Shinji, Shinji hat halt unser Spiel verändert. Bei Shinji konntest du nicht fassen. Sven Bender hat mal gesagt, das ist der am schwierigsten zu verteidigende Spieler im Training und auch fast in der gesamten Bundesliga, weil er kann links rum, rechts rum. Wenn du ihn blocken willst mit dem Arm, geht er unterm Arm durch. Wenn du ihn umhauen willst, dann weicht er aus. Du kriegst den nicht gefasst. Der schwimmt so zwischen den Ketten und ist so beweglich. Und dann hat er noch dieses Gespür für Tiefgang, also das war einfach, ja das, und wenn du dann so einen Transfer machst und damit ja dann auch deinem Club Geld verdienst, dann ist das was anderes, als wenn du viel, viel Geld für einen ausgibst, der funktioniert. Wobei auch Barrios zu dem Zeitpunkt natürlich ein Monster-Deal war, aber den möchte ich mir nicht so sehr auf die Fahne schreiben, sondern da müssen wir dann meinen Kumpel Uli für erwähnen, der natürlich den aus Chile mitgebracht hat und gesagt hat, Männer, den müsst ihr euch mal angucken. Der Südamerika-Experte. Ja. 12, Ilkay Gönouan von Nürnberg geholt, Ivan Perisic aus Brügge, darf man auch nicht vergessen, auch der hat eine gute Karriere hingelegt und jetzt komme ich zu 2012. Dass man Marco Reus aus Gladbach holt, das liegt vielleicht noch auf der Hand, aber jetzt kommt's. Julian Schieber habt ihr verpflichtet und du hast vorhin gesagt, vier Millionen war damals schon richtig viel Geld und in Stuttgart ist man dem BVB heute noch dankbar, dass angeblich, muss man sagen, ihr 5,5 Millionen für ihn bezahlt habt. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ich wollte gerade fragen, ob ihr euch da so ein bisschen von diesen zwei Toren bei diesem legendären 4-4 habt blenden lassen. Das muss ich mal vorweg schicken. Der Buhle von Backgang ist das wert auf jeden Fall. Ja, ich möchte ihn jetzt hier nicht schlecht machen oder sonst irgendwas. Das ist ein toller Spieler, auf den bin ich auch wirklich stolz. Nur wir haben uns damals schon gefragt, Mensch, 5,5 Millionen ist aber schon viel für so einen Spieler jetzt. Also im Nachgang ist man ja immer schlauer, muss man ja auch sagen und dann muss man sagen, dass natürlich seine Zeit nicht so erfolgreich war, wie man sich das vorgestellt hat. Definitiv kannst du davon ausgehen, dass wenn ein Spieler ein solches Spiel macht, die Trainer, die gegen ihn spielen, diese Spieler sehr oft gut finden. Und da will ich, glaube ich, jetzt gar nicht für ärgern, sondern wir haben ja alle gesagt, wir finden das gut. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich mitgenommen habe, dass wenn man so einer Art Verfügbarkeitsheuristik als Warnungsfehler folgt, spielt gegen uns brutal, dass man doch ein bisschen länger und besser drauf gucken muss, gerade wenn das passiert, dass man eben nicht so voreingenommen ist aufgrund der Tatsache, dass einer gegen dich so ein Monsterspiel abgeliefert hat. Das ist tatsächlich ein Learning gewesen aus dem Transfer. Das heißt, wenn ich es richtig gedeutet habe, hat Kloppo gesagt, den brauche ich. Nein, also zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn geholt haben, Julian hatte ja wirklich gute Anlagen in vielen Bereichen, das muss man einfach mal ganz klar sagen und hatte auch Verletzungsprobleme bei uns wie auch danach in seiner Karriere und ich glaube auch davor schon ein bisschen. Hier schon auch. Und ich denke, dass das auch einen Unterschied gemacht hat in seinem Karriereverlauf. Also Julian hat schon das Potenzial gehabt, auch bei Borussia Dortmund zu spielen. Das muss man ganz klar sagen. Man hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass wenn man den in Richtung Torgefahr bekommt, in mehr Torgefahr, dass du auf jeden Fall einen Top-Backup-Spieler hast für den Robby. Das war ja auch der Plan. War jetzt nicht der Plan, dass der Robby dann irgendwann ablösefrei geht und Julian ihn ersetzt. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil sonst wird es heute unendlich lang. 2013, das muss ich auch noch erwähnen, kam dann Henrik Mekitalian von Donetsk, Pierre-Emerick Aubameyang von Saint-Étienne, aber über diese AC Mailand-Geschichte. Das war ja eine Laie, glaube ich, nach Mailand. Der kam von Saint-Étienne. Ah, ist der dann aber davor den AC Mailand verliegen gewesen, oder? Pierre hat eine extrem interessante Geschichte. Also AC Mailand verpflichtete Pierre eigentlich nur, weil sie Willi, seinen Bruder, wollten. Pierre ist derjenige, der so als der Bruder mitverpflichtet wurde, aber halt feilschnell war. Und Pierre hat die Karriere gemacht, nicht Willi. Willi hat dabei Willi... Willi... Nur andersrum. Richtig. Er ist mir dann noch gar nicht verpflichtet. Aber der hat ja schon eine Probe trainiert. Ja, anscheinend. Also ich weiß es nicht, aber egal. Also bei Willi war es auf jeden Fall so, der hatte tatsächlich Champions League gespielt für AC Milan. Und der war dann von Milan häufiger verliehen, aber ich glaube, also Pierre, war nach Lille, aber Saint-Étienne war fix und den haben wir aus Saint-Étienne geholt und den wollte ich eigentlich, da war ich ziemlich lange hinterher, fast zwei Jahre, weil er hat immer so die Vorurteile, Glitzer, Swarovski-Steine, Marvel-Masken, was aber ein wunderbares Zeichen an seinen Kumpel, den Torhüter war das, was viele auch gar nicht wissen und wer Pierre einmal kennengelernt hat, weiß, dass er Künstlerin als Mutter, Vater defensiver Mittelfeldspieler, auch für Gabon ein richtiger Sechser, richtig harte Arbeiter, aber auch solche Klamotten an, das ist einfach seine Kultur und sein Wesen und Pierre ist in der Kabine immer mit dem Lächeln, immer mit Jugendspielern hilfreich, zum Staff freundlich, kannst du gar nichts drauf kommen lassen, ganz im Gegenteil, habe ich im Interview auch mal gesagt und habe in dem Interview gesagt, wenn er nicht so wäre, hätte er für Barcelona oder Madrid gespielt, jetzt hat er es sogar noch hinbekommen. Sein großer Traum, muss man dazu sagen, er wollte immer in Spanien spielen. Ja unbedingt, weil er hat ja spanische Vorfahren. Also hat sich den Wunsch erfüllt, dann auch noch beim Großes? Ich habe es nicht mehr recht im Kopf, aber ich glaube, das war ein Wunsch seines Großvaters noch kurz vorm Sterben. Oh, okay. Also es ist schon, es ist eine tolle Geschichte und ich meine, man muss auch mal ganz klar sagen, es gibt nicht viele wie Ober, die in Frankreich, Deutschland, England und jetzt in Spanien in vier Ligen so scoren wie der. Ja, das muss man ja dazu sagen, also bei aller Extrovertiertheit, die das ist mir dann durchaus gefallen. Wenn die Leistung dahinter stimmt, ja. Ja und wir müssen auch aufhören von Extrovertiertheit gleich immer auf Charakter zu schließen. Also das ist halt, der Junge kann es halt auch tragen. Also wir sehen da jetzt nicht gut mit aus, aber er kann es tragen. Schau dir sie das an auf Instagram. Also ich meine, Merswreck kannst du nicht haben und trotzdem ist das ein super netter Typ. Also im Gegenteil ja ganz, also super nett, nicht im Gegenteil, sondern ja, genau das, sondern ruhig und bescheiden und mit der Geschichte ja sowieso nochmal Wahnsinn. Genial. 2014, Giro Immobilie, könnte man jetzt sagen, okay, es hat bei Borussia nicht funktioniert, aber jeder, der sich so ein bisschen mit dem Weltfußball auskennt, wird sagen, okay, der Spieler kann kicken, es hat dann einfach nicht gepasst. War auch eine scheiße Saison, muss man so sagen, da lief nicht viel zusammen. Kevin Kampel hast du auch geholt? Auch undankbar, weil Nachfolger von Levy macht ja auch mal gar keinen Spaß. Logisch. Auch für Sascha nicht. Ob es denn so auch kommt, mal gucken. Können wir das drin lassen, ja? Das können wir drin lassen und das war der Tipp an Sascha doch lieber, noch bei uns ein Jahr zu bleiben. Okay, dann hoffe ich, dass er heute zuschaut. Kevin Kampel habe ich noch erwähnt, auch der hat in Dortmund, ich glaube auch aufgrund von Verletzungen nicht so richtig funktioniert, aber auch da hast du das richtige Näschen gehabt. Hast einen früh verpflichtet, Nachhinein nach Leverkusen und dann nach Leipzig. Auch ein cooler Transfer, wie ich meine. Dann kommt die Tuchel-Ära, Christian Pulisic aus Pennsylvania verpflichtet, auch würde ich mal sagen ein knaller Transfer. Gonzalo Castro aus Leverkusen, Jule Weigl von 1860 damals geholt. Auch das fand ich einen mutigen Transfer, hat aber auch sofort performt, also richtig stark. Und jetzt muss ich noch auf ein Kapitel zu sprechen kommen, wahrscheinlich kannst du es nicht mehr hören, aber wir wollen es einmal ganz kurz angehen, wir machen es auch schnell. Im Januar 2016 gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Thomas Tuchel und dir. Auslöser war Oliver Torres, ein Spieler damals von Atletico Madrid. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber so habe ich es mir jetzt angelesen. Es war wohl so, der Spieler hatte die Zusage von euch, Thomas Tuchel hat sich dann im letzten Moment noch gegen diesen Transfer entschieden gestellt, wie auch immer. Und dann sind halt, ich sage jetzt mal, die Fetzen geflogen. Ich möchte es jetzt nicht so darstellen, als ob ihr euch da, was weiß ich, an die Gurgel gegangen werdet, also nicht falsch verstehen, sondern es war halt dann einfach eine Meinungsverschiedenheit da, soweit richtig wiedergegeben? Alles bis auf die klare Meinungsverschiedenheit untereinander. Es war eher eine Kommunikation nicht über Dritte, aber ich habe sehr, sehr klar gesagt, dass ich, weil ich gehe ja raus und gebe das Wort für den Club, dass ich das nicht mittrage und dass ich das sehr unglücklich finde. Das habe ich schon auch vielleicht etwas undiplomatischer formuliert als gerade und dann war es auch okay, dass man da auch einmal das nicht so gut findet, weil es sicherlich nicht mein Thema gewesen wäre, sondern eher Akis oder Michaels. Aber ich bin jetzt, ich habe euch das ja vorhin auch, als wir hier schon beim Wässerchen zusammengesessen haben, gesagt, ich bin sehr ein Freund oder auch beim Thema Uli von offener Kommunikation und fand halt, dass das nicht, also wenn man seine Hand gibt, gibt man seine Hand. Wenn man miteinander spricht und will es wirklich versuchen, dann zieht man es bis zum Ende durch und kippt nicht irgendwann. Und das ist aber auch ausgeräumt für mich. Also es war aber nicht so, dass es jetzt da einen Streit gab, der laut war oder noch schlimmer. Also ganz im Gegenteil. Wir sind auch keine Feinde geworden oder so, sondern es ist halt so, dass dann sehr, sehr klassische hierarchische Strukturen gegriffen haben in meinem Club damals. Ob ich das jetzt gut fand oder nicht, fand ich nicht gut, ist ja klar und muss das aber akzeptieren. Ja, was ich mich halt gefragt habe, ob das nicht an der Tagesordnung ist, dass es diese Diskussion gibt, weil wenn ich mir so überlege, wie oft wir über Potenziale oder Qualität diverser Spieler sprechen, sei es jetzt auf Social Media Plattformen oder sei es dann auch über die Presse, die dann Meinungen ja durchaus auch rausgibt, denke ich mir so, eigentlich müsste das doch für einen Chefscout und einen Trainer eigentlich an der Tagesordnung sein, dass man darüber diskutiert. und ich sage mal so, du beschäftigst dich ja hauptberuflich mit diesen Spielern und bist dann auch überzeugt, dass die passen und ich denke mir jetzt, sollte man sich dann nicht so ein Stück weit auf die Expertise des Fachmanns verlassen können, letzten Endes dann sagen, okay, wenn Sven Mislintat mir diesen Spieler empfiehlt und alle stimmen dem zu, also das ist ja nicht nur Sven Mislintat, der sagt, der Spieler passt, du hast ja vorhin gesagt, da gucken mehrere drauf. Ist das dich dann auch irgendwie so ein Stück weit, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich will eigentlich darauf hinaus, hat dich Thomas Tuchel dann so ein Stück weit, die Kredit ist so viel gesagt, aber hat er dir das Vertrauen als Chefscout so ein Stück weit entzogen mit der Nummer? Es ging ja nicht um eine inhaltliche Diskussion, da gab es ja Zustimmung auch vom Trainerteam, sondern es ging darum, dass wir aufgrund einer inhaltlichen, klaren Meinung dessen Spieler verpflichten zu wollen, alle, inklusive Trainer und Thomas, das umgedreht haben irgendwann. Und da haben wir aber einen Spieler gehabt, der mit Diego Simone kämpfen muss, um aus seinem Vertrag rauszukommen. Und wenn du das machst, spielst du danach nicht mehr und genau das passiert und das habe ich vorhergesehen und da war es mir einfach wichtig, klarzustellen, dass ich da nicht hinterstehe. Also es ging praktisch nicht um die Qualität des Spielers, sondern, okay, verstehe, verstehe. Aber da ist jetzt eigentlich alles zu. Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte es nur einmal komplett verstehen, weil es geht mir jetzt nicht darum, das Bulubar-esk aufzuarbeiten. Auch danach, also jetzt nach der Zeit in Dortmund, gab es aber auch nochmal Kontakt und das ist beruhigt und das ist auch gegessen. Und es gab coole Transfers. Ousmane Dembélé hast du danach noch geholt von Startrennen, Raphael Guerreiro aus Lorient, dann Alexander Isak, kam auch noch, lief jetzt in Dortmund nicht so gut für ihn, aber danach, würde ich sagen, hat er eigentlich schon performt, jetzt bei Real Sociedad. Letzte Saison war wieder ein bisschen schwieriger, aber davor, die war richtig gut. Ja, das ist, da mahne ich zu Geduld. Also das ist am Ende so ein bisschen wie bei uns Wahid. Wenn du den Spieler mit 17 holst, das war bei Alex genau das Gleiche und das ist Wahid halt eben auch gewesen, als wir ihn geholt haben. Er ist kurze Zeit später 18 geworden. Dann ist das ein langfristiger Plan und nicht einer, wo du sagst, der spielt morgen bei Borussia Dortmund oder im Falle von Wahid, der spielt morgen bei uns jedes Spiel 90 Minuten, sondern da ist die Idee gewesen, Wahid zum Beispiel über zwei Jahre zu entwickeln, um Sascha dann vielleicht nachfolgen zu können in einem Jahr. Aber war das dann nicht ein bisschen riskant, weil Sascha ja eben so lange ausfiel mit der Schulterluxation? Wir haben ja Mamouche noch geholt. Also Mamouche war das direkte Replacement und nicht Wahid. Wahid war ein Ad-Hop, also eigentlich so das, was wir ja fast jedes Jahr mit ein, zwei Spielern machen, dass wir sagen, wir versuchen ein, zwei dazuzunommen, um eben proaktiv schon die Werte, die wir verlieren, aus dem eigenen Kader ersetzen können. Also, wenn Orell ginge, wären Armada, Nathé, Milo vielleicht schon diejenigen, die ersetzen könnten. Und Lieder geht ja auch und Castro ist schon gegangen. Armada, Eckloff waren ja eigentlich schon für Castro die Replacements dieses Jahr. Und wir müssen ja immer ein, zwei Jahre im Voraus planen, um die Überschüsse überhaupt generieren zu können, weil es ist ja klar, wenn ich für zwei kaufe, schon ein Jahr im Schatten entwickle, brauche ich nicht ein Jahr später für zehn kaufen, wenn ich einen für 20 verkaufe, sondern habe für zwei gekauft, habe eine viel höhere Differenz. Und deswegen, das ist so ein bisschen der Plan, deswegen auch zwei, drei, vier Spielern mehr als vielleicht üblich für Klubs. Und Timing, darf man halt auch nicht vergessen. Natürlich, natürlich. Wenn du Pech hast. Genau, es geht nicht immer auf, das ist auch klar, aber ist oft aufgegangen. Ja, also bei weit muss man glaube ich wirklich sagen, wenn der jetzt noch mal ein Jahr in Dänemark gespielt hätte, dann vielleicht zweistellig wieder getroffen hätte, wäre es wahrscheinlich für uns nicht mehr zu verpflichten. Das sind übrigens auch nur 3,5, auch wenn die Bild permanent 4,5 oder 5 schreibt, es waren 3,5. Mit Zahlen haben sie es nicht so. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, kann ich an der Stelle sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt mal schnell machen, um zum VfB endlich zu kommen. Ja, ja, ich merke schon. Wir waren doch gerade Lisa, genau. Guck mal, Sven hat überhaupt keinen Stress gehabt, das liegt nur an dir. Also jetzt mache ich das hier so, wie ich es vorbereitet habe. Wir können ja dann abschließen, die letzten waren dann Axel Zagadou und Jadon Sancho. Ja, ich wollte aber jetzt erstmal auf den Sommer 2016 zu sprechen kommen, denn jetzt wird zum ersten Mal, zumindest was ich herausgefunden habe, interessant, denn es gab wohl Angebote von Fortuna Sissedorf als Sportdirektor wollten die dich holen und später dann auch noch vom HSV, gab es auch einen Kontakt, beide Vereine wollten dich, lag es dann am BVB oder an Sven Missentat, dass du letztendlich in Dortmund geblieben bist, respektive in Dortmund bleiben musstest? Zwei unterschiedliche Themen, also bei Düsseldorf war es so, da gab es ja auch noch die alten Konnexionen halt auch zu Uwe Klein, dass ich das durchaus interessant gefunden habe, aber dass wir ein langes Gespräch hatten, Aki Watzke, Michael Zorc und, also vor allem Michael und ich und Michael klar gesagt hat, dass er mich gerne behalten würde und wir das Thema vernünftig aufräumen Thomas Tuchel oder nicht Thomas Tuchel sondern das, was danach eben nicht zum Trainingsgeländer und so weiter passiert ist und wie gesagt ist in Ordnung für mich, passt mache ich nicht HSV fand ich fand ich faszinierend aber das Konstrukt gefiel mir nicht das Konstrukt war Kühne Geld okay Didi Beiersdorfer mag ich sehr war ein sehr gutes Gespräch was mir nicht gefiel war dass ein Berater die Transfers absegnet Volker Struth am Ende die 100 Millionen Sports total damals heute Sports 360 welche Transfers gemacht werden können also sprich ich gehe hin bin Kaderplaner Sportdirektor unter dem Sportvorstand und habe meinen Transfer gehe zu Kühne sage dafür brauche ich Geld und Struth sage Daumen hoch oder Daumen runter das bin ich nicht tut mir leid nachvollziehbar würde ich mal so sagen hat auch nicht ganz so gut funktioniert auch wenn es jetzt Kritik an Volker ist aber es hat nicht wirklich gut funktioniert statt zu wechseln wurdest du im Winter 2017 beim BVB zum Direktor Profifußball gekürt möchte ich fast schon sagen was änderte sich für dich mit dieser Beförderung also ganz konkret also es hat ja mal einen pragmatischen Hintergrund dass ich natürlich als Chefscout jetzt nicht nicht mehr so eigentlich involviert war wie man es hätte sein müssen in der Vorbereitung ja aber ja nicht in den sachlichen eben wie von dir auch besprochenen normalen analytischen Gesprächen über welche Spieler verpflichtet man und welche nicht da ist aber auch ganz wichtig dass in einem so großen Club wie dem wie dem BVB dann zu dem Zeitpunkt Michael aber jemanden dabei hat und dann wurde halt entschieden dass es einen Chefanalysten gab mit Serdar Ayer und einen Chefscout mit Markus Pilawa und ich im Prinzip als weiter Profifußballer denen übergeordnet war so hat man einfach mal im Organigramm da eine sehr saubere Lösung gefunden noch weiter sehr konstruktiv miteinander arbeiten zu können und dann ging es sicherlich auch darum noch die Themenfelder auszuweiten in ein, zwei, drei Themen also Richtung NLZ aber auch Richtung Diagnostik etc. das ein bisschen größer werden zu lassen mit der etwas freieren Kapazität die ich ja dann auch durch die veränderten Rahmenbedingungen hatte ganz grundsätzlich war ich da aber auch schon vorher involviert sondern wir haben einfach ein vernünftiges Organigramm und eine neue Struktur geschaffen um wieder die alten die alten Systematiken wieder einzuführen aber du warst dann schon so die rechte Hand von das war ich ja war ja relativ früh also jetzt unabhängig vom Titel das wird auch immer viel zu groß an Titeln aufgehängt also ich habe ja schon gesagt ich habe mich mit Michael super verstanden er hat mich werden lassen und er hat mir aber auch geholfen zu werden und sehe ihn als richtigen Mentor und Klopp auch und bin mir sicher dass wenn wir uns treffen der Wein schmeckt Sebastian jetzt kommen wir zum VfB also zuerst kommen wir zu den Bayern also denn im Sommer 2017 hattest du erneut die Möglichkeit den BVB zu verlassen zum einen sollen die Bayern angeklopft haben in München solltest du ja den gerade nach Stuttgart abgewanderten Michael Reschke als Kaderplaner setzen aber auch der VfB in Form von Wolfgang Dietrich hat das erste Mal Kontakt zu dir aufgenommen welche Position wurde dir denn damals beim VfB angeboten solltest du zusammen mit Reschke arbeiten oder solltest du der Schindelmeiser Nachfolger werden und warum kam der Wechsel nicht zustande anstelle von Michael Reschke also Moment das müssen wir mal ganz kurz sacken lassen der Michael Reschke war ja die erste Wahl haben wir damals gelernt und du wusstest nichts dazu sagen also ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht wer also ob ich es gewonnen hätte weiß ja keiner es ist ja hypothetisch weil wir es ja nicht zu Ende spielen konnten weil es zeitlich gar nicht passte ich weiß nicht in welcher Art und Weise waren Gespräche mit anderen Kandidaten stattgefunden haben kann natürlich auch sein dass auch wenn ich gekonnt hätte natürlich Michael es trotzdem geworden wäre das kann ja kann ja gut aus durchaus so sein aber der VfB ist auf dich zugekommen ja der VfB ist auf mich zugekommen das war tatsächlich das erste Gespräch mit Wolfgang Dietrich schon zu der Zeit die Konnexion war ja klar also er hat einen klaren Tipp bekommen wer ich bin vom Hannes Wolf der Freund von mir ist und der ja hier Trainer war und der auch richtig das gut gemacht hat und wurde halt angesprochen und fand das durchaus auch interessant weil ich halt mit dem da war die Transferpräude aber noch nicht abgeschlossen also da war ich voll im Jadon Sancho Deal drin voll in dann Axel Zagadou war dann da oder schon davor das Jahr war ich gar nicht nee war beide 2017 hast du Sancho und Akanji Akanji war im Winter war im Winter war zwar schon in Mache so ein bisschen hinter den Kulissen aber das war da war ich nicht mehr da also das waren das waren ja zwei also dann war ein ablösefreier Wechsel und Jadon war war ja also versuchter Stil im Prinzip ich wollte es gerade sagen ja und geglückter Stil also und das das wollte ich unbedingt ich wollte unbedingt noch mithelfen es war nach Tuchel Ära zwei Jahre Thomas Tuchel nach dem Pokalsieg Peter Bosch kam einfach nochmal einen Kader mithelfen zu bauen um dann auch zu sagen okay wenn jetzt was kommt dann hörst du die Sachen auch mal an und hab gesagt für mich kann das ein Thema sein aber erst leider nach der Transferperiode und ich denke das hat dann natürlich relativ klar dazu geführt weil hier man gefühlt hat es muss was passieren in Stuttgart muss er was machen man ist nicht zufrieden mit Jan Schindelmeiser und deswegen war ich kein Thema mehr aber es war schon so dass das sehr ernste Gespräche waren und wir uns das auch hätten vorstellen können wie man ja mittlerweile weiß auch meine Familie Bayern München war das auch ein Thema oder war das eher ein Gerücht ne wir haben schon einmal gesprochen ist natürlich fast unmöglich von Dortmund zu Bayern zu wechseln und hätte ich mir direkt auch schwer vorstellen können muss ich sagen das ist das ist so ein bisschen das was ich vorhin erzählt habe wenn du also zu dem Zeitpunkt gab es zwei Clubs wo du nicht hingehen kannst der eine ist das das Derby in Westfalen es funktioniert halt nicht zu den Blauen zu gehen genauso wie es hier nicht funktioniert zu den Blauen Karlsruhen zu gehen und die Kickers am Ende ja auch nicht ja und interessanterweise alle blau und und eigentlich wenn du jahrelang vor allem einen Gegner hast mit den Bayern ist das schon komisch also das ist das bin ich so nicht also aber Uli Hoeneß sollte ich übrigens schon seit 2011 auf dem Zettel gehabt haben dieses Mal weiß nicht ob das stimmt aber ich traue es ihm zu er ist das schon ein Visionär gewesen also erstmal ist das ein Kompliment muss man auch sagen also wenn wenn sich Bayern für jemanden interessiert dann ist es ein riesen Kompliment vor allem wenn man nicht Ex-Spieler ist also musst du ja schon mal irgendwie was geleistet haben und mich ehrt das auf jeden Fall ich gucke gerade dass Leistung da gesehen wurde und honoriert wird es war wahrscheinlich der Lewandowski der dich bei Uli Hoeneß auf den Zettel gebracht hat oder weiß nicht doch Shinji Kagawa weil das war so die Zeit und da hieß es dass Uli Hoeneß dich praktisch seit 2011 so ein bisschen auf den Zettel hatte und vielleicht dann tja hätte es ja was werden können aber du hast ja gerade geantwortet es wäre keine Option gewesen nochmal ganz kurz zu Schalke es soll angeblich auch mal Interesse vom FC Schalke an deiner Person gegeben haben und zwar kurz nachdem du bei Arsenal fertig warst sage ich jetzt mal so stimmt es oder war das eher Boulevardgerücht weil ich habe es dort gelesen ist nicht komplett weit hergeholt also ich hatte also es es gab schon es gab schon eine Nachfrage dazu aber auch da ist es Michael Reschke geworden tja und was lernen andere Vereine daraus was aber übrigens nicht heißt dass das jemals so weit gegangen wäre dass man darüber gesprochen hätte das zu machen also weder von der einen noch von der anderen Seite weil ich glaube selbst bei den Schalkern nicht nur bei mir wäre ein hoher Respekt davor gewesen wo ich herkomme im November 2017 ganz kurz ich bin auch froh dass es hier es ist deutlich einfacher und angenehmer ja es ist einfach schöner man kann es sagen wie es ist trotz Sprachbarriere das stimmt im November 2017 endeten dann elf Jahre BVB oder ja elf Jahre waren es der FC Arsenal bot dir eine Stelle als Leiter der Scouting Abteilung an in London heißt es natürlich Head of Recruitment viel coolerer Titel ja verwandter mit dem Kaderplaner eher als mit dem Chefscout ja ja aber ist der Unterschied ich meine absolut eine coole Position was hatte Arsenal was die Bayern der HSV Düsseldorf und der VfB zumindest damals nicht hatten oder das habe ich mir auch überlegt wollte Aki Watzke sorry die nationale Konkurrenz nicht freiwillig stärken ach das kann ich gar nicht sagen also erstmal war Aki ja jetzt nicht nicht gerade so großzügig dass er gesagt hätte kann es jetzt mal so gehen also Arsenal hat ja 1,5 Millionen Ablöse gezahlt zum ersten Mal wurde für uns Scout das weiß ich nicht also zumindest mal dass es offiziell wurde also es sicherlich gab solche Deals technische Direktoren oder sonstiges sicherlich auch schon mal vorher das kann ich mir nicht vorstellen dass noch nie Ablöse gezahlt wurde aber also ganz grundsätzlich das aller aller wesentlichste wesentlichste ist dass ich selber zum ersten Mal auch gesagt habe okay jetzt ist jetzt ist eine Zeit elf Jahre mit all dem was Gutes passiert ist auch mit den Verlängerungen all meiner Leute die auch da sehr sehr gute Arbeit geliefert haben die alle da Verträge hatten dann bis 21 also ein komplettes Setup gebaut die Strukturen geschaffen da war es so ein bisschen so und das darf ich echt sagen es gab keinen schlechten Grund im Sinne von mir ist was passiert deswegen muss ich flüchten Thomas war ja zum Beispiel gar nicht mehr da wobei das gar nicht in dem Zusammenhang auch gar nicht mehr erwähnenswert ist wird halt immer so ich war länger da und wir haben uns schon lange eingegroovt wieder in der Zusammenarbeit aller Aki hat sogar öffentlich irgendwann gesagt ey das hätten wir so nicht mit Sven machen dürfen das ist alles gegessen das ist wirklich vorbei aber wenn du elf Jahre was machst und halt auch merkst dass du ganz viel geschafft hast und sich jetzt eigentlich nur der Zyklus wiederholt wir hatten ich finde einen unfassbar guten Kader gebaut wir waren zu dem Zeitpunkt als ich entschieden habe okay ich will das jetzt machen haben wir irgendwie sieben Spiele mit Peter Bosch gewonnen gehabt und waren unangefochten Tabellenführer mit 21 Punkten glaube ich dann spielte Linksverteidiger Zagadou Jaden kam gut rein alles funktionierte irgendwie der Wechsel von Thomas auf Peter sodass ich dachte so ey komm also wenn jetzt was kommt dann hörst du es dir auch an und es war so dass die Spurs auch schon gefragt hatten Arsenal hatte auch auch schon mal gefragt nach dem Champions League Finale aber da dachte ich ey ich kann es jetzt hier mit Klopp mit Michael das ist so eine geile Zeit kannst du einfach gar nicht verlassen aber auch da hatte ich schon einmal mit der Seen gesprochen und und dann kamen tatsächlich erst die Spurs dann Arsenal dann waren die Spurs wieder weg dann war Arsenal weg und dann dachte ich keine Ahnung und dann kam es doch und und mit Arsenal ist es schon eine besondere Geschichte weil als ich anfing in Dortmund dann also ich bin sehr großer Freund davon zu gucken was andere gut machen ab und zu erwähne ich hier die Freiburger was viele Schwaben nicht gut finden dass ich Badenser erwähne aber ich honoriere halt oder akzeptiere dass Leute einen guten Job machen und Dortmunds als ich anfing in Dortmund war die Benchmark im europäischen Fußball für einen sehr attraktiven Spielstil One-Touch auch hohes Anlaufen auch schon Vorform des Pressings war Arsenal und erst recht in der Recruitment-Strategie junge Spieler zufälligerweise auch Franzosen was man mehr nachsagt dass ich die auch vorzugsweise hole was aber glaube ich auch für Japaner gilt und auch für andere Spieler gilt jetzt haben wir einen Portugiesen geholt mal eben kurz last minute aber grundsätzlich das Konzept junge Spieler entwickeln Geld verdienen um den Klub zu entwickeln und das war Dortmunds Aufgabe auch wenn Dortmund sich immer als Käuferklub gesehen hat und das auch mittlerweile wieder gewonnen ist das muss man auch ganz klar sagen war das aber eine Art Benchmark und ich habe da viel hingeguckt wie machen die das was haben die für Strukturen ich habe viel versucht rauszufinden und dadurch dass wir sehr häufig spielten gegen sie in der Champions League mit Dortmund habe ich halt Kontakte auch zu dem einen oder anderen Menschen dort gehabt einer war Henrik Almstadt der mittlerweile bei Milan ist mit Ivan Ghesides der damals der CEO von Arsenal war und Henrik mitgenommen hat und ja und stellt euch das vor da ist Arsen Wenger den ich mit Sir Alex Ferguson als die zwei Granden eigentlich des Premier League Fußball sehe Entschuldigung und dann ruft einer an und sagt das war die Benchmark nochmal ja sagt ich will dich haben also Ivan hat angerufen nicht ja nicht 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 Arsen und dann triffst du dich mit ihm und dann sitzt du bei ihm privat und dann redest du vier, fünf Stunden auf Englisch wenn es mal ganz schwierig wird kannst du mit ihm auch auf Deutsch reden machst du natürlich nicht um die anderen nicht rauszunehmen aus der Nummer und dann sagen die auf einmal wir wollen dich haben wir brauchen dich sogar um das zu machen was sie früher gut konnten und das war einfach so ein Klickmoment wo ich gesagt habe okay das ist das ist mal so was von eine runde Geschichte dann noch Arsen dann noch Premier League dann noch in London leben eine meiner absoluten Lieblingsstädte durchs Reisen ja auch mehrfach dann viele Spiele da gesehen auch viele afrikanische Teams die da immer gegeneinander spielen Länderspiele abhalten Mutterland des Fußballs also all das was du eigentlich denkst das musst du auf jeden Fall dir jetzt mal richtig anhören und hab das dann getan und dann ist sehr sehr schnell der Entschluss gereift dass ich das machen möchte schon alleine einfach um diesem dem umfassbaren Menschen Arsen mit dem zu arbeiten das finde ich also Arsen Arsenal das ist ja 22 Jahre das ist das ist Wahnsinn das ist so eine Geschichte Klopp Übrigens schreibt ähnliche Geschichten finde ich der schreibt ähnliche Geschichten zu einem späteren Zeitpunkt ist auch unfassbar mit dem durfte ich arbeiten dann hast du den besten deutschen Trainer den es für mich je gab wahrscheinlich mit ihm auch in der gesamten Strahlkraft allein wenn er in den Raum betritt und dann Arsen wenn du seine Geschichte kennst was der in Straßburg alles war was der gemacht hat der war Busfahrer Physio hat ihn Spieler getapet weißt du so das sind so Sachen so Werte so Wege mit denen ich mich sowas von identifizieren kann und das war so eine unfassbare Ehre dass ich das dann Gott sei Dank erleben durfte und es zustande gekommen ist ja das ist schon beeindruckend also Arsen Wenger einer der ganz ganz großen wenn ich sogar vielleicht auch was er halt mit wenigen Mitteln mit London erreicht hat also mit Arsenal erreicht hat das ist schon beeindruckend also man darf das vielleicht aus meiner Sicht nicht ganz so vergleichen wie bei Man United weil die vielleicht noch eine andere Basis hatten also es war auch Alex Ferguson auch hervorragende Arbeiten geleistet aber Arsenal war ja schon immer der kleinere Verein der halt wirklich mit wenigen Mitteln und gutem Scouting den großen Parodie bieten musste und wenn du überlegst 2-4 ungeschlagen Meister zu werden also Invincibels ist schon Wahnsinn also unfassbar jetzt ist mir aufgefallen beim Studium für diese Sendung dass du dann in deiner ersten Transferperiode bei Arsenal Spiele verpflichtet hast die wir mehrfach auf deinem Kaufzettel möchte ich mal so sagen sehen 1.12. ging es los für dich bei Arsenal und ich zähle jetzt einfach mal die ersten 3 Transfers auf die du getätigt hast ich hoffe die Daten stimmen jetzt die ich gefunden habe 4.1. Konstantinos Mavropanos vollkommen richtig für 2 Millionen verpflichtet von Giannina ich hoffe ich spreche es richtig aus damals gerade 20 ich spreche es auch so aus ich hoffe auch nicht dann passt es auf jeden Fall 22.1. Henrik Mkhitaryan für 34 Millionen von Man United 31.1. wir erinnern uns alle noch das war ein langes Tauziehen nenne ich es jetzt einfach mal Pierre-Emerick Aubameyang für 64 Millionen von BVB so ist es hinterlegt man sieht also Sven Missintat hat seine Lieblingsspieler das sind alle Spieler die du mehrfach verpflichtet hast ich habe es gerade eben schon gesagt gibt es irgendwas was diese drei Charakter dich verbindet oder ich weiß nicht fütterst du Matchmetrics immer mit denselben Daten und stößt deshalb auf die gleichen Spieler also das ist eine gute Frage aber nein das ist das sind unabhängige Themen also das hat weniger mit Daten zu tun sondern fangen wir mit dem Dinos an Mafropanos ist einfach ist ein Spieler den habe ich schon lange auf dem Zettel gehabt habe ich sogar noch empfohlen auch an Dortmund in der Zeit also ging es Akanji er habe ich gesagt Dinos finde ich auch richtig gut und habe sehr sehr früh gewusst ist eigentlich ein Premier League Spieler und sage auch wenn er sich nicht verletzt hätte wäre er wahrscheinlich auch da geblieben wenn ihr mal Lust habt ich habe verstanden dass du auch Weißkraut hast kannst du dir mal angucken sein Debüt gegen Manchester United was er mit Romelu Lukaku gemacht hat in seinem ersten Spiel ist nämlich auf YouTube und das ist schon ist zur Halbzeit rausgegangen und wenn Dinos nicht so schwere Schambeinentzündungen gehabt hätte in der frühen Zeit glaube ich dass das vielleicht auch eher schon dort stattgefunden hätte Gott sei Dank für uns hatte er Schambeinentzündungen das ist das eine die Geschichte dieses Transfers ist dass wir gesagt haben den nehmen wir und den leihen wir eigentlich in die Championship aus dann hat er eine Woche mittrainiert und hat aller sehen gesagt Sven den leihen ich nie aus was für mich natürlich auch schon mal ein sauguter Start war und dann haben wir dann also Ober war immer ein Thema auch irgendwie bei Arsenal das war jetzt nicht nur meins sondern da ging es so ein bisschen darum eigentlich das auszuräumen was ich vorhin schon erzählt hatte Swarovski Steine ist das ein schlechter Charakter und wir haben ja in Deutschland leider auch das Problem dass wir so häufig dann die Spiele auch kaputt schreiben wenn sie uns verlassen und was die alle scheiße machen und am Ende weinen wir immer rum dass wir solche Ausnahmespieler nicht mehr haben die auch einen Glitzer und Glammer Faktor haben und Ober ist eben für mich das Gegenteil von einem schlechten Kerl ganz ganz das große Gegenteil davon sogar ist ein wunderbarer Kerl und das konnte ich ausräumen und das hat Ober vor allem selbst ausgeräumt im persönlichen Gespräch mit Arsen und wir brauchten genau so einen Typus und ist ja auch nach Theorie Henri der Spieler der mit am schnellsten auch die 100 Tore gemacht hat oder ich glaube sogar schneller als Theorie weiß ich gar nicht das weiß ich jetzt auch nicht aber in seiner Zeit als er kam hat er irgendwie die meisten Tore geschossen glaube ich im ersten halben Jahr oder sowas habe ich auf dem Schirm unfassbarer Einschlag und ja auch bis zuletzt eigentlich und bei Henrik da müssen wir schon sagen der 34er super ja aber wir haben einen Sanchez dafür abgegeben Alexis Sanchez der noch genau an dem Tag 14 Tage einen Vertrag hatte der noch einen Wert hatte danach nämlich ablösefrei gegangen wäre und das war ein Swap Deal also das war ein Deal Mkhitaryan gegen Alexis Sanchez und das war für uns ein Werterhalt von 34 Millionen am Ende des Tages weil Alexis wäre vier Monate später umsonst da hingegangen und hätte drei Tage später hätte zu dem Zeitpunkt schon ablösefrei unterschreiben können also das ist das war eigentlich ein Werterhalt und war ein sehr sehr guter Transfer für uns und das war das war eine Idee von Mino Raiola zu dem Zeitpunkt ich hätte gar nicht gedacht dass es verfügbar ist der leider jetzt verstorben ist und der sein Berater eben ist und den ich eben auch aus der Zeit schon kannte aus Dortmund und ist eigentlich auch zu Beginn super aufgegangen muss man sagen und hat sich dann hinterher so ein bisschen erst mit dem Wechsel zu Emery für Micky in der Wahrnehmung ein bisschen verschlechtert Darüber wollte ich jetzt zu sprechen kommen 2018 war schon eine Art Zäsur für den kompletten Verein Arsenal im April gab Asien Wenger seinen Rücktritt als Trainer Teammanager bekannt im darauffolgenden Sommer endeten dann 22 Jahre ich habe es vorhin schon gesagt das muss man sich einfach mal vorstellen 22 Jahre sieben FA Cups gewonnen ich glaube das ist immer noch Rekord ich glaube ja dann hast du die drei englischen Meisterschaften 2004 in Winthrop unfassbar es kommt Una Emery von PSG nach Arsenal du hast ihn schon angesprochen Ivan Gazidis auch er verlässt den Verein ich glaube nach 10 Jahren im November ich weiß nicht genau wie lange aber lange Zeit dabei gewesen der wurde dann durch Raoul Sané ersetzt man muss aber dazu sagen ich glaube Sané kam schon im Februar 2018 kam kurz der kam also nach der Transferperiode im Januar wo wir halt Micky und Ober machten genau und Dinos kam er wir haben auch abgegeben natürlich in der Zeit wir haben auch nicht vergessen also wir haben schon andere Budgets gehabt also da haben wir auch nicht nur nicht nur ausgeben können wie man sich das immer so erhofft sondern immer das Pech dass ich auch immer Geld verdienen muss irgendwie mit Transfer ist egal wo ich bin wobei es beim FC Arsenal nicht so gut geklappt hat mit dem Geld einnehmen Ja wir haben aber die Zeitpunkte verpasst am Ende zu verkaufen wobei ich das jetzt auch gar nicht mehr komplett beurteilen kann weil es hat ja dann eigentlich für mich nach dem Wechsel zu Emery ja schon in der Wintertransferperiode aufgehört also die habe ich noch mit begleitet und dann habe ich einen Verein verlassen Raoul kam schon dazu das ist richtig und damit waren eigentlich also nicht Raoul sondern vor allen Dingen mit Arsen und Ivan haben im Prinzip oder Ivan haben eigentlich die beiden den Klub verlassen den mich geholt haben es gab einen kompletten Power Change ist auch nicht ungewöhnlich für mich auch in diesem Klub nicht ist ja auch passiert die drei Vorstände die mich geholt haben sind auch alle nicht mehr da der Presi ist ein anderer Gott sei Dank bin ich ja hier erstmal seitdem trotzdem noch da und bei Arsenal war es halt so dass das schon sehr die Strukturen verändert hat das muss man sagen und dann hat man hat man gemerkt dass in diesem Zusammenspiel halt die Approaches wie möchte man Transfers machen wie möchte man einen Klub entwickeln komplett andere sind und dann haben wir uns sehr freundschaftlich aber angeguckt und gesagt pass auf so ergibt das keinen Sinn also ihr wollt in die Richtung ich will in die Richtung und dann trennt man sich eben vernünftig und jetzt ja für mich auch persönlich auch sehr angenehm weil tatsächlich aus dem Nichts im Prinzip wo es überhaupt noch keiner wusste außer nur meiner Frau rief Wolfgang Dittrich erneut an und sagt du Sven wir brauchen wir brauchen wir brauchen ich habe da eine Idee also die hat er dann auch irgendwann sehr schnell erzählt mit dem Thomas aber ich brauche auf jeden Fall einen guten Sportdirektor wie ist denn das da bei Arsenal und da habe ich gesagt woher weißt du das schon ich weiß nichts was weiß ich denn da war ich noch bei Arsenal das war im Januar noch und da hatte ich echt noch keinem mehr erzählt weil ich hatte auch noch gar nicht wir hatten noch gar nicht vereinbart wie wir denn auseinander gehen und wann überhaupt und so und da rief Wolfgang schon und habe gesagt lass uns mal bitte noch nach der Transferperiode warten und dann habe ich das erste Mal dann war ich aber dann schon von Arsenal getrennt habe ich glaube ich Wolfgang und Thomas dann in der Konstellation irgendwo am Flughafen getroffen kann ich mich nicht mehr erinnern und dann noch einmal in Bremen beim Außerheitsspiel du hast gerade eben ja schon gesagt irgendwann war es für dich klar das geht bei Arsenal nicht mehr weiter wir können es glaube ich auch dabei belassen aber es war halt einfach für dich klar das Thema hat sich erledigt da sind jetzt andere Leute da die wollen in eine andere Richtung verfolgen vielleicht auch eine andere Art und Weise wie man Spieler verpflichten möchte man könnte sagen die eine Seite ist dann vielleicht eher so hört auf das was Berater erzählen und die andere Seite ist dann eher analytisch unterwegs und das geht dann nicht zusammen und jetzt sind wir dann wie gesagt bei diesem Thema VfB Stuttgart davor gab es aber noch das Gerücht dass wieder die Bayern angeklopft hätten ja da gab es ganz viele Gerüchte da kann ich Schalke kann ich Schalke Bayern aber auch Ausland und also es war sicherlich auch so dass wenn ich gewartet hätte sich davon auch Themen hätten ergeben können ohne dass jetzt je herausgefunden zu haben also da gab es auch den einen oder anderen Hinweis aber ich muss ehrlich gestehen dass was heißt ehrlich gestehen kann ich ja jetzt Gott sei Dank gestehen oder sagen dass dass dieser Club mich ja damals schon mit dem was hier an Potenzial einfach da ist fasziniert hat weil erstmal ist das ein richtiger Club ja also ein richtiger Club viel schwieriger auch als andere Clubs das hat das Wort Tradition und in diesen Strukturen wie diese Clubs funktionieren leben arbeiten atmen hat das einfach auch ja eine Dynamik die nicht immer super produktiv ist aber sie fasziniert mich weil das ist ja auch nie langweilig nein überhaupt nicht also definitiv definitiv gar nicht so dann natürlich kennst du die die Cannstattat du weißt was da abgeht du weißt wie dieses Stadion auch beben kann du weißt auch trotzdem oder sehr schnell wenn du es vorher nicht wusstest was bruddeln ist das kriegt man auch schnell raus aber mit der gerade zu dieser Zeit muss man sagen war es relativ leicht herauszufinden das stimmt wenn du dann aber auch siehst was möglich ist wenn du wieder Vertrauen zurückgewinnen könntest ist ja immer noch nicht vollständig geschehen das Vertrauen vor allem der umgebenden Industrie mit dem was dann ja Power hinter steckt in dieser Region in Europa eigentlich fast einzigartig wenn man ehrlich ist ja die Voraussetzungen sind eigentlich dann hast du so viele Voraussetzungen wo ich immer dachte wenn wir jetzt hier mal anfangen und richtig alle zusammen eine Richtung dann kann das zu Beginn schwer sein weil das wird dauern weil das wieder zu aktivieren nachdem was hier alles so passiert ist und ja dann leider auch noch nach meiner Ankunft passiert ist wenn man ehrlich ist und auch bis vor kurzem passiert ist was nicht hilft dabei dann geht dir echt was und dann bist du Sportdirektor in einem solchen Club du fängst nicht bei mit allem Respekt bei ich sag jetzt keinen Namen weil es am Ende doch despektierlich ist aber kleineren Clubs zweite Liga irgendwo an sondern du hast die Möglichkeit und du kriegst die auch nur wenn was im Argen liegt nicht wenn es super läuft also du kommst ja nicht Stuttgart und sagst ey ich hol mal hier den Chefscout der gerade gefühlt gescheitert ist in London und mach den zum macht den zum Sportdirektor und das hat mich natürlich gepackt weil wenn du dann auch da wo ich groß werde groß wirst du kommst auch aus Westfalen wo dann an jeder Ecke so ein Club irgendwie gefühlt ist selbst mit Rot-Weiß-Essen lange in der vierten Liga so ein Club ist Packenscheid was weiß ich was alles gibt völlig irre dann fasziniert das und dann packt dich das und dann fängst du an nicht in den Problemen zu denken sondern in den Potenzialen und sehr sehr schnell in den Lösungen für die Probleme und wenn du dann kapierst dass du sowas nur machen darfst also was ja erstmal sowieso schon eine riesen Ehre ist dass du das machen darfst und so einen Club bekommst ja dann da musst du nicht fragen wer bin ich dass ich dass ich dass ich das versuche sondern wer will also das musst du ja nehmen geht ja gar nicht anders ihr könnt ja stundenlang zuhören und ich mach's heute auch ich hol jetzt ganz kurz noch unsere Hörer ab dann machen wir einen ganz kurzen Break für euch geht's sofort weiter aber für uns vielleicht eine kurze Erfrischung wir machen ein kurzes Fenster aufkippt glaube ich genau am 8. Februar endete deine Zeit beim FC Arsenal zwei Tage nachdem du und Arsenal die Beziehung beendeten verlor der VfB Sebastian jetzt hole ich dich wieder mit ins Boot und dich auch ein Stück weit 0 zu 3 in Düsseldorf also da schließt so ein bisschen wie dieses Jahr die Niederlage in Berlin so hat das angefühlt damals das war heftig ja es war das sechste Spiel in Folge ohne Sieg zwei weitere sollten folgen allerdings dann ohne den Sportvorstand Michael Reschke denn der musste am 12. war es glaube ich am 12. Februar seinen Platz räumen Thomas Hitzesberger übernahm den Posten wir haben es schon gesagt Wolfgang Dietrich meldete sich dann bei dir Funk der SOS könnte man so sagen schon vorher schon vor diesem Düsseldorf Spiel ja das muss schon gewesen sein bevor Arsenal bekannt war naja das ist ja interessant das muss ja so machen ja du musst natürlich ein bisschen vorplanen du kannst jetzt nicht den Vorstand rausschmeißen und dann rufst du da an aber der Plan war mehr oder weniger relativ früh klar Thomas Vorstand du an seiner Seite als Direktor sprich das hat sich entwickelt aber dieses grundsätzliche Gespräch kannst du dir das vorstellen das musste ja vorher klopfen das ist ja ganz klar und alles andere ist ja unprofessionell Thomas war mit dabei bei dem ersten Treffen nicht nein da hat er mir auch noch gar nicht gesagt was seine Idee ist also das heißt das hat sich dann auch erst mal entwickelt aus den Gesprächen heraus also klar verstehe aber dann relativ schnell eigentlich nachdem klar war dass ich Feierabend und es war ja fast zeitgleich also 8.12. danach ging es dann richtig los tatsächlich Mitte Februar ging es richtig los hättest du damals auch unterschrieben wenn du gewusst hättest dass der VfB absteigen würde ja also war für dich das war ja also gefühlt war es ja maximal eine 50-50 Chance am 11. April 2019 gab der VfB dann offiziell bekannt dass du ab sofort den Posten des Sportdirektors übernehmen wirst so richtig los ging es glaube ich erst ab 1. Mai aber die Bekanntgabe war eben am 11. April das war kurz vor dem 29. Spieltag ein paar Tage zuvor holte der VfB zu Hause gegen den Tabellen 17 Nürnberg einen glücklichen Punkt das weiß ich noch Osan Kabak hat uns da gerettet und den Spieltag darauf vor Lohmann 0-1 gegen Leverkusen auch an das Spiel können sich alle noch erinnern denn Aska Sieber bespuckte Kai Havertz muss man aber erwähnen das ist ja schließlich dein Lieblingsspieler tendenziös ausgedrückt der VfB stand auf dem 16. Tabellenplatz ja und du warst gerade mal neun Tage Sportdirektor beim VfB ich weiß richtig los ging es erst ab 1. Mai aber es waren neun Tage nach der Bekanntgabe da gab es schon die erste Trainerentlassung Markus Weinzierl wurde nach einem grausigen 0-6 in Augsburg entlassen klar ganz überraschend kam diese Entlassung nicht ich glaube für uns war Markus Weinzierl eigentlich spätestens nach dem 0-3 gegen Düsseldorf so eine Art Lame Duck man wusste das wird wahrscheinlich nichts mehr werden was ging dir damals durch den Kopf nach dem Spiel gegen Augsburg Fakir das ist Cannstatt oder eher Shit was habe ich mir hier angetan ne gar nicht also um es richtig einzuordnen 1. Mai war tatsächlich der offizielle Beginn am wann habe ich unterschrieben 19. oder 11. also laut Webseite des VfB am 11. am 11. 4. ja also war glaube ich auch so ich weiß es nicht mehr ganz genau aber offizielle Start hat immer der 1. Mai also ich habe jetzt kurz vor der heißen Phase hatte ich mal ein dreijähriger das ist auch nicht das ist eigentlich fast eine Feierwert hier bei der Heilfurtzeit der Sportdirektoren Horst Held war der Letzte der es länger geschafft hat als Freddy nicht ja in unterschiedlichen Positionen ok aber Sport er war auch lang da auf jeden Fall Freddy war vier Jahre da glaube ich ja ich habe die Tage sogar da der ist in Dortmund sogar rausgeflogen glaube ich nach dem Spiel in Dortmund war das so das weiß ich nicht mehr ich habe das irgendwie Gefühl dass wir gegen sie gespielt haben im Zweifel war es immer im Zweifel war es immer das Spiel nach Augsburg ja das stimmt aber nur für Trainer glaube ich also egal Fakt ist 1. Mai nee ich wusste auf was ich mich einlasse ich wusste dass das eine echte Herausforderung wird was was den Endspurt der Saison anging ich meine ist ja auch irgendwie komisch wir haben nicht verloren sind trotzdem abgestiegen in den Relegationsspielen das ist ja jetzt gar nicht mehr möglich aufgrund der umgeänderten Regelung was Auswärtstore angeht hat sich komisch angefühlt mit keiner Niederlage trotzdem abzusteigen ich war zu Beginn noch mehr also Passagier ist das falsche Wort wenn du da bist habe ich auch gesagt kannst du es auch beeinflussen kannst du mal zwei Relegationsspiele wo es die Chance gibt in zwei Spielen alles gerade zu biegen da war ich mitverantwortlich ich habe Nico mit ausgesucht möchte aber Nico gar keinen Vorwurf machen das ist Weltklasse gemacht in der Zeit das muss man ganz klar sagen wäre völlig falsch dem eine Verantwortung dafür zu geben und hätte natürlich gerne in der ersten Liga begonnen ist ja klar aber hat vielleicht hört sich im Nachhinein immer einfacher an als es wirklich ist auch dazu geführt dass man einen ganz klaren Cut machen konnte und auch musste so ein bisschen gezwungen war ähnlich wie man in Dortmund anfing als ich begann musste man anders arbeiten als man es gewohnt war und das hat schon geholfen ein Thema aufzuarbeiten hier beim Club Du hast gerade Nico Wittig angesprochen der folgte auf Markus Weinzierl als Interimslösung er selber hat dann den Relegationspokal als Ziel ausgerufen das fand ich eigentlich ziemlich cool du hast es schon gesagt du warst ein Stück weit in diese oder warst voll involviert in diese Entscheidung warum hat man sich für diese Interimslösung entschieden war man sich mit Tim Walter schon einig oder nein gar nicht eins nach dem anderen immer es war glauben wir eine gute Wahl zu dem Zeitpunkt auch wenn es nicht aufgegangen ist weil er gute Einblicke hatte weil er auch eine gute Ansprache hat weil er die Mannschaft auch kannte aus einer Nähe weiß gar nicht warum nicht auch andere Kandidaten wir fanden einfach die Gespräche mit ihm ziemlich gut und er hat es auch gut gemacht dann ihm hat es nicht gelegen muss man ganz klar sagen absolut war voll dabei gute Ansprachen auch bei der Pressekonferenz gehalten was für uns Fans erstmal besonders war weil ich möchte es jetzt auch gar nicht werten aber unter Markus Weinzierl waren Pressekonferenzen für uns Fans wenig gehaltvoll wir haben da wenig mitnehmen können und es war mit Nico Willig gleich was ganz anderes der hat dich komplett abgeholt und das hat man glaube ich auch im Stadion gemerkt dass da ein anderer Support da war was ja dann auch entscheidend sein kann haben wir ja gesehen gegen Köln trotzdem noch mal auf Tim Walter zurück wie weit fortgeschritten waren die Verhandlungen mit Tim Walter als du hierher kamst war da noch gar kein Thema wurde der erst nach dem Abstieg Thema ja also wir haben uns voll konzentriert darauf Nico zu unterstützen voll konzentriert darauf das Bestmögliche aus einer sehr schwierigen Ausgangssituation zu machen und danach haben wir aufgeräumt danach haben wir aufgeräumt und neu gebaut und dazu gehörte auch die Trainerauswahl und Tim war dann schon auch dein Trainer also unser Trainer ja also es ich habe schon mal erklärt es gibt immer wieder widersprüchliche Aussagen dazu aber es gab zwei Spieler die ich extrem gut fand in der zweiten Liga das waren Philipp Klement und Atakan Karasor fürs Mittelfeld weil ich da eine Hauptbaustelle gesehen hatte für uns dass wir da viel viel erledigen müssen und Atta ist in der Lage halt einen stehenden Sechser zu spielen was nicht mehr viele können im Profifußball was aber eigentlich fast alle großen Mannschaften haben die Titel gewinnen ja und wenn du was erreichen willst dann ist es auf jeden Fall sehr wertvoll so einen Spieler zu haben und Philipp Klement war natürlich in der zweiten Liga ein absoluter Unterschiedsspieler bei Paderborn die habe ich schon also die habe ich eigentlich schon kontaktiert zum Zeitpunkt wo ich noch gar nicht offiziell beim Klub war so Atta kannte ich ja auch noch aus der Dortmunder Zeit und Philipp Klement beobachtete ich schon ziemlich lange und habe natürlich mich schon im Februar komplett mit der zweiten Liga auch beschäftigt um sie A zu verstehen aber B auch für Portfolio für Spieler natürlich ausgezeichnet wenn du VfB Stuttgart bist und eben in der Situation bist in der du bist und das Portemonnaie hast was du hast und habe Atta geguckt und spielte halt in Kiel und Tim war halt seinen Trainer und da fiel halt auf was für einen extrem progressiv offensiven Fußball der spielte und wir haben das ja mal gesagt als wir uns zusammengesetzt haben und wie kannst du diesem Klub eigentlich wieder seine Identität geben muss natürlich da anfangen wo man sich auch mit identifizieren kann und was war denn das und das war auch damals auch in den Eröffnungspressekonferenzen sehr klar gesagt magisches Dreieck Junge Wilde ich finde auch die Zeit der Günter Schäfers mit der Mentalität und was dazu gehört und wenn wir natürlich diese drei Elemente zusammen kriegen könnten dann haben wir auch eigentlich das Perfekte erreicht und Jung Wild ist irgendwie auch gegeben durch Ressourcen passt aber auch zu uns natürlich auch dazu dass Thomas Hitzelsberger und vor allem auch Markus Rüth als so lange im NLZ mitarbeitend das auch super verkörpern und auch verstehen was dieser Klub ist und auch ich habe das immer verstanden genauso wie ich die Ammers immer verstanden habe ja das ist ganz wichtig Dortmund ist es ja auch ganz ähnlich übrigens hat auch eine Tradition aber Stuttgart noch mehr und wie viele Spieler hier aus Stuttgart 2 entstanden sind das ist brutal hinterher also das ist ja irre und für mich auch nie verständlich gewesen dass man diese Kultur aufbrach und sogar darüber nachdachte die zweite Mannschaft das meine ich und das war ja auch die Konsequenz dadurch dass man so gedacht hat sind sie ja abgestiegen in die Oberliga das war ja das war ja gar nicht mehr anders machbar und das alles aufzuräumen und zu verbinden war wichtig und wie gesagt Atakan Karasor das Thema damit wir den Bogen wieder finden und da hat man halt gesehen wie Tim spielte und dann hat man in der Konstellation Tim Walter Rainer Wittmüller der Tim extrem progressiv aggressiv offensiv denkend Rainer Wittmeier mit Pal Dardai defensive Struktur die Themen die Tim vielleicht noch nicht so hatte Absicherung gerade Restverteidigung ein Riesenthema bei Tim wo du dachtest das ist irgendwie ein cooles Match wenn die jetzt anfangen sich richtig zu verbinden daraus was Gemeinsames zu entwickeln könnte Spaß machen das könnte was werden hat ja auch zu Beginn Spaß gemacht müssen wir sagen ja also das Hauptsatzspiel gegen Hannover ist glaube ich unvergessen also nicht nur wegen des kapriolenhaften Wetters sondern auch wenn man gesehen hat wie dann hinten rum gespielt wurde was der Torwart leisten musste und dann noch da ging man ins Stadion und danach ging man raus und dachte wow das könnte richtig coole Saison werden man muss auch sagen Tim hat auch oder wir mit Tim haben auch Pech gehabt in bestimmten Phasen lass uns nun mal die beiden Spiele WNVs Baden-Württemberg in Kiel nennen die Statistik habe ich mir ja extra das ist ja völlig irre das ist ja völlig irre dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat das ist eigentlich unmöglich und das ist schon etwas was genagt hat dass wir auf einmal so eine Phase hatten dann natürlich mit diesem krassen Spiel in Hamburg mit den individuellen Fehlern von Kempfi und von Maxima Wutscher Schiedsrichterfehlentscheidungen auch und top ich meine auch das Hamburg Spiel das war ja schon die Phase wo wir die mit den fast 4-5 Spiele wo wir nicht gewonnen hatten oder verloren sogar und dann ist natürlich aus einem sehr sehr guten Beginn schon eine Struktur entstanden die wo wir dann auch nicht mehr oder auch Tim nicht mehr so klar in seinem Plan war und wo dann die Älteren mehr spielten die gar nicht sein Spiel so spielten wie er es wollte und da waren zu viele Kompromisse und deswegen ist das so immer mehr Richtung Winterpause war ja auch eine ganz schwierige Entscheidung zu sagen schmeiß den Trainer auf Platz 3 raus nicht auf 7 auf 8 auf Platz 3 und das auch zu einer Zeit wo du denkst boah machst du eigentlich nicht aber waren halt komplett davon überzeugt dass wir diesen Trend nicht umkehren können also das war in den letzten 10 Spielen war es ja wirklich wenig was wir da geholt hatten lebten ja sehr von dem sehr sehr starken Beginn wo wir ja ich weiß nicht 5-6 Punkte nach Bielefeld glaube ich vorne waren ich glaube hatten wir 22 Punkte nach weiß ich nicht wie viel Spielen und ja das war das war ein sehr cooler Ansatz wir haben es halt nicht hingekriegt den so durchzuziehen dass wir es gemeinsam hätten schaffen können heute muss ich sagen wünsche ich Tim wirklich ich fand es schade weil ich fand Hamburg hat es jetzt nach der Zeit verdient ja ich hab ich kann jetzt Hertha ist auch ein geiler Club in der Bundesliga aber wenn du so lange da unten bist und das war jetzt das vierte Jahr von HSV vierte? ja vierte Jahr ja 2007 ja vierte Jahr ja genau vierte Jahr schon schon krass also schon krass und wünsche ihnen alles Gute also da ist auch nicht irgendwie dass einer im Schadenfreude oder so zurückblickt sondern wünsche Tim einfach nur alles Gute mit dem HSV und dass sie eine coole Saison spielen und es hoffentlich dieses Jahr packen fürs Protokoll ich gucke sehr gerne Tim Walter Fußball also wenn wenn ich die Wahl habe ein Zweitligaspiel you name it egal wer oder der HSV mit Tim Walter nehme ich immer Tim Walter weil da ist was los also da gucke ich gerne zu es ist immer geil jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückspringen und zwar kurz nach dem Abstieg also inwieweit hat denn dieser Abstieg dein Projekt hier beim VfB ein Stück weit gebremst auf was für dich hinaus kannst du Spieler nennen die im Falle des Klassenerhalts gekommen wären aber aufgrund des Abstiegs zum Beispiel abgesagt haben oder möchtest du die überhaupt nennen ne weil du kannst in dem in dem Komplex kannst du nur die Spieler verpflichten die für beide Szenarien ein Commitment geben und das waren halt die die wir sehr früh verpflichtet haben Matteo Klimowicz Philipp Klement Atakan Karasor Fabi Brettlow haben wir relativ schnell verpflichtet glaube ich diese Hausaufgaben wo du genau weißt die kannst du in beiden Szenarien super gebrauchen die absolute Unterschied Spieler in der Liga 2 waren und die Chance auch in der Liga 1 wahrnehmen können die aber natürlich wenn du wenn du absteigst auch einen absoluten Unterschied machen können in Liga 2 und dir helfen aufzusteigen das heißt du fragst dann erstmal den Spieler kannst du dir auch vorstellen für uns in der zweiten Liga zu spielen wenn der sagt nee für mich kommt nur die erste Anfrage dann ist das Gespräch eigentlich erstmal beendet nicht beendet aber vertagt zumindest bis man klar hat wo man steht und es gab auch dieses Jahr schon Gespräche mit Spielern die wir geführt haben wo nicht hundertprozentig klar war erste oder zweite Liga würde er machen auch zweite Liga da muss ich sagen kann ich nur den Waldemar Anton loben der ganz früh gesagt hat mir ist egal wo ihr spielt ich bin euer Mann und das ist mir natürlich lieber ist ja ganz klar weil es ein ganz anderes Commitment ist habe aber auch Verständnis für Spieler die vielleicht im mittleren Alter mittleren 20er Jahren sagen ich habe jetzt drei Jahre zweite Liga gespielt und will jetzt irgendwie auch mal erste Liga spielen wenn ich Angebote habe und will das gucken wo ihr landet das nimmt man dann nicht persönlich oder darf man dann auch nicht da muss man die Jungs auch ein bisschen verstehen aber wenn ich es mir aussuchen kann ist ja ganz klar was ich mache dann nehmen wir immer den der für beide Szenarien 100% für den VfB kicken will was ich noch thematisieren möchte sind die Abgänge die es dann gab ihr habt ich sage mal Platzhirsche gehen lassen die Verträge wurden nicht verlängert Andy Beck Dennis Haogo und natürlich auch Christian Gentner der ja dem hat das glaube ich nicht so viel Spaß gemacht zu dem Verein verlassen musste war das dann auch so ein Stück weit oder anders gefragt habt ihr das getan um wirklich bei Null anfangen zu können oder welcher Gedanke steckte hinter diesen Entscheidungen sich von diesen Spielern zu trennen beziehungsweise die Verträge nicht zu erneuern also ganz grundsätzlich geht das ja mit einer wirtschaftlichen Konsolidierung einher ich meine wir müssen uns auf der Zunge zergehen lassen in dem Abstiegsjahr 2019 haben wir die Daimler Millionen investiert wie viele waren das 40, 50 weiß ich gar nicht 42 Millionen und wenn ich mir das heute angucke nicht in Infrastruktur weil wir haben dann noch relativ viel abzuarbeiten was Trainingsgelände angeht was Kraftraum angeht etc sondern in Beine und einhergehend mit Gehältern über mehrere Jahre also drei bis vier Jahresverträge ohne Malus teilweise in der zweiten Liga wie du sagen musst Respekt und Anerkennung wenn du das schon mal erlebt hast genau Malus heißt in dem Fall die Spieler kriegen die gleiche Punktprämie oder die gleiche Prämie auch pro Tabellenplatz egal ob es Platz 10 in der ersten oder in der zweiten Liga ist genau das ohne das ohne ist das entscheidende Malus wäre genau eben runterzufallen also eine klare Reduktion die ist heute in jedem Vertrag drin eine ganz klare Reduktion also ganz klares Prinzip also ungefähr 60% des Grundgehalts zweite Liga von der ersten Liga das heißt quasi ein finanzielles Sicherheitsnetz im Fall des Abstiegs und das muss man das finden wir muss man eigentlich gelernt haben wenn man schon einmal abgestiegen ist das war nicht der Fall in den meisten der Verträgen gerade in denen und dann ist es erstmal wirtschaftlich total wichtig dass du ja diese Mindereinnahmen die du deutlich hast in der zweiten Liga und da muss man sagen da hat der Daimler immer maximal geholfen weil der nur sehr sehr wenig Reduktionen hat in der zweiten Liga also ohne das wäre das extrem schwierig geworden aber wir haben waren dann natürlich gezwungen viel zu verkaufen zum einen haben das erstaunlich gut geschafft finde ich wir haben extrem gute Preise generiert für die Viererkette die eigentlich abgestiegen ist also die hat 35 Pavard Timo 10 Kabak das Geld was er gekostet hat wieder zurück da haben wir schon richtig Geld eingenommen und das ist erstmal das Erste was da losgeht und das Zweite ist ich wenn du sagst du bist oder willst jung und wild sein und du willst neu bauen und du nimmst diesen Cut Zweite Liga zu spielen auch als solchen an um das eben jetzt auch umzusetzen dann kannst du nicht hergehen und sagen ich verlänge jetzt drei meiner weit über 30-Jährigen das funktioniert einfach nicht und das nächste ist das ist übrigens genau das gleiche bei Gonzalo am Ende wenn du denen jetzt erklärst du musst also das ist nicht böse von den Jungs aber das ist einfach ich habe verdient und im Fußball ist es so je länger ich dabei bin desto mehr verdiene ich und irgendwann gehe ich von diesem Status auch nicht mehr runter und wenn du dann vom Status nicht nur ein bisschen runter gehst sondern den richtig killst auf ein bestimmten ich sag mal auf die Hälfte was immer noch gutes Geld ist dann sagen die du willst doch gar nicht verlängern das heißt es ist nicht böse sondern es ist eine Kultur im Fußball so und das macht auch nicht jeder mit und dann musst du dir sehr gut überlegen biete ich überhaupt was an um ihm gegebenenfalls auch ins Risiko zu gehen dass sie sich beleidigt also nochmal das ist nichts gegen die Jungs dass sie sich beleidigt fühlen weil sie denken ich kriege das doch woanders sie fühlen sich weniger wertgeschätzt genau was soll das ich kann das sogar in gewisser Weise nachvollziehen wenn jetzt einer kommt und morgen zu dir sagt Rikki ist schön dass du hier bei mir arbeitest aber ab übermorgen gibt es nur noch die Hälfte wieso in der normalen Arbeitswelt ist es ja so dass du mit jedem Jahr quasi mehr verdienst aber klar als Fußballer sinkt deine Leistungsqualität natürlich mit zunehmendem Alter das ist ja auch normal so es ist aber auch so dass du zu Beginn meist unterbezahlt bist wenn du ein richtig guter Performer bist dann bist du trotzdem auf deinem ersten Vertrag auf deinem zweiten Vertrag und kannst wenn du jetzt jedes Jahr wechseln könntest viel viel mehr verdienen also das heißt das gleicht sich schon irgendwo aus aber es ist natürlich als Club der Absteig brutal schwierig das anders aufzuräumen als eben halt auch Verträge auslaufen zu lassen und jetzt mal ganz unabhängig der Personen die wir natürlich wahnsinnig schätzen also mit Gente und mit dem Beck vor allem das ist ja super Jungs ist es was das war total schwer ich meine ich komme jetzt bin Sportdirektor und das erste was ich mache ich spreche mit dem Mahogo ich spreche mit dem Beck ich spreche mit dem Gendner und sage geht nicht möchte nicht die haben mich gar nicht richtig gesehen weil Thomas war ja noch auf der Bank und ich war ja in der Regel oben also das war ja zu dem Zeitpunkt haben wir ja entschieden das noch nicht zu switchen und das war natürlich nicht lustig also kommst du hin und musst erstmal der Legende sagen äh time to say goodbye tschüss also nicht lustig als junger Sportdirektor und dann hast du natürlich ähm und dann musst du halt zusehen dass du ähm dass du eine komplett neue Struktur baust wir haben 19 Transfers rein und raus gemacht am Ende glaube ich 38 wenn ich es noch recht im Kopf habe und haben eigentlich die Mannschaft gebaut die dann fast zwei Jahre relativ konstant nur mit dem einen oder anderen Ätton und den Spielern die dann halt ausgelaufen sind wie Mario nach dem Aufstiegsjahr der dann aufgehört hat eigentlich mit zwei Jahren fast mit der gleichen Mannschaft gespielt natürlich auch mit dem Abgang von Santi und so und von den Zuhör ja aber in der Grundstruktur der ersten Elf plus der Haupteinwechselspieler sind wir gleich geblieben und haben dann im Erstliga-Jahr dann halt einen den haben wir dazugeholt die noch nicht geliehen waren Dinos war dabei glaube ich schon dann auf Laie äh im ersten Zweitliga-Jahr im ersten im ersten Erstliga-Jahr ach so da sind wir jetzt ja da war Dinos dabei Dinos, Waldemar, Anton das waren die einzigen bei Tons wir als Dinos gemacht haben war halt das Thema genau für dich ja genau und nee das ist der Plan ist dann aufgegangen also ein bisschen mit dem haben wir mal gesagt Ritt auf der Rasierklinge ist aber haben wir auch gelernt mittlerweile in den letzten Jahren Zweite Liga sowieso immer egal was du machst und aber mit der klaren Idee dass du da Jungs hast die da auch durch diese harte Schule gehen um dann eben auch ihre ersten Entwicklungsschritte so richtig zu machen ich meine das muss man nochmal sagen wir haben jetzt natürlich hauptsächlich über Denisa Ogo gesprochen Andi Beck Michael Gentner äh Christian Gentner sorry ich verschwör aber Michael ist jetzt mittlerweile auch weg am Ende ein paar mehr noch Ron-Robert Sieler das würde ich gerade sagen insgesamt habt ihr 22 Spieler gehen lassen war das von dir auch so ein Stück weit eine Wertung äh ja für für die Arbeit deines Vorgängers oder deiner Vorgänger dass kein Spieler eigentlich den Ansprüchen genügte oder das Paket nicht passte ne also das hatte also ich weiß dass es das sehr häufig gibt aber ich glaube wir haben sowohl ich als auch Thomas als auch hinterher Rino dann sehr sehr gut gezeigt dass wir klar nach Qualität bewerten also man hat einfach am Borna und am Nico gesehen dass das schon Spieler mit Qualität sind ob die dann schon 10 Millionen kosten müssen das was sie gekostet haben zu der Zeit ist eine andere Frage und wie dann ein Spieler funktionieren muss wir hatten ja drei Transfers in dieser Kategorie also es war Nico glaube ich Maffeo und Borna die fast 30 Millionen glaube ich verschlungen haben ungefähr oder 28 ich weiß nicht wie nachgeguckt um ehrlich zu sein die aber natürlich in diesem ersten ja fast nichts dazu beigetragen haben beziehungsweise ganz wenig beziehungsweise komplett rasiert waren ich meine Borna und Pablo weiß ich gar nicht was die zusammen an Spielen gemacht haben und Borna war auch oft verletzt muss man sagen und bei Pablo Maffeo da hatte ich mal das Glück dass ich mich mit seinem Instagram Account unterhalten durfte ich weiß nicht ob er den selbst verdreut deswegen sage ich das nur so der macht es halt ganz klar an Markus Weinzierl fest ja und ich vielleicht Borna auch weiß ich nicht am Ende aber ist ja auch egal Fakt ist normalerweise wenn du dann kommst sagst du wie kann denn das sein also wenn du so ein bisschen so denkst und dann geht es aber darum eben das finde ich fast schwieriger als eigene Spieler zu holen und zu entwickeln und besser zu machen oder oder überhaupt ins Bundesliga-Geschäft zu bekommen finde ich weil die Spiele haben ja einen Vertrauensverlust du holst die als Top-Neuzugang du sagst denen ja ich will total offensiv spielen Wingbacks und hab richtig einen offensiven Gedankengut und dann kommen wir und dann spielen wir eigentlich genau das Gegenteil wo die überhaupt gar keine Qualitäten für haben die definieren sich durch Offensivaktionen also wenn du Borna jetzt als ein Insur nicht als Insur haben willst aber als einen geblockten Elfer haben willst ist nicht seine Position er spricht auch nicht seinem Naturell und es ist auch nicht seine Qualität sondern seine Qualität ist halt marschieren flanken eins gegen eins Ballsicherheit Spielaufbau etc. und muss ihm halt defensiv beibringen Aber ganz kurz hat der Kaderplaner da nicht einen Fehler gemacht? Das kann ich nicht sagen also ich weiß ja nicht wie sie spielen wollten ich war nicht da möchte ich auch gar nicht sondern wichtig ist dass du einfach sagst okay das sind Potenziale die sind da die liegen jetzt brach und wir wissen alle was die Leute über Nico gesagt haben nachdem er im Abseits stand beim Tor vom Dennis beim Freistoßtor hätten sie alle für eine halbe Million mit der Schubgarie irgendwo hingefahren ich nicht nein ich nicht aber einige schon sorry das muss ich sagen das muss man auch immer wieder sagen weil ich möchte es einfach nicht so stehen lassen weil ich es total fehl am Platz finde in so einem Moment ausgerechnet dem jungen Neuzugang aus Südamerika mehr oder weniger den Abstieg in die Schuhe schieben zu wollen und das wurde da gebe ich absolut recht zu oft getan damit da redest du mir aus der Seele das ist ja das was ich über die Jungs über unsere jungen Jungs ja genauso sage das sind nicht die die eine Verantwortung für eine schlechte Hinrunde tragen oder für eine schlechte Rückrunde sondern das sind die die eigentlich als Leistungsträger eingeplant sind das ist der Nico nicht und das ist genau der Themenkomplex aber du kannst dir sicher sein dass es genug gibt die als erstes sagen die können alle nichts die der Reschke geholt hat die haben jetzt mal alle vom Acker und das ist nicht das machen wir nicht Punkt sondern wir gucken uns in aller Ruhe an was können die Jungs und versuchen die besser zu machen Gott sei Dank haben wir es gemacht weil wir haben die für 10 gekauft die haben sich auf eins runter entwickelt und jetzt stehen sie irgendwo bei Nico haben für 23,5 verkauft plus Boni und Borna steht irgendwo rund um 25 wahrscheinlich in einer realistischen Markteinschätzung und man stellt sich vor man hätte das weggegeben und was ich damit sagen will das ist eigentlich schwieriger weil du bei Minus anfängst als wenn du die Spieler selber holst das ist ein Riesenunterschied viele sagen das hat der gemacht und der gemacht vor allem Rino ein Riesenanteil daran dass diese Jungs sich richtig weiterentwickelt haben und wir aber auch mit der gesamten Kultur die wir versucht haben im Club zu bauen haben denen auch eine Heimat gegeben wo die sich wirklich entwickeln können wo man die mal in seinen Stärken akzeptiert auch in ihrem Charakter akzeptiert dass man dass Nico auch ein bisschen loko ist ja ist musst du akzeptieren dafür gibt er dir aber auch etwas was ganz speziell ist auf dem Platz und bei Bonner das gleiche du weißt dass er nicht wie Dinos einen Defensiv Zweikampf führen wird aber dafür schneidet er die Dinge halt mit links so in den Raum rein dass jeder der ein bisschen Kopfball spielen kann das Ding rein nickt wie mein Kumpel Tobias Beuerle der mich immer angeschossen hat als ich Stürmer war so macht das Boas auch also wenn er einen Stürmer braucht ich mach's du hast gerade eben über Verpflichtungen gesprochen und da bin ich sofort hellhörig geworden denn wenn man schaut wen du geholt hast wenn man die Namen mal so durchgeht also nicht alle aber so ein paar die du praktisch in der ersten Transferperiode beim VfB geholt hast Gregor Kogel Pascal Stenzel Nathaniel Phillips Vataru Endo Nico González Atakan Carazor Nico Nathai Ich war schon beim nächsten Spieler Orel Mangala den hast du nicht geholt aber du hast verhindert dass er nach Hamburg den habe ich aber schon mal geholt nach Dortmund das war aber auch der Schlüssel um ihn überhaupt behalten zu können weil Orel hatte schon mit dem mit der Laie nach Hamburg abgeschlossen mit dem Klub also mit dem was ihm passiert ist als junger guter Spieler und dann kam Gonzalo der ihn als wir auf Schalke gespielt haben habe ich mich mit ihm getroffen und lange mit ihm gesprochen und da konnten wir es Gott sei Dank für uns drehen deswegen habe ich ihn erwähnt weil auch da musstest du praktisch aktiv werden um den Spieler wieder vom VfB zu überzeugen dann hast du Philipp Förster geholt Darko Shulinov Silas den hattest du schon im Januar für Arsenal auf dem Zettel das ist falsch das hast du mal erzählt nein habe ich das erzählt ja ja das hast du wo habe ich denn das gehört das hast du beim Doppelpass erzählt mit Thomas Helmer da hast du gesagt hattest du schon zur Zeit als du für Arsenal noch tätig warst im Januar auf dem Zettel ja ok aber nicht zu verpflichten aber er ist aufgefallen das stimmt jetzt muss ich noch eine Ratnotiz weil ich habe Wataru und du vorhin erwähnt da habe ich gelesen dass du den schon mit 17 Jahren auf dem Zettel hattest also nicht du warst 17 sondern Wataru war 17 mit 17 nicht aber ich hatte ihn schon das erste Mal auf dem Zettel in Japan für Dortmund ich weiß gar nicht wie alt er da war der ist ja jetzt erst 30 also ist er schon 30 ist er noch 29 ich glaube oder ich bin auch noch 29 ich weiß wie das läuft jahrelang ist man 29 du guckst das Gute ist der spielt so lang wie Hasebe für uns das habt ihr hier zuerst gehört so machen wir weiter er ist nicht 1893 geworden aber 1993 also er ist 29 im Februar geworden genau weiter geht's und es wird noch besser Sascha Kalajcic hast du geholt konnte keiner wissen dass er sich so schwer verletzt aber dass er was drauf hat können wir jetzt sehen Roberto Massimo hast du vorzeitig aus Bielefeld zurückgeholt und jetzt nehme ich den nehme ich einfach so noch mit dazu damit was rund machen können aber ihr merkt schon wenn ich das jetzt so aufzähle das ist eigentlich eine Mannschaft mit der du in der Bundesliga starten könntest da ist jetzt keiner dabei wo ich sagen würde der hat da nichts zu suchen in der Bundesliga das ist alles das ist Qualität durchweg Qualität und die aufgezählten aufgezählten kosten zusammen kosteten damals zusammen 15 Millionen Euro für den VfB Leihgebühr Kobel und Endo Philips habe ich jetzt einfach mal so übernommen und nicht die Transferwerte das zeigt ja dann schon wo die Richtung hingeht mit dir kann man sagen also einfach Potenziale erkennen ja also das liest sich einfach geil das ist ein Kompliment das will ich dir jetzt eigentlich gerade noch machen hab ja auch ein Lächeln ich finde es halt einfach beeindruckend ja also was da gekommen ist in diesem ersten Sommer und was eigentlich die meisten Spieler spielen noch hier ja und wir haben immer noch was von denen also das ist schon das ist schon ziemlich cool würde ich sagen Sebastian du bist Sven immer noch ein bisschen böse darüber dass Santi Ascaciba den Verein verlassen hat ja persönlich und aufgrund der Persönlichkeit seiner Spielweise schon aber aufgrund des Geldes was dann in die Kasse gekommen ist kann ich da ein Auge zurücken glaube ich weil das war ja dann schon ganz okay und im Nachgang sogar richtig Gold wert weil das ja kurz vor Corona war das war 10,5 Millionen die wir ich glaube bis heute knapp dafür bekommen haben das war schon ich fand es eher faszinierend dass viele gesagt haben du musst das Geld ausgeben so hol den Terod wir müssen aufsteigen so weil wir waren ja nur Dritter und ich halt gesagt habe ja aber Moment mal wir haben Mario noch Mario was ist dann und Hamadi haben wir auch noch und Kalajcic wird auch irgendwann gesund und das ist ja das ist immer ganz lustig viele sagen immer du musst ja auch gut wirtschaften und die andere Wahrheit ist aber auch wenn ich nicht aufsteige und gebe das Geld nicht aus sagen alle bist du bescheuert aber man ist es nicht ausgegeben klar am falschen Ende also kann ich auch kann ich auch jeden verstehen der irgendwann sagt okay ich haue die Kohle einfach immer raus wenn ich genug habe weil dann erhöhe ich irgendwie die Wahrscheinlichkeiten und Gott sei Dank haben wir es damals nicht gemacht haben uns entschieden ein paar Kleinigkeiten umzubauen am Trainingsgelände ein paar Renovierungsmaßnahmen vorzunehmen in der Kabine und so und den Rest erstmal auf die Seite zu legen um eben und das ist halt auch schon das was ich finde was uns auszeichnet also mit Thomas damals mit Markus meiner Wenigkeit dass wir gesagt haben okay es gibt halt nie eine Gewissheit aufzusteigen also jetzt auch völlig egal ob du noch Simon zu dem Zeitpunkt holst oder nicht es gibt keine Gewissheit lass uns doch die Kohle mal packen weil das bedeutet wir können weil die Gehälter hätten sich ja nochmal reduziert mit auslaufenden Verträgen wenn es ein zweites Zweitliga-Jahr gegeben hätte und wenn du dann nochmal zwölf Millionen investieren kannst was in der zweiten Liga natürlich Monstergeld ist für Transfers dann hättest du halt auch in der zweiten Liga gut weiterbauen können und das ist so haben wir eigentlich gedacht zu dem Zeitpunkt ja Gott sei Dank sind wir aufgestiegen und Gott sei Dank haben wir es behalten weil das echt den ersten die ersten Monate von Corona echt gerettet hat muss man sagen oder sehr geholfen hat die besser zu überstehen und ich möchte es nochmal erwähnen wir haben es zwar vorhin schon mal kurz angerissen aber man darf nicht vergessen ihr hattet ja auch wirklich absolute finanzielle Schwergewichte noch im Kader Holger war mit Sicherheit an erster Stelle dann hast du Insua gehabt der auch keinen günstigen Vertrag für sich ausgehandelt haben dürfte Gonzo Castro hat viel Geld verdient Dani Di Davi hat damals glaube ich auch noch einen ganz guten Vertrag gehabt und natürlich Mario Gomez den hast du schon erwähnt also das musst du ja auch so im Hinterkopf behalten und mit diesen Spielern bist du ja dann auch in Corona gegangen also da kannst du wirklich froh sein dass du da noch einen Puffer hattest denn viele Vereine hatten den glaube ich nicht da ging es dann um um Tage bei manchen wenn jetzt der Spielbeginn wieder einsetzt um dann eben die TV-Dranche die letzte zu bekommen ich glaube ganz so schlimm war es beim VfB nicht oder war der auch ein Verein der mehr oder weniger wenn es diese letzte Tranche nicht gegeben hätte Überlebensprobleme bekommen hättet? Ne Überlebensprobleme jetzt nicht aber es ist schon also stell dir vor das bricht halt alles weg das macht halt keinen Spaß also das sind Einnahmen das Tagesgeschäft die du normalerweise sicher kalkulierst also wir wären ja sicherlich in dem Zweitliga-Jahr auf wahrscheinlich einen neuen Weltrekord rausgelaufen hätten da denke ich mal wir waren ja glaube ich unterwegs dass wir den Rekord aus dem Abstiegsjahr davor nicht davor so was war es 16 das Abstiegsjahr als erster ja 15, 16 ja genau dass wir den Rekord aus der zweiten Liga gebrochen hätten das war der Schnitt und wenn dir diese Einnahmen fehlen jetzt auch mal das ist eine Million sein pro Spiel dadurch dass du runter gehst ja aber das Problem war ja damals dass Sky beziehungsweise die V-Anstalten nicht zahlen wollten solange keine Spiele stattfinden und da ging es ja noch um dieses eine Spiel vor der Corona-Pause das muss jetzt noch gespielt werden das war den Bayern ganz wichtig allen war es ganz wichtig und das meinte ich jetzt eigentlich damit also da gab es ja Vereine das habe ich nicht mehr im Kopf um ehrlich zu sagen aber da gab es ja eben der Vereine also Schalke war da zum Beispiel einer der ja relativ früh signalisiert hat ey wenn ihr uns jetzt nicht helft in irgendeiner Art und Weise ist hier der Laden dicht ja aber das ist ja klar guck mal da gehen die Haupteinnahmequellen gehen flirten also ich meine Fernsehgeld ist 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 ein ist ein Riesenanteil des Etats plus Zuschauer wenn die beiden Sachen weg wegfliegen hast du keine Chance aber auf Schalke war es glaube ich so dass das Geld schon ausgegeben war nicht nur einkalkuliert sondern auch ausgegeben wurde kann sein also so schlimm war es bei uns Schwaben natürlich nicht natürlich nicht muss man dazu sagen bevor wir jetzt über die Mission Wiederaufstieg weitersprechen wollen oder die zusammenfassen wollen ich ja ich denke schon ich denke es ein bisschen ein möchte ich dann doch noch ganz kurz über den 14. Juli sprechen da fand eine mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung statt beim VfB Wolfgang Dietrich stolperte damals über ein imaginäres Internetkabel und der VfB machte sich aus meiner Sicht so ein bisschen zum Deppen der Fußballnation leider Gottes mal wieder hat nichts mit dir zu tun aber es war halt dann doch mal wieder so ein Vorfall wo man eigentlich davon ausgegangen ist das kann nur beim VfB passieren inzwischen hat sich dann noch ein Verein dazugesellt in der Hauptstadt aber gut das ist ein anderes Thema wirkte sich der sogenannte WLAN-Gate irgendwie auf deine Arbeit aus also sprich dann auch der Rücktritt von Dietrich hat das irgendwas bei dir ausgelöst nochmal so ein Flashback zur Arsenal-Zeit plötzlich gehen da Leute die mich eigentlich geholt haben ne das nicht aber ganz im Grunde darf man aber schon sagen dass das was jetzt mal auf der menschlichen Ebene dann auch mit Wolfgang passiert das ist dann auch irgendwann einfach zu viel muss ich echt sagen unabhängig also dass ich will nicht in Schutz nehmen oder nicht rechtfertigen was er getan hat oder nicht und das gilt jetzt auch nicht nur für Wolfgang Dietrich aber wenn du siehst wie diese Themen teilweise auch mit den Spielern hochkochen sozial hochkochen und richtig groß werden und so extrem persönlich werden war das sicherlich an der Grenze das darf man sagen meinst du im Stadion oder meinst du das insgesamt also ich also ich kenne Wolfgang halt durch die Gespräche und das und du kriegst ja mit wie es dem Menschen geht das ist schon ist schon krass gewesen jetzt werden einige sagen hat er verdient ich sag lass bitte Sache von persönlichen Dingen immer trennen das hilft ich weiß dass es nicht mehr so ist im Fußball ist bei mir genau das gleiche es gibt auch genug die nach dem Karlsruhe nach der Karlsruheniederlage auch mich schon beerdigt haben ich hab mir übrigens ein paar der besten Twitterpicks die es da gab rausgenommen er guckt dich an Sebastian er guckt dich an nein nein ich kenne gar nicht deinen Twitter-Namen die zehn heftigsten habe ich genommen wirklich die zehn heftigsten genommen und als Motivation habe ich mir die an der Wand gepinnt und und hab hab nach dem Aufstieg habe ich die nochmal rausgeholt hab fickt euch alle gehört von Großstadt geflüstert und das sehr laut gesungen das war sehr angenehm gute Band übrigens sehr gutes Lied für Leute die dann in so einer Situation stecken und um das zusammenzufassen ist das krass ich möchte zu Watergate wie es ja immer so schön Watergate nein WLAN Gate WLAN Gate genannt wird genau möchte ich möchte ich gar nicht groß drauf eingehen weil das ist ja ich habe ja eine Phase erwischt irgendwie bei diesem Club das ist ja nur eins von vielen Themen in den drei Jahren das kannst du ja das kannst du ja gar nicht ausdenken darüber wurden Bücher geschrieben über diese Zeit ja richtig nimmst du eigentlich grundsätzlich auf Mitgliederversammlungen irgendwie im Hintergrund teil klar oft sind die Mitgliederversammlungen zu einem Zeitpunkt wo ihr im Trainingslager seid ich glaube so war es im letzten Jahr auch aber ist das was was dich interessiert wo du einfach vor Ort bist oder sagst du okay das ist jetzt nicht meine meine Aufgabe mich darum zu kümmern oder mich darüber zu informieren mich kümmern aber natürlich interessiert mich was passiert und was auch die Leute denken ich finde mal das allerwichtigste das ist auch das was diesen Club auch schon so lange seit der Ausgliederung begleitet mir geht es total auf den Sack dass wir immer über AG und EV reden das ist ein ein Club man muss aber dazu sagen dass das meistens die AG und der EV auch selbst so handhaben also das sind nicht nur die Fans das sollte ich jetzt unkommentiert lassen aber das stimmt da war was also das Problem ist glaube ich dass da noch keiner so richtig weiß wo er eigentlich hingehört offensichtlich wird da immer noch gekämpft eigentlich sollten alle zusammen kämpfen dann wäre es ganz cool wir lassen es einfach mal so stehen aber was mich noch interessiert bist du inzwischen VfB-Mitglied? ich bin ja ich bin VfB-Mitglied cool und auch Dortmund-Mitglied ich könnte mich auch für die Präsidentschaftskandidatur ich freue mich schon auf den nächsten Wahlkampf aber nachdem der der RON-Paragraf durch ist müsstest du dann deinen AG-Posten ruhen lassen stimmt also macht euch keine Sorgen das ist nicht mein Plan ich meinte es jetzt auch gar nicht so zynistisch wie es so rübergekommen ist wahrscheinlich nein das war jetzt also es ist kam schon gut an ich bin auf die Frage zurückzukommen ich bin auch VfB-Mitglied für dich in Ordnung also kann man ja auch man kann ja sozusagen so ähnlich wie du schlagen ja bei dir zwei Herzen in einer Brust ja kann man so sagen Bielefeld großer Arminia-Fan also klar zurück zum Sport der Saisonstart verlief das haben wir vorhin schon gesagt eigentlich recht vielversprechend bis zum Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden das war am neunten Spieltag oder Sebastian weißt du es noch? ja ich glaube schon klare Überlegenheit eigentlich so die Mannschaft der zweiten Liga da muss man ganz klar sagen und auch gegen Wien-Wiesbaden lief das ja eigentlich alles ganz rund bis aufs Tore schießen genau das war das Spiel in dem Pascal Stenzel mehr Pässe an den Mann gebracht hat als die gegnerische Mannschaft insgesamt also ich werde es nicht vergessen also Passstatistik VfB 828 Wien-Wiesbaden 151 ja ich musste diese Statistik mit rein kopieren weil sie einfach so krass ist Wiesbaden hat aber auch so ein Stück weit die Blaupause geliefert wie man euch schlagen kann oder wie man es dem VfB besonders schwer machen kann war so mein Eindruck ja da haben wir uns schon selbst geschlagen in dem Spiel nicht wie in Wiesbaden aber sicherlich also doch selbst das Bein gestellt in dem Spiel definitiv ja aber es ist sicherlich so dass die Teams verstanden haben wie man gegen uns spielen muss also sprich hinten reinstellen und dann eben auf Umschaltmomente lauern schnelle Spieler vorne schicken darauf zocken dass dann vielleicht ein Lauftuell zustande kommt zwischen Holger Badstuber und einem schnellen Flügelspieler eventuell der dann das schlechter werdende Stellungsspiel von Holger Badstuber ausnutzt das habe ich schon verdrängt ich nicht das war der erste Trainer also Tim Walter den du und Thomas zusammen natürlich geholt haben davor wurde uns ja auch von euch erzählt dass ihr endlich wieder auf Kontinuität setzen möchtet und dass man keine so Übersprungshandlungen mehr in Stuttgart haben möchte wie es halt die Jahre davor der Fall war einfach raus aus diesem Trainerkarussell warum ging es mit Tim Walter irgendwann einfach nicht mehr weiter wenn man das Gefühl hatte dass das dass das eben nicht in eine sehr sehr langfristige Arbeit münden kann also nicht nur auf die Ergebnisse bezogen sondern allgemein hat es dann nicht mehr so richtig gepasst es geht nicht es geht jetzt nicht um zwischenmenschliche Themen sondern es geht um Entwicklung wie man einen Club entwickeln möchte welche Diskussionskultur man haben möchte das ist Tim ist sehr klar muss er für seinen Ansatz auch sein glaube ich das ist auch völlig legitim aber es passte nicht wie wir es gesehen haben für die Folgejahre das war eigentlich eine fast auch eine Pest also man stand vor der Entscheidung ziehen wir das durch stützen ihn um aufzusteigen um dann vielleicht vor der Wahl zu stehen zu sagen ich muss jetzt einen Aufstiegstrainer raushauen wie das Mainz mal gemacht hat ja und das fanden wir nicht richtig also das heißt ein Teil der ein Teil der Geschichte und wir glaubten auch dass wenn wir den Wechsel vollziehen wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen auch aufzusteigen das wollte ich jetzt gerade fragen aber so Sachen wie die haben es am Ende ausge also wir glaubten dass das eben das was wir uns so schön ausgedacht hatten progressiv aggressiver Stil Rainer hilft Restverteidigung zu organisieren die Themen zu organisieren die eine defensivere Stabilität gewährleisten das ist einfach nicht aufgegangen und dann muss der einfach am Ende auch da mal sagen auch wenn es völlig völlig gegen unsere eigentlichen Prinzipien oder gegen unseren Wunschgedanken war Kontinuität in den Klub reinzubringen muss er leider auch sagen haben wir Scheiße gebaut müssen wir auflösen müssen wir oder müssen wir lösen und ja sind dann bei Rino gelandet Wollte man vielleicht auch 2019 ein bisschen zu viel also Aufstieg viele neue Spieler neuer Trainer junge Spieler entwickeln dann dieses doch komplexe Spielsystem grundsätzlich ist es ja schon so dass mit dem Background den der Tim hat junge Spieler auch entwickelt hat ja ganz klar bei Bayern zum Beispiel und auch einen sehr coolen Fußball da gespielt hat und das eben auch mit Mannschaften die gewinnen müssen und nicht nur irgendwie drin bleiben müssen wie man das jetzt vielleicht mit Kiel sagen könnte die haben irgendwie überrascht ja auch wenn die jahrelang schon einen sehr guten Job machen und auch danach weiterhin gemacht haben mit Ole zum Beispiel in der Relegation gespielt gegen Köln finde ich das jetzt zu hart also man wollte zu viel ne war auch mehr als Frage nicht als Fakt also ich finde ich finde das war wenn man das als Fehler bezeichnen möchte ein sehr ehrlicher Fehler also mit einer guten Intention also Orientierung richtig geiler Fußball plus Entwicklung der jüngeren Spieler plus aber auch ein paar ältere Spieler die es mittragen sollten vielleicht hätte Tim sogar der ein oder andere weniger ältere Spieler gut getan um kompromissloser mit den Themen umzugehen und einfacher statt mit damit meine ich weniger Mario als den ein oder anderen anderen deren vielleicht nicht komplett für Tims Fußball hilfreich war ich meine Mario war ja wichtig weil angeblich hat Mario Tim Walter darauf aufmerksam gemacht dass Vataro Endo der beste Kicker im Kader sei ist eine Anekdote du musst sie nicht kommentieren auf Tim Walter folgt Velligrino Materazzo der damals ja doch noch relativ unbekannt war kannst du uns verraten wer sonst noch so zur Auswahl stand und warum ihr euch für Rino entschieden habt sonst nicht wer sonst zur Auswahl stand möchte ich nicht verraten weil das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt Trainer hätten sein können die auch unter Vertrag standen möchte ich nicht waren aber auch nur Rino und noch ein weiterer und Rino habe ich schon relativ lange auf dem Zettel gehabt schon mal für Dortmund 2 als er noch in Nürnberg Trainer war sogar und hatte ich auch auf dem Zettel für einen gestandenen Spieler der aber gestandenen Trainer den wir auch als Alternative zu Tim auf dem Zettel hatten als Co-Trainer mit dem mit dem Hintergrund dass er eben Deutschland kennt und Sprache und der andere nicht top 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 deutsch gesprochen hätte aber schon mal auch in Deutschland gearbeitet hat und der Julian Nagels muss man vielleicht dazu sagen falls es der eine oder andere nicht weiß nee ich meinte jetzt der Trainer den wir statt Tim vielleicht auch gut fanden der hätte auf jeden Fall einen deutschsprachigen Co-Trainer gebraucht weil er nicht native German gewesen wäre auch wenn er deutsch sprach und jemand der die deutsche Bundesliga und zweite Bundesliga halt deutlich besser kannte als derjenige selbst und da hatte ich auch schon über Rino nachgedacht und haben dann die Gespräche mit ihm aufgenommen weil wir unbedingt jemanden haben wollten der eben das komplette Portfolio abdeckt was wir brauchen eben auch junge Spieler zu entwickeln Jungs in den Strukturen weiterhin zu entwickeln klaren Plan am Ball zu haben nicht nur zusätzlich aber auch in einer besseren Balance worum es ja hauptsächlich auch ging was technisch-taktische Analyse anging des Winters die dazu geführt hatte Tim zu entlassen und das hat Rino einfach geliefert komplett geliefert und dann noch die Bereitschaft auch mit dem Trainerteam weiterzuarbeiten der auch Michi kannte aus Nürnberg Michi Wimmer kannte aus Nürnberg super natürlich auch passte und ja und Gott sei Dank den Mut gehabt Rino zu nehmen und nicht so den klassischen Mechanismen zu folgen ohne ihre Qualität jetzt zu beschreiben schon mal Trainer die aufgestiegen sind so Markus Anfang andere Breitenreiter etc. die das schon mal alle geliefert haben was ja dann sehr sehr schnell kommt dass man jetzt so diese Sicherheit braucht ja so und dann haben wir gesagt nee Sicherheit ist das eine aber Prinzipien und das was wir sein wollen und wie wir uns weiterentwickeln wollen ist das wirklich Wichtige dann ging es darum das ist halt auch eine Analyse die wir gemacht haben über ohne Ende Trainer dass eigentlich wenn du jetzt 100% der Trainer nimmst 5 überperformen 10 unterperformen und 85 das liefern was der Kader kann und wir waren schon so fasziniert oder so klar überzeugt dass der Kader gut genug ist aufzusteigen dass du die zwischenmenschlichen Werte die gute Zusammenarbeit und all diese Themen ganz ganz wichtig sind dass man zusammen weiterentwickeln kann und du dann vielleicht sogar den hast der auch zumindest in dieser großen Masse der 85 zum groberen Durchschnitt gehört und dann sogar auch einen Trainer entwickelst und einen Trainer in diesem Gesamtkomplex VfB Stuttgart auch noch nach vorne bringst und das ist ja Gott sei Dank ganz gut gelungen Ja das kann man so sagen auf jeden Fall und ihr habt dann aber auch wenig auf die Fansäle Rücksicht genommen die dann lieber einen bekannten Namen gehabt hätte jemand der schon wie du sagst gleich mal aufgestiegen ist das war euch dann in dem Fall egal also was ich auch sehr sehr mutig finde das ist aber auch etwas was der Fußball irgendwann also hoffentlich lernt es nicht viele andere aber es gibt im Fußball keine Sicherheit mit unseren Ressourcen gibt es keine Sicherheit sondern es gibt es gibt nur gute Arbeit am Ende des Tages und bei Rino hatten wir komplett dieses Gefühl dass er die abliefert und nicht umsonst haben wir auch seinen Vertrag zu einer Phase wo alle gesagt haben man seid eigentlich komplett bescheuert was machten ihr da eigentlich kommen wir noch drauf und ja also das ist es gibt keine es gibt keine Sicherheit auch nicht bei Transfers also habe ich mal ganz früh für Borussia Dortmund haben wir uns damit beschäftigt gibt es Sicherheiten bei welcher Summe von Transfers das war damals über 25 Millionen das war die Kategorie Beri die man damals kaufte das geht heute bei 50 wahrscheinlich erst los und selbst da gibt es Ausrutscher und eine Erfolgswahrscheinlichkeit irgendwie zwischen zweieinhalb und 15 Millionen ist bei 15 die gleiche wie bei zweieinhalb du musst mutig sein du musst du musst eine klare Vision haben wie der Junge in dein System passt und was dein Trainer mit dem anstellen kann das sind die das sind die wichtigsten Faktoren und Mut gehört dazu solche Transfers zu machen du hast jetzt zwei davon genommen Shinji Kagawa und am Ende des Tages ist Wataru ja auch schon Weltklasse aber der hat erste Liga gespielt erste Liga in Japan gespielt der war schon A-Nationalspieler der Ito kommt erneut aus der zweiten Liga und ist glaube ich was Spielaufbau angeht mit der beste IVN-Daten in der Bundesliga zur Zeit du hast eigentlich kann man sagen durch den Wechsel Ito die Möglichkeit gegeben dass er jetzt auch Nationalspieler werden konnte anders wäre es wahrscheinlich ja und das wäre völlig irre weil der war in Japan wird es da nicht geht da nicht in die erste Liga wobei man sagen muss die sind aufgestiegen die sind aufgestiegen danach ich habe den vom Tabellenführer der zweiten Liga Shinji damals übrigens auch aufgestiegen mit Sherezo Osaka und in Japan ist es schon so dass viele gute junge Spiele auch in der zweiten Liga spielen weil die hierarchischen Strukturen und noch ein bisschen so angelegt sind dass die älteren Spiele halt auch noch länger spielen und auch so ein bisschen selbst entscheiden nicht aber schon sehr lange mitreden wie lange sie spielen und ob sie nochmal einen neuen Vertrag bekommen ist das so ist so ein bisschen die Kultur dort Zweite Liga Japan ist das so super Zweite Liga weil vergleichbar mit irgendeiner Liga hier in Europa dass man sich so ungefähr vorstellen kann das kann ich schwer sagen also nicht so hart wie die zweite Liga hier in der Bundesliga denke ich mal sondern ein bisschen technischer oder wenn du überlegst es gibt glaube ich über 200 Millionen Japaner also ist schon schon nochmal eine andere Nummer als wenn also qualitativ hoch guter Fußball sehr sehr guter Fußball aber jetzt ich meine nicht so nicht so Rabauken Fußball nenne ich es jetzt mal wie bei uns in der zweiten Liga ja so Japaner können schon auch hinlangen also ich kann mich auch an zwei drei Tackles erinnern die Ito auch schon dieses Jahr geliefert hat die auch auch weh getan haben und nicht ihm aber es ist sicherlich so dass die dass die eine extrem gute technischen Ausbildung haben sie gewohnt sind sehr sehr viel sehr lange zu trainieren also kriegst eigentlich immer sehr sehr gut ausgebildete Spieler und Top Mentalitäten Charaktere was mich ja bei Hiro über weite Strecken der Saison so begeistert hat war dass er ganz viel halt ohne Foul löst ganz viel gutes Stellungsspiel und ich weiß gar nicht wie viele gelbe Karten der am Ende hatte aber es waren nicht viele oder? Glaub nicht also das ist schon herausragend und der ist halt so ein bisschen ich vergleiche was das angeht mit Nevin Subotic den kannst du halt wecken und der spielt ohne Nerven spielt einfach egal was im Spiel er spielt so wie er es kann auch sensationeller Typ also wenn der mal Lust hat kann er auch beim VfB vorbeischauen vielleicht jetzt nicht unbedingt als Spieler wird es wahrscheinlich nichts mehr aber ich glaube so als Persönlichkeit cooler Mann ich muss nochmal ganz kurz zurück auf diese Trainergeschichte kommen im ja an Weihnachten war das ja mit Tim Walter da gab es dann auch so Gerüchte brauchen wir gar nicht groß kommentieren dass Klaus Vogt sich eingemischt haben soll ein paar Trainer vorgeschlagen haben soll hieß es wie gesagt lassen wir einfach mal so stehen aber grundsätzlich wenn Gremienmitglieder ich sage jetzt mal ins operative Geschäft eingreifen beziehungsweise Tipps geben wollen lass es mich so ausdrücken wie gehst du damit um freundlich nicken oder wird dann auch bei solchen Entscheidungen die jetzt ja auch eine gewisse sportliche Kompetenz voraussetzen trotzdem gremienübergreifend diskutiert also ganz grundsätzlich ist ja Trainerentscheidungen Entscheidungen die durch einen Aufsichtsrat gehen also sowohl bei Einstellung als auch bei Entlassung und deswegen ist es ja ganz klar dass mit diskutiert wird ist auch völlig in Ordnung ist dann eben auch eine der Themen die einen Aufsichtsrat zu erledigen hat und damit halt eben auch Klaus Vogt also akzeptiert man halt und diskutiert oder erklärt im Endeffekt stellt man das Projekt vor denke ich mal versucht die dann zu überzeugen von Trainer XY bei Trainern bei Trainern ist das so ja klar also es ist also nochmal ich habe das jetzt schon ein, zweimal gesagt und das stehe ich auch für und ich glaube ihr kennt mich jetzt auch schon ein bisschen ich mag auch gechallenged zu werden ich erkläre gerne was ich tue und by the way muss ich das für jede Entscheidung gibt ja einmal One-Man-Show habe ich jetzt auch irgendwo gelesen ist aber schon länger her oder das Thema gab es auch direkt nach dem Aufstieg das was ich alles so lernen muss ist One-Man-Show darf ich nicht sein Fakt ist ich muss für jede für jede Entscheidung die ich vorbereite muss ich zwei Unterschriften von Vorständen zur Absegnung einholen das heißt ich muss sollte relativ gut erklären können wenn Nachfragen kommen und erstmal unabhängig ob die von Vorständen kommen oder in zweiter Instanz dann wenn es die Entscheidung betrifft die eben auch durch den Aufsichtsrat gehen müssen und sollen und dürfen bin ich jederzeit bereit das gerne zu erklären das gehört völlig dazu ich nehme halt für mich nur raus dass ich es wichtig finde dass wenn es umgekehrt ist wenn es halt Entscheidungen gibt die die halt vielleicht dann im Nachhinein also sprich eine Entlassung zum Beispiel eines Trainers wenn das jetzt mal ausginge von von anderen Personen als von mir dass ich halt eben auch zustimmen sollte weil das ist dann das Korrektiv was ja dann immer alle haben wollen halt auch umgekehrt nicht nur in eine Richtung sondern in beide Richtungen ich fasse jetzt mal die erste Zeit von Pellegrin Materazzo in der zweiten Liga so ein Stück weit zusammen es ging für ihn gut los ähnlich wie für Tim Walter auch unter ihm hat der VfB erfolgreich gespielt von seinen ersten sieben Spielen als Trainer gewann er vier zweimal habt ihr unentschieden gespielt dann gab es noch dieses dreckige 0 zu 2 in Fürth dann die Corona-Pause wo wir keinen Elfmeter für Gonzalo Castro bekommen haben absolute Frechheit wir haben uns mindestens genauso aufgeregt wie du dich mindestens da ging es hier richtig ab dann kam die Corona-Pause die lassen wir mal komplett außen vor also da braucht man jetzt nicht nochmal drauf eingehen wie ihr das erlebt habt das habt ihr oft genug erzählt und dann der Restart den der VfB wirklich komplett verpeitert muss man einfach so sagen auch da wieder die Umstände unglücklich Robert ich sehe nichts also das ist ja gib mir Hintertor hoch die Konterkarikatur das war spektakulär trotzdem Niederlage in Wiesbaden Niederlage gegen Kiel und was mich damals so genervt hat sage ich auch so wie es ist war dass man wirklich nach neun Spielen dann wieder über den Trainer diskutiert hat also zum einen in Fankreisen und zum anderen natürlich dann auch medial ich fand das so unangebracht vor allen Dingen auch in dieser Zeit man darf ja nicht vergessen in was fürem Mindset wir damals waren Corona alle dachten oh Gott wir müssen uns wieder auf die wirklichen Werte besinnen und es kann nicht nur noch Leistungskultur und was weiß ich und dann verliert er zwei Spiele eigentlich auch das gegen Kiel war äußerst unglücklich individueller Fehler lassen wir alles mal jetzt so außen vor aber es waren jetzt keine klassischen Niederlagen wo sich der Trainer vercoacht hat oder sowas das habe ich nicht ausmachen können trotzdem diese Diskussion und was macht ihr ihr macht einen ganz ungewöhnlichen Schritt Vertragsverlängerung vor dem wichtigen Spiel gegen den HSV warum dieses Risiko weil es war ja schon auch hoch gepokert warum weil wenn es jetzt nicht funktioniert hätte der VfB wäre nicht aufgestiegen hätte man euch das mit Sicherheit vorgehalten hätte gesagt guck mal hier haben sie mit dem Trainer verlängert jetzt muss man vielleicht reagieren weil der VfB ist nicht aufgestiegen muss ein Trainer entlassen das Risiko bestünde ja theoretisch und du hast dann einen Vertrag verlängert der ja dann auch bedient werden muss weil der Trainer wird ja beurlaubt also A Konjunktiv ja klar benutzt weil müsste rausgeschmissen werden nee muss er gar nicht weil wir haben ja nicht verlängert weil wir jetzt irgendwie ein Zeichen setzen wollten und ihn besonders stärken wollten und wenn wir ein Zeichen setzen wollten dann das dass das unser Trainer ist ob wir aufsteigen oder nicht mit dem wir in die nächste Saison gehen das ist mal Punkt 1 Punkt 2 kannst du Abfindungsregeln natürlich auch so generieren und bauen dass das jetzt wirtschaftlich nicht Monsterschaden ist in einem Konstrukt vor Ort bis Stuttgart mit einem jungen Trainer aber das war nicht der Plan sondern der Plan war ich bin ich habe keinen Stress damit Verantwortung zu nehmen zu einem Zeitpunkt wo man nicht das Ergebnis kennt sondern aufgrund von klaren Analysen und wenn du Rino in der täglichen Arbeit siehst und am Ende des Tages habe ich das ja auch war ja ich derjenige der das sehr sehr klar und lange verkaufen musste auch oft alleine in dieser Saison der das auch in der Phase gemacht hat wo ja genau das gleiche war ich habe ja auch genug die geschrien haben Rino muss weg das ist ja auch klar sagen und da halte ich aber nichts von weil ich sehe ja was da täglich passiert und ich habe ja gesehen was die gemacht haben und ich lasse mich eben nicht nur vom Ergebnis leiten sondern auch von den Bildern die zum Ergebnis gehören und da war für mich völlig klar dass Rino der Richtige ist für uns für uns Entschuldigung wenn ich da jetzt in der Ich-Form geredet habe oder das ab und zu tue Thomas ist ja auch gar nicht mehr da aber Thomas Markus und ich sind ja diejenigen die das dann im Prinzip miteinander besprechen und dann ja auch vortragen und für uns war ganz klar das ist unser Trainer und ich glaube auch dass das und das ist das Schöne dass das in beiden Phasen auch ein Schlüssel war der geholfen hat also unabhängig davon dass die Entscheidung nicht ist ich tue das um dem zu helfen auch mit dem Risiko sondern ich tue das weil ich davon überzeugt bin aber nett ist es dass es auch hilft zum Beispiel ein paar Spieler die gerne wenn sie nicht spielen und älter sind dann auch Segen ruhig zu stellen aber dann war das schon auch so ein Instrument um der Mannschaft zu sagen mit Rino geht es weiter allen nicht nur der Mannschaft allen klar zu sagen das ist unser Mann der ist gut auch wenn das manche noch nicht sehen und nur am Ergebnis fest machen der ist gut das was wir aufräumen ist nicht das was wir jetzt hier gerade in den letzten sechs Monaten oder sieben oder acht verursacht haben oder der Rino sondern wir räumen wir was auf was über Jahrzehnte oder über ein Jahrzehnt entstanden ist seit 2007 nicht im freien Fall aber im kontinuierlichen Abfall der Leistungsfähigkeit es ist klubs wirtschaftlich wie sportlich und das räumst du nicht auf indem du alle drei Monate deinen Trainer raushaust und wir haben das auch nicht gemacht um jetzt zu sagen ey bei Tim haben wir schon das gemacht und jetzt wollen wir genau das Gegenteil machen sondern er hat geliefert er hat gutes Training gemacht er hat die Jungs erreicht er hat die besser gemacht und Gott sei Dank sind wir belohnt worden aber du kennst ja auch die Mechanismen und du weißt auch wie laut dann eine Kurve werden kann gut Corona-Zeit nicht so laut aber du weißt natürlich was passieren kann wenn sich da auch ein medialer Druck aufstaut dann ist es natürlich schwer diesen Trainer zu verteidigen also ich stelle mir wirklich vor der VfB wäre Vierter geworden ja aber das ist mein Job das ist dein Job aber du hättest dann praktisch das versucht durchzuziehen mit ihm oder ja wenn es wenn es die Analyse ergeben hätte wovon ich aber ausgehe weil ich bin jetzt auch kein Freund davon und glaube auch nicht dass alle zwei Monate du eine neue Analyse machen musst ich bin auch kein Freund davon also ich mache jetzt persönlich nicht Rinos Zukunft abhängig vom Ausgang des Köln-Spiels für mich ist es wichtig was liefert der Junge denn eigentlich das ganze Jahr was ist uns passiert und wie geht er damit um und was sind auch die Learnings in der Analyse für uns alle die wir gemacht haben die Analyse wo wir Themen rausgenommen haben die wir klar anpacken wollen so und diese Fehler Kultur ist da und wir machen diesen Fehler nicht nochmal Rino macht den Fehler nicht nochmal das ist Entwicklung nicht ich mache hier einen Cut und vielleicht macht der nicht den gleichen Fehler aber drei andere die wir schon gemacht haben und aus dem wir schon gelernt haben und ich glaube das ist zwingend notwendig für diesen Klub die Frage die Frage die man sich stellen muss ist wäre Christian Streich mit den gleichen Ergebnissen auch solange Trainer in Stuttgart wie in Freiburg ich sage nein naja die Antwort ich sage nein ist klar und da ist halt die Frage wollen wir das aufbrechen oder wollen wir es nicht aufbrechen und bisher haben wir es jetzt zumindest mal ein gutes Setup gebracht man hat allerdings nicht das Gefühl dass du definitiv zehn Jahre hier bist weil du jetzt schon drei ganz ordentliche gemacht hast wo ich kein Problem mit habe wir sind Profifußball und Stuttgart ist ein ganz anderer Klub ganz anderes Pflaster als Freiburg ist auch so klar aber trotzdem dürfen wir ein paar gute Dinge auch von denen mitnehmen wir haben das auch mal in einer Folge besprochen dass es eigentlich schade ist dass die Dinge die geleistet wurden ja also einfach Werte die man geschaffen hat sei es jetzt bei dir in deinem Job oder eben ein Trainer der die Mannschaft in die erste Liga geführt hat ein fantastisches erstes Jahr dann hier in dieser Liga gespielt hat das vergisst man so schnell also man weil es auf so viele zutrifft also zum einen Fanszene nicht alle aber manche du hast es dann medial da hast du halt das Gefühl da wird es halt geschrieben damit überhaupt irgendwas geschrieben wird sonst haben wir ja nichts zu tun so in der Art und das finde ich so schade weil es sind ja das klingt jetzt vielleicht ein bisschen moralisch aber ich finde es halt wirklich so es sind ja Menschen die was geleistet haben die ihren Job gut ausgeführt haben und jetzt das war mein Eindruck jetzt gerade auf diese letzte Saison bezogen unter unglücklichen Umständen einfach nicht die Voraussetzungen hatten mit denen sie eigentlich geplant haben und das fand ich schon ich fand es manchmal echt unfair und ich habe mich dann auch manchmal dabei erwischt wie ich schon aus Trotz das Ganze verteidigen wollte also dieses ganze Projekt was ihr eingegangen seid und für mich war immer entscheidend warum ich komplett überzeugt war vom Pellegrino Materazzo natürlich habe ich auch mal darüber nachgedacht ob es Sinn machen würde jetzt einen Trainer zu wechseln das macht man als Fan das ist ja ganz normal wenn es nicht läuft aber für mich war immer entscheidend dass er eigentlich ständig ständig Lösungen geliefert hat die erkennbar waren für so Pfeifen wie für mich also wir sind ja keine Profis wir gucken ja einfach aufs Spielfeld und wir sehen okay hier verändert er was sei es jetzt die Formation die er ändert oder Spieler die er auf andere Positionen zieht das Angriffsspiel das er verändert mal steht er tiefer mal höher er reagiert im Spiel so häufig sag ich mal einfach durch Positionsverschiebungen das ist mir immer wieder aufgefallen und das fehlte bei den Vorgängern die ich dann von mir aus auch nach 10 Spieltagen zum Teufel gewünscht habe und deswegen hat er meine komplette Rückendeckung gehabt also auch wenn es ihm jetzt nichts bringt wenn ich ihm die Rückendecke aber ja also ich war halt überzeugt von dem was er macht wir hatten eben drüber gesprochen dass die Fans die Mannschaft eigentlich die komplette Saison unterstützt haben und ich finde das ist ja auch so ein Zeichen des Kredits den sich auch der Trainer erspielt hat es gab nie Trainer Rausrufe ja also und natürlich liest man viel und es wird viel drüber diskutiert aber wenn du im Stadion bist da gab es halt nie Rufe dass man den Trainer wechseln soll und ich finde das ist so ein bisschen ein Zeugnis davon dass sich Rino Materazzon einfach viel Kredit erspielt hat oder die Mannschaft von ihm sich Kredit erspielt hat bei den Fans und das muss man glaube ich auch dann so sehen ganz klar ich sehe es auch genauso wie du sagst also es wird natürlich viel Meinung gedruckt geschrieben getwittert eben auf Instagram Facebook keine Ahnung lese ich nicht aber das haben wir tatsächlich gespürt und deswegen bin ich auch so dankbar dass nicht nur wir sondern damit alle oder wir alle belohnt worden sind mit diesem Spiel und auch mit diesem besonderen Erlebnis weil das ist ja etwas das vergisst ja nicht das erzählst ja auch wenn du alt bist noch deine Enkeln ja definitiv es ist definitiv so unabhängig davon ob es jetzt eine Rettung in letzter Minute ist oder ein Titel oder sonst was das ist was Besonderes das kommt auch so nicht nochmal wieder in der Dramaturgie oder sehr selten nur ich finde was ganz anderes oder nicht was ich gerne ergänzen würde dass was viele vergessen an dem ersten Jahr erste Bundesliga ist dass wir niemanden unserer Leistungsträger aus dem Zweitliga Jahr abgegeben haben kein kein einzigen ja wir haben die komplette Struktur behalten können und wir haben nur drauf gesetzt also Ned Phillips haben wir verloren ja also der musste zurück aber Dinos haben wir dafür bekommen und Waldemar Anton und das ist ein Riesenunterschied zu Jahr 1 und zu Jahr 3 unserer Zusammenarbeit wir haben jetzt in diesem Jahr haben wir zwei absolute Leistungsträger mit Greg Kobel und Nico Gonzalez für viel Geld verkauft und zwei der älteren Spieler aufgrund dessen dass relativ spät aufgrund von Corona nochmal die Gehaltsbudgets ja fast um 6 Millionen nach unten geschraubt worden sind haben wir Kaminski den nie einer aufzählt aber der in der Kabine viel wichtiger als Gonzo war das kriegt der übrigens nicht mit genau ich will das jetzt gar nicht werten zwischen den beiden aber Marcin war brutal ist einfach ein super Mensch und Charakter kam aber so an das weiß jeder aber es erwähnt überhaupt gar keiner so und unten Gonzo halt auch ausläufen lassen weil das natürlich richtig Geld gespart hat so dann hast du einfach mal zwei die so ein bisschen in der Führung mit Marcin vor allem mit seiner Mentalität und allem was er da hat und seinem Workload Gonzo ist schon ruhiger und dann hast du noch zwei absolute Leistungsträger nach Manuel Neuer den besten Keeper wahrscheinlich in dem Jahr ist er abgegeben für 15 Millionen zwei teuerste Torwarttransfer innerhalb Deutschlands da bist du stolz drauf ne das ist ja wichtig zu erwähnen weißt du in Corona ja klar du bist auch bestimmt stolz drauf ja das ist ja auch wichtig gewesen und dann gibst du Nico noch ab und dann und dann kommt halt der ganze Rest so dann Führig verletzlich Kalajdzic verletzlich Silas kommt nicht in Tritt die beiden Jungs die für Gonzo's Spiele eingeplant sind Armada und Ekloff Ekloff dritte Mittelfußbruch Armada Sehnenriss fehlt drei Monate Enzo Milo kommt der dann nochmal da hinten drauf gesetzt wurde weil wir so viele Verletzte haben verletzt sich am Innenband du kommst nie in Flow du hast Olympia du hast diesen ganzen die ganzen Länderspielabstellungen wo wir letztes Jahr unheimlich viel machen konnten dann kommst du in so einen negativen Flow und kommst dann nicht mehr raus und da muss ich halt sagen da waren die Fans einfach geil die haben das gerafft die haben das verstanden und klar wir haben das auch erzählt und die sind aber auch nicht irgendwann alle umgefahren und gesagt ey ich kann den Miss Lentat nicht mehr hören ich kann das nicht mehr hören ich kann den Rino nicht mehr hören scheiß was drauf aber die haben es kapiert dass das einfach sauschwer war da irgendwie sich wieder raus zu hangeln und dann kriegst du noch in den Spielen gegen Hoffenheim und gegen Bochum in der Rückrunde in der letzten Minute obwohl du Top-Spiele machst so auf die Fresse gegen Bielefeld genau das gleiche und da musst du immer wieder aufstehen und die Jungs auf der Tribüne haben uns immer wieder geholfen aufzustehen auch unsere Jungs haben geholfen dass das alle auch gespürt haben dass wir aufstehen wollen und dann ist es schon cool wenn du richtig belohnt wirst dafür aber das muss halt auch ein Learning sein das muss ein richtiges Learning sein weil wieder drei Leistungsträger wird das jetzt nicht einfacher machen klar unabhängig davon was wir jetzt finanziell müssen oder nicht ist ja auch noch ein bisschen im Flow was muss es denn wirklich genau sein was schaffen wir denn auf den unterschiedlichen Fronten Sponsoren Investitionen was sind die Stadionkosten jetzt wirklich was ist unser Eigenanteil etc. aber wenn ich ein Appell loswerden darf dann ist es halt der dass je weniger wir das aufbrechen müssen man stellt sich mal vor wir können die alle drei behalten und können zwei dazu holen wie in dem Jahr dann werden wir mit dem Abschied nichts zu tun haben wenn wir aber drei abgeben nein also das ist auch das Recht aber dann dann ist es deutlich einfacher in einem in einem ruhigeren Mittelfeldplatz zu münden und realistischer als wenn wir die drei abgeben ist doch ganz klar auch unabhängig davon wenn du ein bisschen Geld hättest zu ersetzen aber selbst wenn du eine richtig gute Qualität bekommst Abläufe Automatismen Rhythmus Zusammenspiel ey das ist das ist nicht einfach okay und deswegen bleibt jetzt vielleicht galoppiere ich schon zu weit bleibt Klassenerhalt das Ziel und der Wunsch natürlich irgendwann mal da hinzukommen eine schwarze Null zu schreiben weil die wird das ermöglichen die wird wirklich ermöglichen zusammenzuhalten länger zusammenzuhalten auch vielleicht bessere Gehälter zu zahlen und wir sind weit weg vom 19er Status Quo das muss man einfach ganz klar sagen ja und vor allen Dingen würde so eine schwarze Null es auch ermöglichen diesen Sprung ins mittlere Drittel der Bundesliga wieder zu schaffen weil aktuell sehe ich den VfB schon noch im letzten Drittel und du hast es mal super beschrieben und das ist es eigentlich auch wenn es gut läuft da bist du halt Zehnter wenn es gut läuft wenn du überperformst andere vielleicht ein bisschen unterperformen und wenn es halt scheiße läuft steigst halt ab das sind halt einfach die Fakten und das ist bist du auch wieder so ein Stück weit bei der Kaderplanung deiner Vorgänger die müssen ja eigentlich einen ähnlichen Rückschluss gezogen haben ja also die haben ja auch die Kennziffern gesehen und die Qualität der Spiele die sie verpflichtet haben und trotzdem haben die die Verträge sage ich jetzt mal nicht dementsprechend gestaltet so möchte ich es mal ausdrücken lass uns ganz kurz noch diese zweite Liga Saison abschließen das HSV Spiel sensationell wir können es jetzt noch mal emotional aufladen aber auch dieser Part geht schon deutlich länger als vereinbart deswegen lassen wir das es war ein sensationelles Spiel mit Gonzo der uns dann wirklich noch den Arsch rettet in der 92. Minute wann auch sonst natürlich ja 92. Minute Abstieg verhindert meine Lieblingsminute übrigens ist so 92. Minute trifft Gonzo 92. Minute nee es war die 84. glaube ich oder von Guido Buch war 92 92 oder 92 Legenden spielen Sebastian 92. Minute Guido Buch heute in Leverkusen so damit steht das aber es gab noch einen kleinen Bump und den möchte ich nur ansprechen es geht um das Derby gegen den KC Pellekino Matarazzo hat es mehrfach angedeutet dass das irgendwie diese Derby-Niederlage durchaus ja ein schwerer Moment in seiner Trainerzeit war und ja mich interessiert jetzt einfach mal wie du das im Nachhinein bewertest ich kann mich noch an einen Satz von dir erinnern da meintest du irgendwie so wir fahren jetzt nach Karlsruhe 10, 3 Punkte und fahren wieder nach Hause warst sehr überzeugt davon das hat man dir natürlich danach um die Ohren gehauen und ich glaube sogar dass die Karlsruher sich diese Aussage an die Kabinentür gehängt haben diese Aussage gab es dann glaube ich im Nachhinein würdest du es nochmal genauso sagen würdest du es nochmal genauso entschlossen auftreten und ich werde noch eine Anschlussfrage danach gab es den Auftritt bei SWR Sport Sebastian hatte einen hochroten Kopf nach diesem Auftritt so habe ich ihn noch nie erlebt weil er einfach gesagt das kann doch nicht sein dass der Sportdirektor sich nach so einem Spiel dahin setzt und sagt im Endeffekt ist alles cool es wird schon wieder was werden also würdest du denn diesen Part in dieser Zweitligasaison nochmal so abhandeln ja irgendwo hinzufahren zu sagen man will drei Punkte ziehen das ist bei uns im Pott das was wir immer sagen wir gehen wir gehen nach in jedes Stadion um zu gewinnen heißt das am Ende des Tages das ist dann ein bisschen zu leicht ausgesagt vielleicht aber zu dem Zeitpunkt wollte ich ein Selbstbewusstsein ausstrahlen für die Mannschaft dass wir das Ding reparieren im nächsten Spiel und eine gewisse Coolness auch dabei auszustrahlen locker zu bleiben wahrscheinlich ja sind ja aufgestiegen Sebastian möchtest du noch irgendwas nachlegen Auftritt SWR Sport kann ich gerne was zu sagen es ging ja wahrscheinlich um den Satz das Trikot ist schwer aber das ist so man muss das einfach ganz klar sagen wenn diese Jungs in der zweiten Liga für Clubs wie den VfB Stuttgart HSV Köln Hertha etc die alle den Gang schon gemacht haben da unten spielen Männer das ist nicht lustig du hast auch gesagt das ist nicht lustig das ist also wenn du in der zweiten Liga spielst und aufsteigen musst das ist eigentlich ein fortgesetzter Abstiegskampf so vom Gefühl her das heißt es ist unheimlich viel Druck ja und das ist so und das wird jedes Jahr schwieriger das ist ein finanzieller Druck das ist ein den kann ich dafür ziehen du kannst nicht gewinnen aber du kannst ihn ja auch positiv kanalisieren also als Spieler Druck kann ja auch was Positives sein am Ende also ein Ansporn ja aber wir haben auch gesehen dass unsere Mannschaft deutlich besser Fußball spielen kann als dass sie das in härter Tat heißt das dann im Umkehrschluss es ist auch es ist auch es ist auch ein Kopfspiel ist doch klar und das ist auch in der zweiten Liga und da musst du halt in der zweiten Liga musst du noch eins sehen das ist Mannschaften in der zweiten Liga sind athletisch stark und können verteidigen die wissen genau was sie können und du musst als derjenige der aufsteigt permanent Formationen tiefstehende Formationen aufbrechen die Spieler die das in der Regelmäßigkeit können spielen in der Regel nicht zweite Liga das sind die absoluten Top Jungs die spielen nicht nur erste Liga sondern meist bei den besseren Mannschaften und wenn du Glück hast hast du mal ein, zwei davon die wir auch phasenweise hatten mit Nico und mit Silas die das dann eben konnten aber das ist ein Brett also das ist ein echtes Brett ich glaube dir das sofort aber beim Thema Druck denke ich mir dann wenn du das so beschreibst auch das glaube ich dir aber heißt das an einem Umkehrschluss dass die Mannschaft nur performen kann wenn sie nicht zu verlieren hat nö wir sind ja aufgestiegen aber das haarscharf ja und ich meine es tauscht jeder mit uns der nicht aufgestiegen ist du ich nehme sofort ich nehme sofort es ist es gibt es gibt Mannschaften die das nicht schaffen aufgrund dessen ja die nicht auf den Platz bekommen was sie auf den Platz bekommen können weil weil das das Thema Druck ist ein großer also Druck weiß nicht Druck ja liefern zu müssen ja ist ein Thema klar wie arbeitet man denn jetzt dagegen obwohl es auch falsch also auch nein das gehört zum Sport dazu am Ende wird das auch Gewinner von Nicht-Gewinnern unterscheiden das wollte ich gerade sagen für mich zeichnet eigentlich ein herausragender das lernt auch nicht jeder Fußballer genau das aus dass er in der Drucksituation maximal performt ja genau und da wird es in einer Mannschaft immer die geben die das können und in der Mannschaft die geben die es nicht können und das ist aber in der zweiten Liga mit der Dichte wo du dir diese absoluten Unterschiedsspiele in der Regel nicht mehr erlauben kannst die kauft dir jeder weg ist das ist das ein Thema was nicht nicht von anzuweisen ist andererseits auch wenn du keine Garantien auf Erfolg hast wenn du in die zweite Liga startest hast den vermutlich besten Kader der 18 muss es ja schon das Ziel sein halt aufzusteigen weil ansonsten muss man sagen hat irgendjemand ja du kannst ja du kannst als VfB Stuttgart nicht runtergehen und sagen ich will nicht aufsteigen genau ich will mal mitspielen genau das war das was viele Fans dann gesagt haben du hast einen Kader der übersteigt den Kaderwert von Wien Wiesbaden oder Kiel um ein Vielfaches und du musst das ist das ist natürlich auch eine Milchmädchenrechnung weil wenn du natürlich anguckst welche Spieler bei uns da auch die Kaderwerte gemacht haben dann sind da acht Alt-Internationale dabei gewesen die in Wahrheit überhaupt keinen Marktwert mehr haben sondern wenn du die abgeben hättest wollen mit Vertragslaufzeit dann gibt es überhaupt keinen der das Gehalt übernimmt das ist schon das ist so ein bisschen in all den Foren wie Transfermarkt etc. schon etwas was nach hinten raus in den Verträgen überhaupt nicht mehr gut genug ankommt das muss man klar sagen da waren auch Marktwerte dabei von den Jungs die ausgelaufen sind wie von Mario zum Beispiel ist ja Quatsch das ist ja totaler Quatsch und es war richtig Marktwert der zu Buche geschlagen hat Fakt ist aber auch das Gehalt was wir hatten ist exorbitant für den Zweitligisten gewesen über 40 Millionen 42 glaube ich wir haben heute 50 aber du sagst es ja richtig das hatte kein Malus da waren Gehälter die waren in der ersten Liga genau wie in der zweiten also in der zweiten Liga wie in der ersten Liga war die Punkteinsatz die Punkteinsatzprämie genau das gleiche in der zweiten Liga wie in der ersten Liga das ist das ist Wahnsinn da gab es da gab es manche Spieler mit drei Punkten die haben mit drei Punkten mehr verdient als Topverdiener bei Fortuna Düsseldorf vielleicht können die ja nochmal was spenden hier für Estlera nein das ist ja nicht ihr Fehler das ist ja ganz entscheidend das ist das Gegenteil von ihrem Fehler ich wollte jetzt nur hinterhältig diesen Satz von dir ausnutzen um hier in dieser Ausgabe für Spenden aufzurufen denn dieser Podcast ist spendenfinanziert und damit auch werbefrei wir werden nur durch Spenden finanziert und wenn ihr gerade zuschaut und denkt euch hey ist ja gar nicht so schlecht was die da machen dann könnt ihr uns natürlich über Patreon monatlich unterstützen oder über Paypal mit einem kleinen Zubrot wie wir es nennen es ist im Endeffekt der Groschen der dem Musiker am Rande der Fußgängerzone in den Hut geworfen wird kommen wir jetzt zur Saison 2020 2021 auf die hast du dich wahrscheinlich den ganzen Abend schon gefreut dass wir endlich über die sprechen können bei der Kaderzusammenstellung das haben wir ja vorhin schon gesagt lag der Fokus auf der Defensive du hast Weidemar Anton von Hannover 96 geholt Konstantinos Mafropanus vom FC Arsenal geliehen Kobel Stenzel und Endo wurden fest verpflichtet darf man ja auch nicht vergessen gerade bei Gregor Kobel musste man da schon noch ein bisschen kämpfen gab es ja auch andere Vereine die interessiert waren dazu kamen dann noch Momo Sissé und Naui Ahamada die man genau wie die Ecklauf eigentlich in die Kategorie Perspektivspieler packen kann aber das sah schon mal ganz gut aus was man ich möchte es nochmal erwähnen nicht vergessen sollte im Sommer 2020 waren wir mitten in der Corona-Pandemie der VfB hatte unter den Geisterspielen zu leiden dazu natürlich noch das Jahr zweite Liga das auch Spuren hinterlassen hat gerade im Transferbudget wird das mit Sicherheit gewütet haben dieses Jahr wie kreativ musstest du denn werden in dieser Transferperiode um das zu verwirklichen was du so im Kopf hattest in der Retro-Perspektive eigentlich am wenigsten weil das die einzige Transferperiode war wo wir relativ nah an der schwarzen Null waren ich glaube da muss ich ein bisschen was ausgegeben wobei man schon sagen muss dass natürlich die Santiago Ascaciba Millionen natürlich schon eigentlich in das Kalenderjahr gehören deswegen denke ich wird es am Ende bei Plus Minus Null ungefähr gewesen sein wenn ich das noch recht im Kopf habe aber ist jetzt auch schon ein bisschen was her ich habe es gerade schon erwähnt ich glaube dass der Grundstein der Saison oder dieser erfolgreichen Saison mit Platz 9 eben genau das war dass man alle Leistungsträger behalten konnte und eben auf den Themen arbeiten konnte die meines Erachtens gerade als Aufsteiger extrem wichtig sind nämlich auf Defensive weil das was sich wirklich verändert wenn du aufsteigst von zweiter in die erste Bundesliga und ich denke ich das noch recht im Kopf habe kann man es auch statistisch ganz gut belegen ist dass eben eine Defensive verstärkt werden muss dass da es ganz wichtig ist dass du deine Offensivpower weiter behältst aber eben auch defensiv stärker wirst weil er deutlich krasser herausgefordert wirst in einer Liga weiter oben was uns ja immer wieder auffällt ist dass der VfB wirklich starke Innenverteidiger hat allgemein starke Verteidiger trotzdem viele Gegentore frisst was ist da das Problem also warum und eigentlich auch die Sechser sind gut also warum kriegt der VfB so viele Gegentore deiner Meinung nach ist ja relativ es liegt natürlich auch daran dass wir in einer sehr offensiven Ausprägung erstmal spielen wir spielen eine Dreierkette keine Viererkette ist per se mal einer weniger hinten und die Wingbacks spielen also meistens spielen wir Dreierkette und die Wingbacks sind natürlich auch gefragt extrem viel mit nach vorne zu arbeiten das heißt es gibt schon Situationen wo du ein bisschen exponierter dastehst aber man sieht es auch ein bisschen daran es ist jetzt auch nicht so dass wir nur 30 Tore schießen also es ist schon in beide Richtungen relativ ähnlich und ich glaube auch dass wenn man ein bisschen anschaut was unsere Chancenverwertung dieses Jahr dieses Jahr war im Gegensatz zu letztem Jahr ist das auch der Schlüssel also natürlich gibt es auch Raum zur Verbesserung defensiv aber auch offensiv was die Chancenverwertung angeht also wir mögen eigentlich einen Spielstil der der auch eine Attraktivität ausstrahlt wir haben zwar immer gesagt was mögen wir mehr ein 3-2 oder ein 1-0 und wir sagen eigentlich immer ein 3-0 ist uns am liebsten aber das ist nicht die Wahrheit also es ist wir sind schon nach vorne denkendes Team und es ist auch so dass es die Spiele gibt wo wir dann auch recht Lehrgeld bezahlt haben teilweise für unseren Spielstil besonders gegen RB Leipzig diese Saison und auch gegen Bayern München vorhin in dem Jahr wo wir Überzahl gespielt haben wo wir einfach auch Grenzen gesehen haben wo ich aber auch ganz klar sagen muss die man sehen muss bei dem Invest was eben auch die anderen Clubs tätigen wenn man das nicht sehe dann hätten die einen verdammt schlechten Job gemacht ja wobei man dazu sagen muss wenn jetzt bei RB oder bei VW also bei Wolfsburg nicht so gut gearbeitet wird dann gibt es ja immer noch jemand der dann praktisch im Nachhinein sagen wir mal die Schäden bereinigt das ist beim VfB ja nicht ganz so leicht also was dann die Bilanz angeht ja ganz unabhängig davon also das stimmt das ist nicht nur da sondern am Ende ist es auch das gleiche in Hoffenheim wenn wir ehrlich sind und in Leverkusen ist genau das gleiche damit hast du schon mal vier Clubs die so ein bisschen das eigentliche 50 plus 1 konterkarieren dann hast du aber natürlich auch noch die Vereine die einfach unfassbare Ressourcen haben durch ich sag jetzt mal einfach fast sowas wie drei Besitzer also wenn du jetzt Bayern nimmst mit Audi Allianz und Adi dann hast du einfach drei die so viel Geld jedes Jahr geben die natürlich schon einen Grundstock liefern dann kommt die internationale Kohle noch das ist einfach wir reden hier über ein sechsfaches Gehaltsbudget und wenn du das dann nicht siehst dann läuft was verkehrt das ist aber auch das Schöne am Fußball dass du es immer wieder schaffst so wie beim 2-2 dieses Jahr dass du eigentlich das auch hochverdient mitnimmst und das muss das Ziel sein und sich auch sukzessive weiterzuentwickeln weil klar ist auch zum gewissen Zeitpunkt hat dieser Club auch keinen guten Job gemacht sondern stünden wir nicht da wo wir stehen und dann würden nicht Clubs wie Freiburg vorhin stehen oder wie Augsburg im Prinzip eine bessere Revenue Struktur haben als wir es gerade haben das ist halt auch unser Job ich meine ich frage mich halt ob du mit regelmäßig Saison für Saison so viele Gegentore wenn du so viele bekommst einfach nicht zwangsweise dann unten stehst also klar ich finde den Spielstil den ihr gerade 2020 2021 gespielt habt super sexy sage ich so wie es ist also den gucke ich mir gerne an ich weiß auch was das für Risiken mitbringt keine Frage sehe ich auch aber man macht sich natürlich Sorgen wenn dann vorne die Dinger nicht reingehen ja und du hinten dann die Buden bekommst dann wird es natürlich schwierig dann hast du eine gewisse Unwucht kann ich verstehen das ist ja auch nicht ich habe ja auch nicht gesagt dass wir es so beibehalten also Katanacho in der Kommission nein es geht um Detailarbeit es geht um Detailarbeit eben aus den Torchancen die wir haben wieder mehr Tore zu schießen und es geht auch darum selbst wenn wir in einer Dreierkettenformation spielen auch ganz klar weniger zuzulassen die Jungs weiterzuentwickeln besser Diagonalbälle zu verteidigen laufstärker zu werden auf den auf den Außenbahnen vor allem wenn wir einfach besetzt spielen dass wir dass wir eben auch immer wieder schließen und das noch einen Tacken besser machen auch eine bessere kompaktere Formation schneller schneller stellen und das sind Themen an denen wir arbeiten das sind immer auch Prozesse klar und da nochmal hilft es natürlich auch wenn du zusammen bleibst so jetzt ist ganz wichtig dass die drei mal Stamm-IVs da hinten gesund bleiben und durchzocken und wir relativ stabile Sechser davor haben da nicht permanent Fluktuationen haben aufgrund von Verletzungen oder anderen Thematiken und dann hast du auch einen gewissen stabilen Block und dann ist es auch so dass wenn du selbst wieder mehr Threads auf dem Platz hast direkt offensiv ich sag mal Silas in Top-Verfassung hilft dir auch dass Mannschaften mal anders gegen dich agieren und nicht nur aggressiv mit allen Mann das Zentrum schließen wenn der Speed von Silas auf dem Platz steht oder jetzt von Thiago Thomas auch oder am besten noch beide und Chris Führig auch noch weil dann ist es schon auch so dass der eine oder andere wieder nachdenkt auch mal vielleicht mit einem defensiven mehr gegen uns zu kicken und so bedingt das eine das andere aber lass uns einigen 10 vorne mehr 10 hinten weniger ich schlage ein das nehme ich bei den Abgaben ohne Rino jetzt unter Druck zu sagen naja gut er muss ja Vorgaben bekommen bei den Abgaben stachen zwei Spieler raus zum einen beendete Mario Gomez seine Karriere und zum anderen wurde Holger Bartschuber in die zweite Mannschaft geschickt ich weiß Holger hat das super professionell alles angenommen hat sich gut verhalten hat das gut gemacht aber man muss glaube ich Holger Bartschuber nicht besonders gut kennen um zu wissen dass der eine richtige Krawatte gehabt haben dürfte ist auch okay kann er haben er hat sich wie gesagt professionell verhalten warum gab es für Holger Bartschuber keine andere Lösung also warum war es notwendig ihn aus dem Profikader zu streichen weil es sportlich nicht mehr passte meines Erachtens das ist der Hauptgrund und eigentlich auch der einzige Grund und da muss man eine Entscheidung treffen da hat man Holger auch Wege aufgezeigt anders aus dem Klub herauszutreten auch mit einer finanziellen Kompensation aufgrund nochmals nicht sein Fehler so einen Vertrag zu haben wie er ihn hatte herauszutreten er hat sich anders entschieden und hat das sehr professionell geliefert auch mit einer mit einer guten Abgabe seiner seine Erfahrungspunkte an die jungen Spieler die haben sehr solide Saison gespielt auch dank ihm gilt gilt ein Dank für das auch so sauber mit abgehandelt zu haben aber Thema Kaderhygiene spielte da keine Rolle also dass er praktisch in der Kabine ne es war vor allem eine sportliche Entscheidung also wir hatten einfach als Linksfuß Marcin Kaminski Marc-Oliver Kempf und Clinton Mohler als Herausforderer drei Linksfüße das ist einfach mehr als genug das haben wir sehr klar gesagt ähnlich wie wir es auch im Kempfi gesagt haben dass in dem Moment wo er unser Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annimmt er natürlich ein vollwertiger Bestandteil des Kaders ist aber wir jemanden verpflichten der ihn perspektivisch nachfolgen kann das haben wir mit Ito gemacht und in dem Moment wo der Ito besser ist er natürlich auch spielen wird und auch spielen wird wenn er gleich gut ist und da ist im Kempfi sogar noch zugute gekommen dass Clinton Mohler so lange verletzt war weil sonst hätte das sicherlich auch er schon verenden können ist doch ganz klar also das ist das hilft ja auch keinem mehr da ist man ja auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und man hat es glaube ich auch ein bisschen in der Spielleistung gesehen im ersten halben Jahr dass das am Kempfi jetzt auch nicht komplett so vorbeigegangen ist das mache ich ihm nicht zum Vorwurf das ist eine ganz schwierige Situation das hat halt Berater übrigens wieder Volker Struth so entschieden mit Kempfi zusammen weil Kempfi hat super Jahre bei uns gehabt das ist völlig in Ordnung für uns und ist ja auch für alle jetzt gut ausgegangen Kempfi ist in der Liga geblieben er ist Stammspieler dort Hiroki Ito hat seinen Platz erkämpft ich glaube fußballerisch sogar ein Add-on in der Zweikampfführung und Härte kann er noch ein bisschen was vom Kempfi lernen aber im Gesamtpaket einfach für uns ein super Deal und auch natürlich auch ganz klar auch wirtschaftlich für uns deutlich besser als den Forderungen von Volker nachgegeben zu haben Clinton ärgert mich bis heute dass er mit seiner Hüftadrose immer wieder zurück geworfen wurde denn ich kann mich noch erinnern als du den verpflichtet hast war ja eigentlich so ein typischer Spieler da haben erstmal alle gesagt kenne ich nicht und ich weiß noch Sebastian was ich dir erzählt habe also ich gucke dann Juve League Spiele und ja du kannst dir nicht alle Spieler merken aber er ist mir in Erinnerung geblieben ich meine sogar dass er irgendwie noch ein Tor sogar geschossen hat wo er von der Mittellinie losmarschiert ist und dann mit einem relativ strammen Schuss getroffen hat ich meine das war das Spiel vielleicht habe ich es dann auch im Nachhinein noch irgendwo auf YouTube gefunden ich weiß es nicht aber der Spieler ist mir im Gedächtnis geblieben das ist auch echt schade weil Clinton ist ein Monster Monster Charakter echter Fighter komplette Chelsea Academy Mentalität war Kapitän der U19 hat nach drei Tagen für uns das Pokalspiel in Leverkusen gespielt eigentlich kalt reingeschmissen super gespielt hat übrigens den entscheidenden Ballgewinn zum 3-2 von Gonzalo Castro gehabt also ein ganz wichtiger Faktor im halben Jahr seitdem er da war was den Aufstieg angeht und ja ist wirklich schade dass das im Moment so läuft wie es läuft also jetzt ist er voll in der Vorbereitung aber es ist schon noch so dass natürlich mit zwei Jahren Corona weg von der Heimat wenig gespielt also wenn der Clinton sagt und er hat das jetzt mal angedeutet dass wenn ein Championship Club kommt oder ein Premier League Club käme ob er gehen könne habe ich vor dem Hintergrund wie der Clinton zu jeder Zeit zur Verfügung stand und Gas gegeben hat gesagt dass wir darüber reden können nicht weil ich ihn loswerden würde im Gegenteil sondern weil er es einfach verdient hat das offen zu besprechen also wenn er gesund bleibt bin ich mir sicher dass er seinen Weg gehen wird die Qualität ist unübersehbar also ich kann mich an kein schlechtes Spiel von ihm erinnern dass selbst als er da glaube ich gegen Augsburg reingeworfen wurde ja echt auch wieder performt also Hut ab ärgert mich wirklich dass das ja ein ganz toller Junge gesundheitlich nicht so funktioniert hat ich hoffe noch dass es vielleicht irgendwie werden könnte Nico González war übrigens im Sommer 2020 auch ein Thema da hieß es der könnte den VfB verlassen die Luftveränderung es war die Luftveränderung aber ich glaube was er ja meinte er hatte keinen Bock nochmal so eine Scheiße mitzumachen wie im Abstiegsjahr so habe ich ihn zwischen den Zeiten verstanden wer wollte das auch das war auch so also er hat weil es war für ihn ein knallhartes Jahr das wollte er tatsächlich nicht erleben aber Gott sei Dank hat er ja zugehört was wir ihm gesagt haben dass es ein ganz gutes Jahr werden kann für uns alle Gott sei Dank hat er dann sogar verlängert und war sicherlich auch schade dass er er hatte auch Verletzungsbech gehabt aber natürlich trotzdem mit seinen neuen Toren glaube ich war es natürlich einen wichtigen Anteil gehabt immer wenn er gespielt hat war es halt spektakulär also ich erinnere mich an das unfassbare Spiel gegen Hoffenheim wo er dann verletzt ausgeschieden ist davor aber noch bei der Nationalmannschaft auch performt hat da hast du gedacht Junge was ist denn das für ein Spieler auf einmal und weil du gerade gesagt hast man musste ihn so ein bisschen überzeugen war es dann das Thema wie gehen die Fans die Zuschauer mit ihm um oder war es die Bundesliga an sich oder die Medien kannst du das irgendwie festmachen Nein das ist ja so ein Komplettpaket aus allem also schlechte Erfahrungen dann vielleicht auch irgendwann tatsächlich eine Aufwertung aufgrund seiner Leistung auch in der Nationalmannschaft seines Vertrages Italien ist immer für Argentinien ein Thema wie es ja auch am Ende gekommen ist das ist ja ganz ehrlich im Profifußball nichts Ungewöhnliches dass ein Südamerikaner im Sommer ab und zu kommt und sagt ich möchte vielleicht doch lieber dahin wo mehr die Sonne scheint und meine Sprache gesprochen wird das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehört ich schaue ihn mir heute noch gerne an das ist auch so ich ja also ein richtig geiler Fußballer von Reschee geholt Spektakelspieler loko aber positiv genau und er hat dann auch in der Saison was reingebracht weil er ja dann auch durch Verletzungen halt auch von der Bank kam was wir jetzt in der abgelaufenen Saison nicht hatten du hast halt Torgefahr einwechseln können das hat die Saison so ein bisschen gefehlt aber wenn er kam dann war man gespannt hey da kommt was und das war geil hat sich aber bei ihm auch entwickelt das hat mich zum Beispiel mit Rückblick auf die letzte Saison immer wieder bei der Beurteilung von Mamouch geärgert weil wenn ich ihn kicken sehe sind es sind es Kleinigkeiten die noch nicht passen was ich sagen muss was mir aufgefallen ist du kannst mich jetzt widerlegen er nimmt sich zu häufig Abschlüsse also Mamouch die er nicht aufs Tor bringt also ich verstehe es wenn ein Spieler praktisch sich den Abschluss nimmt finde es auch immer richtig dass er sich eher den Abschluss nimmt als dass er abdreht oder was auch immer irgendein Schwachsinn mit dem Ball macht um es jetzt mal etwas hemmserblich zu erklären aber bei ihm kommen halt viele Abschlüsse noch nicht so richtig aufs Tor das heißt er muss irgendwie genauer werden vor dem Tor und wenn da mal die Dose aufgeht wie man so schön sagt ist das glaube ich auch ein Spieler der seinen Weg gehen wird also ja zwei Themen also ich glaube dass Omar seine Stärken vor allem 1 gegen 1 1 gegen 2 immer wenn er das Tor sieht hat also diese Gradlinigkeit dann auch aggressiv die Situation zu nehmen und auch wie gesagt macht er theoretisch auch ein 1 gegen 2 ich finde so ein bisschen Zusammenspiel letzte Drittel Vision Perifera ein bisschen mehr zu sehen sind seine Themen und bleiben es auch erstmal ich finde es ein bisschen schade dass wir das nicht weiter fortsetzen hätten können ich glaube wir wären gut für seine Entwicklung gewesen ein Jahr er hat uns auch weiterhin gut getan aber sein Weg geht relativ klein wieder zurück nach Wolfsburg oder wenn das dort nicht stattfindet ab nach England hat die Berater gewechselt deswegen deswegen war es kein Thema mehr für uns jetzt wieder zurück zur letzten Saison oder zur vorletzten Saison ihr seid mit einem Kader in die Saison gegangen für den und da möchte ich jetzt den Vertikalpass zitieren das Prinzip Hoffnung galt hieß es wie viel Risiko steckte denn in der Kaderplanung für 2020 2021 eigentlich hast du es ja schon beantwortet am wenigsten weil am wenigsten von allen Kaderplanungen bisher weil das erste Jahr war natürlich extrem geprägt durch diesen massiven Umbruch das zweite Jahr ein sehr stabiles Fundament noch aufgewertet mit aber ganz viel fußballischer Qualität die du für die erste Liga brauchst mit der Möglichkeit eben auch deine ganzen Speed-Spiele einzusetzen und das dritte Jahr halt durch durch den Abgabe von zwei Topleistungsträgern und zwei älteren Spielern schon mit Aufgaben und jetzt wollen wir mal gucken was wir für Aufgaben dieses Jahr zu erledigen haben Sebastian möchtest du was sagen du hast die Headline geliefert ich glaube es war der Andreas naja jetzt ihr seid ein Team nee aber das stimmt ja schon dass es in der Saison natürlich du mit dem Gerüst aus der zweiten Liga reingegangen bist die Frage stellte sich dann ja eher vor dieser Saison also wer soll die Tore schießen mit den Verletzten die du hast mit den Abgängen die du hast mit Nico González mit dem Gonzalo Castro der ja auch ein paar Tore geschossen hat aber die Headline die Headline die steht und die kann man auch nach wie vor in diesem Internet angucken also es ist doch es ist relativ einfach auch das habe ich ja schon vorhin gesagt es gibt eigentlich in diesen Preiskategorien in denen wir uns bewegen vielleicht in denen wir verkaufen aber nicht in denen wir einkaufen gibt es keine Sicherheit das wird auch so bleiben solange wir nicht einsetzen können was wir einnehmen das ist unser Prinzip Mut auf die Saison gesehen muss man ja auch sagen klappte dann aber zumindest sportlich so gut wie alles ich erinnere mich noch an einen Satz von dir finde ich nicht übrigens bist du unzufrieden dass man nicht in die ne aber es hat nicht alles geklappt es gab Phasen auch war sag ich auch ganz klar wenn wir Wolfsburg zum Beispiel vor dem Winter den Elber kriegen und gewinnen dort was möglich gewesen wäre dann wird das ein richtig richtig geiles Jahr und es gab auch Phasen wo wir zu viele haben liegen lassen aber das ist jetzt wirklich ja mal auf höchstem Niveau wenn man vor allem jetzt diese Saison basieren lässt aber das ist schon wichtig zu wissen dass da auch theoretisch sogar wer so gut im Flow waren und im Rhythmus waren und eingespielt waren dass da vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre aber habe ich gleich noch eine Frage zu aber trotzdem der Satz den ich noch anbringen wollte den fand ich ganz spannend weil man darf ja nicht vergessen Borna Sosa hat ja auch nicht ein bärenstarkes Zweitliga-Jahr gespielt auch aufgrund von Verletzungen da gab es diese Gehirnerschütterungsthematik damals und das ÖDM-Knie und das kam noch mit dazu und du meintest dann trotzdem im August das könnte sein Jahr werden also fast schon als Prophet bist du da aufgetreten und hast prognostiziert das was einen dann auch einsetzen sollte warum das würde ich jetzt wissen warum wurde es sein Jahr warum wurde es das Jahr von so vielen Spielern und ja kurzum warum klappt da einfach so viel was war das Erfolgsgeheimnis war das wirklich nur der Flow Start ist wichtig Flow ist wichtig zu wissen was man kann ist wichtig sich in den richtigen Momenten rauszukämpfen und eben nicht Nackenschläge zu bekommen Fußball-Bundesliga ist außerhalb der ersten sechs Positionen so eng von sieben bis achtzehn fast ist ja gefühlt fast ein bisschen so von sieben bis sechs zweite Liga sechs sieben acht zweite Liga extrem eng mittlerweile dass da echt einfach alles möglich ist und das sieht man ja auch absolut also ich meine gerade dieses vorletzte zweite Liga Jahr wo sie irgendwie die ersten zehn wenige Punkte nee das war letzte Saison oder wo die ersten zehn nur wenige Punkte auseinander lagen da haben wir da auch mal drüber gesprochen wir gucken nicht mehr so oft auf die zweite Liga aus Gründen am Ende der Saison landete der VfB auf Platz neun mit zwölf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und nur fünf Punkte Rückstand auf Platz sieben damals wurde die Europa Conference League neu eingeführt also man hätte sozusagen international spielen können hätte rückblickend eine Qualifikation für diese Conference League dem VfB eher geholfen oder eher geschadet ich habe mal den Satz von Julian Nagelsmann gehört wer spielt der trainiert nicht und das wäre schlecht für die Entwicklung von jungen Spielern hat er mal irgendwann bei Vontora gesagt das ist hypothetisch weil auch Spielzeit gegen Mannschaften in der Conference League extrem wichtige Erfahrungspunkte liefern kann vielleicht auch geholfen hätte ein paar Dinge einzuspielen sich Selbstbewusstsein zu holen in den Spielen für die erste Bundesliga deswegen bleibt es hypothetisch grundsätzlich wenn du anschaust wie viel Verletzung wir haben oder gehabt haben und wie viele Themen wir hatten aus dem Rhythmus zu kommen durch Länderspiele etc wäre vielleicht eine zusätzliche Belastung für ein paar Spieler schon krass gewesen hätte man sehr sauber dosieren müssen aber ich hätte mir trotzdem gewünscht wir hätten diesen Lerneffekt gehabt also ich bin was das angeht immer darauf gepolt das Maximale zu erreichen und das wäre in dem Jahr zu einer gewissen Phase dann eben auch Platz 7 gewesen der drin war das hätte ich super gefunden aber es war nicht enttäuschend dass wir es nicht erreicht haben das wollte ich jetzt gerade fragen war die Mannschaft war die Mannschaft war ihr enttäuscht dass es dann nur Platz 9 wurde weil es hieß mal von der Bild-Zeitung das hätte also das Spiel gegen Union hinter der Mannschaft nochmal einen Schlag versetzt weil man wusste wenn man das Ding jetzt gewinnt in Berlin dann ist man sozusagen voll mit dabei stimmt nicht es tut sehr gut mit mit unseren Voraussetzungen vom Spiel zu Spiel zu denken hat uns auch in der Zeit gut getan für dich persönlich war die Saison auch nicht ganz unwichtig denn dein Vertrag lief am Ende dieser Saison aus wann war für dich klar dass du deinen Weg mit dem VfB gemeinsam fortsetzen wirst früh ich war da offen für aber natürlich habe ich schon ein bisschen verstanden was da hinter den Kulissen passierte bevor das dann ja auch öffentlich klar wurde deswegen war ich vorsichtig was das angeht im Oktober 2020 hast du einen schönen Satz gesagt ich bin mit Haut und Haaren beim VfB meine Familie ist mit nach Stuttgart gezogen natürlich kann ich mir eine weitere Zusammenarbeit vorstellen ganz klares Commitment so kennen wir das auch von dir du gehst jetzt wieder ins letzte Vertragsjahr diesmal du klingst nicht ganz so überzeugend wie bei der letzten Vertragsverlängerung du sagtest diesmal ich stehe immer zu meinem Wort und identifiziere mich zu 100% mit dem VfB und mit meinen Aufgaben mein Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2023 und das respektiere ich jetzt als Fan sage ich jetzt mal auch als Fan von dir kann ich ja mal so offen sagen ich respektiere meinen Vertrag klingt jetzt nicht nach ich bin mit Haut und Haaren beim VfB dein Vertrag jetzt kommt meine Frage dein Vertrag beim VfB endet im nächsten Sommer gibt es eine Tendenz ob du bleibst sehr viele viele Fragen gleichzeitig also erstens glaube ich die wichtigste habe ich in der in der Situation wo es ja sehr öffentlich wurde zum Thema Sportvorstand ja auch sehr klar zum ersten Mal auch öffentlich zu diesem Thema Stellung bezogen weil ich das Gefühl hatte dass da Dinge entschieden werden von denen wir nichts mitbekommen und dass das auch sehr weit ist in einem Thema und nachdem ich das mehrfach intern besprochen hatte war es für mich einfach in der Zeit einfach mal klar zu äußern was ich davon halte das ist sehr ungewöhnlich für mich weil ich intern normalerweise kommuniziere und das auch seitdem ja wieder tue da konnte man das war in Stuttgarter Nachricht konnte man relativ gut nachlesen was ich von dem gesamten Komplex gehalten habe vor allem vor dem Hintergrund dass wir überhaupt noch keine Vorstandsvorsitzenden hatten das ist das eine das zweite ist da habe ich auch sehr klar gesagt ich kann mir in der Konstellation wenn der Weg beschützt ist auch vorstellen in einem Konstrukt bis 24 zu verlängern da habe ich das das erste Mal gesagt für mich ist das in Ordnung in der Phase es ist halt einfach Leistungssport dass man sich das auch weiter anguckt so und da stehen wir ja gerade es gibt ja sehr klare Aussagen drei Tage vor dem Köln-Spiel vom Alex dass man dass man grundsätzlich ja sich das vorstellen kann aber das analysieren möchte und dass man mal dieses gesamte Konstrukt ja erstmal überdenken möchte und mal auch mal bauen möchte also das was ich ja vor allem in der Diskussion im Sportvorstand nicht verstanden habe dass wir ja nie klar kommuniziert haben was sollen wir jetzt eigentlich machen was war denn Thomas Aufgabe als Sportvorstand noch was die als VV wo ist denn überhaupt ein Vakuum wenn du schon drei relativ starke Sport direkt worden hast und das ist ja der Status Quo heute auch also es liegt ja gar kein Angebot vor was ich mir angucken könnte und das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht wichtig weil jetzt erstmal wichtig dass wir bis September mal einen Top Top Job machen um bestmöglichen Kader hinzustellen am besten den Kader wie wir ihn heute haben zu behalten wenn mich einer fragt was ich mir jetzt aussuchen darf würde ich sagen ey lass mich doch noch einen Perspektivspieler holen und uns mal die drei umworbenen in Anführungsstrichen behalten lass uns das doch mal hinkriegen und gucken ob das vielleicht auch irgendwie finanzierbar ist das ist nicht realistisch seien wir ehrlich ich bin aber auch keiner der da jemals drüber jammert sondern nimmt das als Aufgabe was ich aber dann möchte ist wenn wir diese Aufgaben erfüllen dass man auch hundertprozentig dahinter steht was wir eben getan haben und also hinter uns auch steht die dann eben einen solchen auch durchaus risikoreichen Plan umsetzen und deswegen muss ich ja jetzt auch erstmal warten was die neuen Vorstände dazu entscheiden ganz grundsätzlich gilt das gleiche ich habe jetzt nicht nur Haut und Haare in Stuttgart sondern mittlerweile auch Bauch in Stuttgart wie wir alle wie wir alle Corona in der Lissspuren trotzdem möchte ich nochmal bei zwei Punkten nachhaken einmal du hast gesagt du kannst dir vorstellen bis 2024 zu verlängern das heißt wir reden jetzt über ein Jahr das ist das kann ich ja noch gar nicht entscheiden das muss ja mal der Klub mal zuerst machen und was sagt denn Sven Miss Hintat wenn er die Wahl hätte ich habe ja damals auch zwei Jahre verlängert das kann ich mir das auch vorstellen deswegen bin ich ich bin da ganz ehrlich bin da jetzt völlig entspannt mit weil du schon aber ich weiß nicht ob du mitkriegst was auf Twitter los ist da gibt es Menschen die Fans sind nicht entspannt die sind also man muss dazu sagen es gibt natürlich da auch eine Bubble und das kann man so offen sagen wie es ist dich komplett verehrt für das was du tust sie haben große Hoffnung in deinem Wirken sozusagen und befürchten einfach wenn du den Verein verlassen würdest also wenn der Vertrag nicht verlängert wird dass dem VfB Stuttgart wieder das alte Schicksal droht sprich du holst wieder Sportvorstände aus dem üblichen Karussell relativ perspektivlos das sag ich jetzt relativ perspektivlose Transfers es wird keine richtige Linie erkennbar die Trainer werden ausgetauscht wie jetzt aktuell bei euch vielleicht was weiß ich die Trainingskleidung keine Ahnung aber du weißt du was ich hinaus will das ist so ein Stück weit die Furcht die viele haben und wenn man natürlich jetzt hört dass du dir grundsätzlich erstmal einen Verbleib vorstellen könntest würde das ja auch bedeuten dass dann irgendwann mal der Vorstandsvorsitzende tätig werden muss dann wäre meine nächste Frage gab es grundsätzlich schon mal Gespräche mit Alex Werde über deinen Verbleib hier in Stuttgart über 2023 hinaus ne konkret nicht aber angedeutet natürlich ja deswegen also ich bin da wirklich deutlich relaxed damit aus mehreren Gründen gleich weil ich habe so sozialisiert und in dem Mindset in dem ich mich halt mit Fußball beschäftige überhaupt keinen Stress damit permanent einfach liefern zu müssen so und wenn jetzt Alex sagt er will jetzt einfach mal sehen weil er mich noch gar nicht kennt was ich für ein Transferfenster mache ist das für mich völlig in Ordnung da habe ich keinen Stress mit weil ich mir ziemlich sicher bin dass ich unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen die wir haben einer der wenigen bin der einen relativ guten Job machen kann so und die Zusammenarbeit mit Alex ist ja erstmal total gut angelaufen also es gibt ja jetzt überhaupt keinen Grund an dem zu zweifeln an irgendeiner Art und Weise wie der mich bewerten wird deswegen bin ich da wirklich komplett ruhig und dann muss man nicht zu was Knie brechen und finde es auch völlig legitim ihm jetzt auch mal die Zeit zuzugestehen das vernünftig anzugucken zu gucken was ist denn wie funktioniert meine Vorstandsmannschaft wie soll das Setup aussehen brauchen wir den SV überhaupt das sind auch Gespräche sicherlich zwischen AR und den Vorständen etc. dass die das doch mal alles abhandeln wenn wir genau wissen als Club und in den Gremien als Clubführung was wir wollen dann bin ich doch immer noch da ich laufe ja nicht weg bis wann auch immer man das eben abgehandelt haben möchte gibt es den Deadline für dich wo du sagst bis dahin brauche ich Klarheit ja gut wenn wir jetzt irgendwann mal Weihnachten haben dann sollen wir mal anfangen zu sprechen also das finde ich schon das ist aber auch völlig klar und das wird auch passieren also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen also das heißt solange die Geschenke nicht unter dem Baum liegen müssen sich die VfB-Fans die sich um deine Zukunft theoretisch kann man auch den Vertrag im Februar und März noch verlängern genau aber es gibt für für besorgte VfB-Fans aktuell und auch in den nächsten Monaten keinen Anlass zur Panik dass du von heute auf morgen irgendwie weg bist nein das hat er ja schon gesagt er respektiert seinen Vertrag ja was soll man denn sagen ich erfülle meinen Vertrag es hört sich ja genauso nüchtern an wenn man das jetzt in das Zitat oder ins Gegensatz zu dem Zitat sieht was ich damals gegeben habe ich habe es gerade versucht noch zu erweitern um das ein bisschen zu entschärfen vielleicht also das ist doch lass mal arbeiten und dann lass mal gucken und lass uns auch vor allem an den Themen arbeiten ich finde schon das war aber auch ein Thema was ich auch klar gesagt habe ich finde schon dass wir zum gewissen Zeitpunkt auch eine Chance hast haben mal dieses Thema ein bisschen früher zu beenden oder vielleicht auch mal klarer zu unterfüttern was Rino und ich machen also man stelle sich mal vor Klubführung hätte zum bestimmten Zeitpunkt gesagt wir gehen mit denen auch in die zweite Liga das hätte ich eine coole Aussage gefunden aber es ist auch für mich echt kein Problem weil guck mal dann hätten wir jetzt gar nicht diese Diskussion sondern jeder weiß ey auch zweite Liga hätten wir die mitgenommen und das hätte glaube ich gut getan gut getan wenn mal einer vor dem Ergebnis was dazu sagt aber für mich das ist ganz wichtig ist das völlig in Ordnung weil es ist Profifußball und wenn einer sehen will wenn man einen noch nicht kennt und er ist ja nicht die kompletten drei Jahre da wie ich sondern erst ein paar Wochen ein bisschen länger als ein paar Wochen jetzt drei Monate ungefähr ist das für mich völlig in Ordnung wenn Alex und sich auch die anderen neuen Vorstände das angucken und auch mal sagen wie wollte ich das bauen kann ja auch sein dass einer irgendwann auf die Idee kommt und sagt so wollen wir das nicht ist der Missländer dann der Richtige das müssen sie dann auch entscheiden das ist auch in Ordnung Letzte Frage dazu hängt ein weiteres Engagement hier beim VfB auch von der Besetzung des Sportvorstandsposten ab? Ne das hängt davon ab dass ich das was ich heute tue so tun kann wie ich das bis heute tue da ist es relativ egal wer Sportvorstand ist oder mir ist wichtig dass wenn jemand Sportvorstand wird der eine Qualität einbringt die noch nicht da ist und die wirklich was hilft ich habe mal irgendwann in einem Interview gesagt Matthias Sammer wäre saukool gewesen weil der einfach dann nochmal selbst ich sage mal jetzt mal Ralf Rangnick die Jungs die richtig schon abgeliefert haben die nochmal anderthalb Dekaden weiter sind als ich die nochmal was einbringen die richtig auch Feuer immer noch haben das siehst du ja in jedem Interview von Matthias zum Beispiel gerade Matthias mit seiner mit seiner Historie in diesem Club mit dem Herzen befreundet mit Günter Schäfer und so wäre natürlich super geil gewesen aber ist ja auch klar das ist ja nicht ernsthaft gewesen weil er ist A bei Dortmund und B hat er auch klar gesagt er möchte so ins operative Geschäft nicht mehr zurück also man sieht da bin ich sehr offen für mir ist aber wichtig dass nicht am Ende jemand aufschlägt der am Ende nur halb so gut ist wie Markus Rüth oder Thomas Krücken oder ich und dann vielleicht einen der dreien da geht es weniger um mich weil wie gesagt ich habe klare Vorstellungen davon aber da bin ich leider oder was heißt leider da bin ich halt genauso wie mit meiner Mannschaft das ist unsere Gruppe und da muss man mir schon sehr gut erklären warum einer besser ist als Markus und das dann anstelle von Markus wird zum Beispiel der sicherlich das war ja damals ein Vorschlag von mir dieses Gesamtkonzept mal anschaut wie dieser Club funktioniert einen nicht in die Hitze zu stellen wie ein Sportdirektor der auch ein Konzept mit all dem was er an Erfahrungen hat NLZ etc. hat das war nicht weil ich suche mir einen aus sondern erklär mir doch mal warum der der kommen soll besser ist als und die Fragen werde ich stellen das ist das tue ich immer aber du könntest dir theoretisch auch vorstellen zum Beispiel Sportvorstand des VfB zu sein das ich finde das ist genau das gleiche ich finde das völlig unwichtig ich bin ein sehr guter ich glaube ich mache einen ganz ordentlichen Job beim VfB Stuttgart als Sportdirektor so dann muss man sich die Fragen zuerst beantworten was muss denn der Sportvorstand machen also ist der verantwortlich davon vor allem Stadionausbau Clubzentrum 26 mit zu begleiten Infrastrukturen zu bauen soll der mehr in die Wirtschaft soll der Sponsoren akquirieren bin ich dann der richtige ja oder nein so muss der auch ins NLZ reingucken soll der übersehender sein langfristiger plant sein was ist denn eigentlich das Aufgabenprofil des Sportvorstands das sehe ich eigentlich alles übergeordnet was ich genannt habe beim Sportvorstand dann bleibe ich besser Sportdirektor weil ich glaube dass ich gut bin mit der Mannschaft mit dem Trainer ein guter Sparringspartner zu sein auch in der Zusammenstellung eines Kaders meinen Track Record gemacht habe in meinem Leben Geld verdient habe dann mit diesem Club also kann ich vielleicht auch irgendwann Sportvorstand sein ja brauche ich dann eine gewisse Lernfähigkeit drei vier fünf sechs Monate ein Jahr für wahrscheinlich weil keiner macht das mal eben so so wie gut ist dann der der meinen Job ausfüllt also was macht eigentlich oder was ergibt mehr Sinn einen Sportvorstand zu holen einen Sportdirektor hochzupacken um einen Sportdirektor zu finden am Ende brauchst du einen für bestimmte Aufgaben die musst du definieren und wenn du die Aufgaben definiert hast dann weißt du wo ich einen Sportvorstand und was das Profil an dem Sportvorstand sondern wenn wir das das ist ja auch das warum wir heute noch nicht sprechen wenn das mal zu Ende definiert ist dann geht man an den Tisch und dann entscheidet das mal denke ich ich hoffe dass sich darüber schon jemand Gedanken gemacht hat gehe ich von los also so wie ich Alex bisher kennengelernt habe kann ich mir nicht vorstellen dass er sich keine Gedanken darüber macht hat vielleicht können wir mit ihm ja auch mal hier darüber sprechen das wäre was oder das wäre was Thomas Hitzisberger war ein wichtiger Vertrauter von dir haben wir vorhin schon mal gestriffen hier in Stuttgart war ein ganz wichtiger Mann an deiner Seite im vergangenen September hat er bekannt gegeben dass er seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender beim VfB nicht verlängern wird Ende März diesen Jahres verließ er dann den Verein was hat sich seitdem für dich verändert und inwieweit wirkt sich Thomas Abgang dann vielleicht doch auch auf deine Zukunft aus oder gar nicht schwierig also ganz grundsätzlich es ist ja mal so dass das was wir hier begonnen haben wir zusammen begonnen haben das heißt jetzt nicht dass man das nicht fortsetzen kann ohne Thomas aber klar war der Weg war relativ klar und eindeutig und Thomas hat auch eine riesen Qualität eingebracht in ganz vielen Bereichen und der war unheimlich gut darin ähnlich wie ich das auch für Michael Zorc beschrieben habe Menschen halt auch in seinen Expertisen und seinen Verantwortungsbereichen zu empowern und ich glaube dass das in Strukturen im Allgemeinen extrem wichtig ist dass wenn man gute Direktoren hat oder andere Vorstandskollegen hat oder gute Manager hat egal in welchen Bereichen das Empowerment das Richtige ist Verantwortungsbereiche zu definieren und denen auch einen Freiheitsgrad zu lassen ansonsten hast du einen der alles überwacht und das funktioniert meist nicht das sehe ich nicht das sehe ich in keiner Company die heute maximal erfolgreich ist sehe ich diese Strukturen noch das ist das eine das zweite ist dass Thomas und die anderen Vorstände natürlich eine gewisse Change-Prozesse in der Leadership-Gruppe durchgeführt haben und ich hoffe dass der auch und bin aber auch sehr guter Dinge dass der auch so fortgesetzt wird und deswegen bin ich da ich bedauere das habe ich gesagt aber ich glaube das habe ich auch gesagt dass wir mit Alex auch einen sehr sehr guten Nachfolger gefunden haben du hast mal gesagt du magst deine Rolle in Stuttgart weil du nicht so vielen Leuten jeden einzelnen Schritt erklären musst ich gehe jetzt mal davon aus dass Thomas Hitzesberger der Typ war der dann wenn er sich nicht selber entscheiden konnte anderen Leuten eben jeden einzelnen Schritt erklärt hat wird er wahrscheinlich auch oft übernommen haben schlussendlich habt ihr das ist mein Eindruck vieles im kleinen Kreis beschlossen entschieden um den Kreis auch noch mal ganz kurz aufzuzählen Thomas Hitzesberger natürlich Markus Rüth Rino und du ist es immer noch so dass man im kleinen Kreis entscheidet sind die Wege immer noch kurz oder können Ideen ja jetzt aktuell nicht mehr ganz so schnell umgesetzt werden wie das noch unter Thomas der Fall war weil um das noch zu ergänzen ich denke mal gerade was das Thema Transfers angeht da ist halt Timing das entscheidende Thema ganz oft also habe ich bisher überhaupt nicht das Gefühl dass das dass sich das verändert ich glaube dass wir weiterhin die gleiche Gruppe haben die das entscheidet mit eben einem Austausch also Alex für Thomas zum jetzigen Zeitpunkt der natürlich auch komplett mitgenommen wird der im Strategie-Kader-Planungsgespräch in der Saisonanalyse drin war volle Kanne und ne ganz grundsätzlich zu Leadership-Strukturen ich glaube je klarer und sauberer die strukturiert sind desto einfacher und da muss man einfach lernen lernen von den Strukturen die sehr erfolgreich gearbeitet haben in den letzten Jahren da muss man einfach konstatieren dass ob man jetzt Rasenball mag oder nicht ob man das jetzt akzeptiert oder nicht oder Hoffenheim mag mit Dietmar Hopp als Mäzen oder Leverkusen oder Wolfsburg dass wir sehr sehr smarte klare Entscheidungsstrukturen haben und diese Clubs sind maximal erfolgreich geworden weil sie das hatten und weil sie halt kein Risiko haben und weil ne ne es gibt auch viele Clubs die kein Risiko haben und trotzdem nicht erfolgreich werden aber wer hat denn welcher Club hat denn die Möglichkeit seine Defizite ständig ausgleichen zu lassen jeder Ownership Club in der Premier League zum Beispiel ja gut okay Premier League aber da hast du alle Mannschaften die unter denselben unabhängig davon dann lass uns das erweitern auf Clubs die sehr erfolgreich arbeiten und das ist am Ende sind das auch Dortmund und Bayern wo jetzt auch nicht 22 Leute mitreden sondern am Ende haben das in Bayern zwei gemacht und in Dortmund zwei Punkt Watzke Zorc Dominique Hoeneß basta sonst keiner am Ende da waren ein paar dabei aber keiner keiner redet mit ich will jetzt nicht dafür werben dass nur noch zwei Menschen entscheiden sollen aber ich glaube je mehr Köche zum gleichen Thema nützt nichts schafft vernünftige Strukturen ich glaube wir haben heute sehr gute wir haben lass uns nur beim Sport bleiben weil das ist mein Bereich wir haben drei Direktoren im Sport die ihren Job erledigen Rüth Direktor Sport und Organisation Krücken NLZ ich für Profifußball so wir haben ganz klar wir haben in dem Sinne können wir alleine nicht irgendwie einen Vertrag unterschreiben wir brauchen Unterschriften das ist das Korrektiv genauso umgekehrt muss die Vorstandsebene am Ende in den Verantwortungsbereichen mit den Direktoren sprechen und sollten das Korrektiv umgekehrt sein dann hast du eine gesunde Struktur du hast drei Vorstände die alles überwachen hinterfragen können große Entscheidungen dieser drei Vorstände werden sogar noch vom Aufsichtsrat zusätzlich nochmal beaufsichtigt und beraten und auch am Ende durchgewunken wenn es ganz große Entscheidungen sind wie zum Beispiel Job vom Trainer Verlassung vom Trainer oder außerhalb bestimmter Budgets Transfers also richtig große Transfers oder für alte Spieler viel Geld oder ein besonderes Gehalt oder sonst was oder ein Signing Fee für den Spieler wenn er ablöst etc. etc. da gibt es ein paar Sachen die einfach da durch müssen und das ist auch völlig legitim und in Ordnung das heißt du hast eigentlich eine gute Struktur jetzt musst du aufpassen dass du nicht nur ein Korrektiv des Korrektivs des Korrektivs einbaust dass du irgendwann nur noch redest 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 passiert genau das was du sagst bist langsam und langsam ist scheiße wenn du kein Geld hast erst recht weil ohne Ressourcen langsam und keine Ressourcen vergiss es hast du keine Chance weil wir müssen schnell sein wir müssen mit weniger mehr machen und wir müssen ein gutes Projekt verkaufen können sportliches Projekt verkaufen können ich wollte noch ganz kurz meinen Einwand erklären es ist natürlich leichter wenn ich ins Risiko gehe oder zum Beispiel Transfers tätige wo ich mir wo es zumindest was Risiko gibt ist das natürlich leichter diese Transfers durchzuwinken wenn ich weiß am Ende gibt es halt ein Unternehmen das mir den Arsch rettet also ich gehe nicht pleite ich muss mich natürlich auch dafür rechtfertigen wenn was nicht funktioniert hat aber beim VfB bedeutet halt keine Ahnung wenn ich einen Spieler wie Sirloch verpflichte der einen Haufen Geld kostet im Jahr plus eine höhere Ablöse und der schlägt nicht ein dann ist das für den Verein im Endeffekt der Sargnagel noch schlimmer fand ich das was in der Winterpause letzten Jahr ablief dass halt Wolfsburg sieht Mensch ist ja alles scheiße dann kaufen wir einfach mal den Wind absoluter Megaspieler dann hole ich noch den Kruse der von der Mentalität vielleicht ganz gut zu uns passt und den kennt ja auch noch hier der Grofeld von Bremen die kaufe ich einfach mal im Endeffekt hätte wahrscheinlich Union irgendeine Summe eintragen können und die hätten es immer noch unterschrieben und das sind natürlich Voraussetzungen die in der Premier League anders sind natürlich sind da auch Summen die variieren massiv aber prinzipiell hat jeder Klub die gleichen Voraussetzungen das ist in der Bundesliga nicht mehr der Fall ja wobei wir auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt Voraussetzungen hatten die uns auch besser hätten dastehen lassen können als das was wir heute sind aber du hattest nie die Möglichkeit dein Minus einfach durch einen Geldgeber ständig ausgleichen zu lassen das ist richtig und das werden wir auch solange die Strukturen so sind wie sie heute sind nicht haben aber das ist ein Problem für die ganze Liga weil du kämpfst ja mit unterschiedlichen Voraussetzungen ich werde nicht mit dir darum kämpfen ich bin ja deiner Meinung das ist völlig klar ich wollte es doch einfach nur nochmal sagen das sind am Ende Ownership wie Ownership Strukturen was ich ganz hat aber nichts mit den Entscheidungsprozessen zu tun jetzt mal wenn die jetzt unlimitierte Ressourcen hätten wie sie nun mal haben und schlechte Entscheidungsstrukturen würden sie auch mehr mehr also nicht mehr so klar zumindest einer Philosophie folgenden Entscheidungen treffen das ist eine feste Überzeugung von mir und so ein Sportdirektor Posten bei einem Verein mit viel Geld und strikten Strukturen wie Hoffenheim wie Leipzig wäre das was für dich? also wer mich jetzt ein bisschen kennt der weiß dass ich dass ich eher sehr traditionalistisch unterwegs bin wenn du manchmal anguckst was sie für Möglichkeiten haben dann kann man schon mal mit dem Gedanken spielen aber das ist überhaupt nicht meins also ich glaube nicht nur in dem Gespräch sondern ich glaube ihr habt mittlerweile in den letzten drei Jahren dann auch schon ein bisschen mitbekommen wie ich so funktioniere und ich finde das schon richtig gut was ich cool fand war gerade die Erklärung von ganz klaren Strukturen dass im Endeffekt jedem klar ist was er zu tun hat für mich ist da ein gutes Beispiel viele werden ihn nicht so mögen aber ich fand es eigentlich immer ganz cool in München durfte mit Sicherheit jeder im Verein seine Meinung haben aber am Ende war es solange er da war immer so wenn Uli Hoeneß den Daumen gehoben oder gesenkt hat dann war die Diskussion beendet das heißt nicht dass man vorher wie gesagt nicht diskutiert hat aber das finde ich halt ist ganz wichtig dass es halt dann irgendwann mal Schluss ist das müssen wir glaube ich auch hier hinkriegen beim VfB ist jetzt nicht irgendwie eine Anspielung auf irgendwas aber ich wollte es einfach mal und das am besten für jeden in seinem Expertise bereichen so ist es du hast mich verstanden es gab im vergangenen Dezember wir haben es gerade eben schon mal touchiert klare Worte von dir zur Besetzung des Sportvorstandsposten warum war es für dich wichtig dass dieses eigentlich interne Thema öffentlich diskutiert wurde mir war das nicht wichtig aber für mich hat es sich so angefühlt als wenn das in eine Richtung läuft die ich nicht akzeptieren kann und dann sage ich es lieber vorher und laut aber ging es auch so ein bisschen darum dass du deine Unabhängigkeit vielleicht nicht mit einem neuen Sportvorstand verlieren könntest also Unabhängigkeit meine ich ich bin nicht unabhängig ich bin immer abhängig von guten Erklärungen dass ich zwei Unterschriften bekomme aber deine Erklärung kann noch so gut sein wenn der Sportvorstand sage ich mal eine andere Richtung möchte ja aber das können auch die aktuellen Vorstände das ist das wird sich nicht verändern ja da hast recht wir kommen sicher später nochmal auf die aktuelle Situation beim VfB zurück ich möchte jetzt aber wieder zurück zur chronologischen Abfolge der Geschehnisse Mitte Dezember 2020 hast du deinen auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart um zwei weitere Jahre verlängert damals war schon klar dass sich ein Machtkampf zwischen Thomas Hitzesberger und Klaus Vogt anbahnte Thomas hatte zwar diesen öffentlichen Brief noch nicht rausgebracht aber ich kann mir gut vorstellen dass das andere Thema dann auch mal hinter verschlossenen Türen zwischen euch beiden angesprochen wurde dennoch die Frage wie sehr hat dich denn dieser öffentliche Frontalangriff von Thomas auf Klaus Vogt schockiert oder überrascht oder was hat das mit dir gemacht als du das dann auf einmal mitbekommen was das auch für Wellen geschlagen hat also dass natürlich Spannungen da waren das hat ja jeder mitgeschnitten so ein bisschen wer natürlich bei uns im Prinzip arbeitet oder zumindest so nah an den beiden dran ist und arbeitet es passt nicht zu Thomas also der Brief passte nicht zu Thomas und das hat er auch relativ schnell auch gesagt das auch klar gezogen und klargestellt mir war es immer nur wichtig das komplett aus dem Sport rauszuhalten und auch eine Neutralität zu bewahren die Meinung die ich zu dem einen sowie dem anderen Thema für die beiden hatte haben sie von mir hinter verschlossenen Türen bekommen und ich denke sie beide haben auch relativ schnell verstanden es gab ja auch von den Briefe zurück dass das nicht der richtige Weg ist das haben sie ja Gott sei Dank auch relativ schnell dann wieder hinbekommen wir haben es ja auch schon ein paar Mal im Podcast thematisiert für mich war es irgendwann mal so dass ich gesagt habe okay jetzt ziehe hier einen Schlussstrich Thomas hat sich entschuldigt ich finde es ist immer schwer dann die Art und Weise der Entschuldigung zu diskutieren das war ja dann auch mal ein Thema war die Entschuldigung jetzt aufrichtig oder war es genug wie er sich entschuldigt hat das war mir dann irgendwann egal ich glaube irgendwann musst du einen Schlussstrich ziehen was die beiden bewiesen haben in der Zeit in der sie dann noch zusammenarbeiten durften war dass sie im Sinne des Vereins gehandelt haben und das fordern wir ja immer also ich fordere nicht von den beiden dass die sich gut verstehen oder wenn sie behaupten sie würden sich gut verstehen dass sie es auch wirklich tun was ich aber fordere ist dass sie immer im Sinne des Vereins handeln und das ist Thomas gelungen und deswegen habe ich absolut mit ihm meinen Frieden gemacht und das für mich war es damals glaube ich das Schlimmste was passieren konnte weil Thomas für mich irgendwie so für Aufbruch stand genau was du gesagt hast es passt überhaupt nicht zu ihm ich könnte es gar nicht richtig verpacken diese ganze Nummer vor allen Dingen war ja auch Klaus Vogt auf der anderen Seite dann wieder jemand war den ich auch gut fand als Präsident der so ein Stück weit eben nicht die Art Präsident war die wir davor hatten und dann prallten mehr oder weniger so ja das ist fast wie so ein Ehekrach den du siehst weißt du deine Eltern die zanken sich vor dir und du denkst die ganze Zeit jetzt Mensch nehmt euch doch wieder in den Arm ist doch alles gut es läuft ja auch noch sportlich ja also du hast halt echt das Gefühl gehabt es ist so unnötig was da alles passiert aber ich sag mal so man weiß am Ende vielleicht jetzt noch nicht für was es gut war kann ja sein dass alle da was draus gelernt haben und der VfB am Ende davon profitiert am schönsten hätte ich es trotzdem gefunden wenn man die Lösung irgendwie ja hinbekommen hätte mit Thomas weiter zu verlängern ja also dieser Abgang der ärgert mich schon noch hat nichts mit Alexander Werder zu tun mit dem kann ich eigentlich auch ganz gut leben sind ja auch nachrangig stattfinden Ereignisse ja aber ist schwierig ja ich glaube alles gesagt also ich das war ich fand es sehr wichtig dass sie dann doch relativ schnell die Kurve bekommen haben wieder miteinander zu reden und nicht übereinander und das haben sie dann wirklich gut hinbekommen und wenn die beiden fein damit sind dann sollten wir alle anderen oder die die dann noch darüber diskutieren wollen vielleicht einfach mal sich fragen wenn die fein sein können warum könnt ihr es dann ich habe es beerdigt wir haben noch nicht alles ausdiskutiert was diese Thematik angeht denn wenn es stimmt was man damals so hörte hatten diese internen Schwierigkeiten zwischen Thomas und Klaus durchaus auch Auswirkungen auf deine Vertragsgestaltung du sollst dir eine Schutzklausel oder du sollst eine Schutzklausel ausgehandelt haben demnach sollst du einseitig kündigen können wenn eine grundlegende Entscheidung in deinem direkten Kompetenzbereich getroffen wird und du weder zugestimmt jetzt muss ich aufpassen noch unterschrieben hast ich hoffe das ist die richtige Formulierung kannst du diese Klausel hier bestätigen oder möchtest du sie dementieren es geht nur bestätigen unter dementieren es geht theoretisch geht auch unkommentiert lassen by the way es ist doch ganz einfach also wie ihr mich so ein bisschen kennengelernt habt finde ich dass es immer ganz wichtig ist dass Dinge sehr klar geregelt sind und auch fair geregelt sind und es gibt zwei Themen die man fair regeln kann das eine ist Clubs wollen in der Regel unabhängig jetzt mal was in meinem Vertrag steht oder nicht wollen sehr gerne möglichst wenig Abfindung zahlen wenn der sportliche Erfolg ausbleibt also sprich wir werden abgestiegen in die zweite Liga und da kann ich eine Gegenforderung stellen was ist wenn ich sportlich super erfolgreich bin und woanders hin will und jetzt kann man sich entscheiden es gibt keine Abfindungsregelung und keine Möglichkeit auszusteigen und es gibt eine Abfindungsregelung und vielleicht eine Möglichkeit auszusteigen das ist was ganz anderes als bei Spielern weil unabhängig von deren Leistungen bezahlt sie die weiter deswegen kann man da finde ich das habe ich auch mal im Zusammenhang mit Rino erklärt Ausstiegsklauseln durchaus anders sehen und ich finde da ist nur fair wenn ein Klub sich für einen negativen Fall absichern möchte dass ich im Gegenzug fordern würde wenn das denn so eben wäre auch eine gewisse Möglichkeit zu haben Konjunktiv ob das so ist oder nicht lasse ich unkommentiert Hauptsache nicht im Laufe der Saison Nein, nein, nein das ja nie also auch eine Abfindungsregelung hast du ja in der Regel nicht zu den Zeitpunkten das nächste ist das habe ich vorhin schon mal gesagt wenn ich zwei Unterschriften brauche für Entscheidungen die meinen Kompetenzbereich betreffen zwei Unterschriften heißt Sportvorstand zwei Vorstände also meist hatten wir nur zwei jetzt haben wir ja drei also meint theoretisch könnten auch der Marketingvorstand und meines Wissens zumindest und der Finanzvorstand unterschreiben aber in der Regel wird der Alex natürlich mit unterschreiben weil er das Ressortsport hat und wenn Sportvorstand dabei ist wird auch ein Sportvorstand der mein Hauptansprechpartner sein ist doch ganz klar so und was ich aber was ich aber gut fände natürlich in dem Themenkomplex ist, dass jetzt nicht zwei Vorstände hingehen können und sagen können ich schmeiße jetzt einen Rino raus ohne mich zu fragen und da sehe ich schon zu dass mein Vertrag auch einen gewissen Schutz bietet für diese Mechanismen dass nicht einfach zwei kommen können und sagen können so jetzt mal hier der Spieler verkauft und dass das mit mir abgesprochen werden muss also wie ich finde Einstimmigkeit oder Zustimmung im Prinzip muss erfolgen aber Schutz und keine also das ist schon ein bisschen sehr kompliziert dargestellt also eigentlich zwei direkt einfache Prinzipien was du kriegst kriege ich auch hast du da so ein bisschen auch aus der Zeit beim FC Arsenal raus gelernt dass man sich dann so eine Klausel vielleicht geben lassen kann du suggerierst jetzt es gibt auf jeden Fall eine Klausel ich habe ja nur Prinzipien für Verträge erklärt ich bin ja kein Profi-Journalist ich bin ja nur Fan deswegen drücke ich mich manchmal etwas einfach aus nein also da musste ich nicht lernen dass auch bei Arsenal kannte ich diese Prinzipien schon ich bin gut im Frühjahr 2021 kam noch ein Gerücht auf und zwar dass du ab 2022 neuer Sportdirektor beim BVB und somit Nachfolger von Michael Zorc werden könntest es soll angeblich sogar im März 2021 Gespräche gegeben haben was war da dran? also das habe ich ja auch gesagt dass das durchaus schon da auch mal gesprochen wurde aber nie konkret zum einen und zum zweiten auch überhaupt nicht klar gewesen wäre was ich entschieden hätte und welcher Job das überhaupt ist das haben wir nicht konkretisiert weil ja auch sehr klar war dass Sebastian Kehrl das wird zum einen und zum zweiten ich einen gültigen Vertrag habe und nochmal ich das auch ziemlich gut finde was ich hier tue und du hast auch was Gutes gesagt du meintest die Dortmunder müssten erstmal ein extrem gutes Projekt hinstellen und in Stuttgart müsste sehr viel falsch laufen dass ich überhaupt darüber nachdenken würde den Verein zu verlassen und genau das ist richtig der VfB trug 2020 2021 ganz klar deine Handschrift also nicht nur der Kader sondern ich fand auch das Auftreten erinnerte mich so ein bisschen an ja dein Verhalten auf dem Transfermarkt das heißt glaube an sich selbst mutig sein riskant sein selbstbewusst auch auftreten und in der Saison 2021 2022 über die wir jetzt noch sprechen wollen ging das nach und nach verloren also nicht dein Mut aber der Mut der Mannschaft stimmt sie mir dazu dass die Mannschaft was Mut angeht nicht immer auf der Höhe war ich weiß nicht ob Mut das richtige Wort ist Selbstvertrauen Selbstvertrauen trifft es eher in Phasen gut zu spielen 5-1 zu gewinnen dann erste relativ harte Schlag auswärts Leipzig wo sie uns wirklich extrem im Zentrum gekillt haben sehr verstanden haben was wir tun wollen so ein bisschen eigentlich komplett in Jessemarch Fußball reingespielt haben dann Freiburg wie immer aber dies Jahr nicht eigentlich musste doch das erste Spiel schon finde ich musste musste eigentlich gewinnen das Spiel oder zumindest unentschieden spielen kriegst wieder die ersten drei Schüsse rein wie wie davor das Jahr ja auch das war ja fast Blaupause des Spiels davor aber es war sehr schlecht verteidigt ja Gegentore sind meist schlecht verteidigt aber es gibt schon noch Abstufungen das eine ist ein Sonntagsschuss nach der Ecke das das erste Ding ja aber es war halt auch pass also schon sehr sehr effektiv auch von Freiburg gespielt und wir auch wieder Chancen gehabt zum 1-1 zum 1-2 und irgendwie nicht gemacht und dann bist du direkt so ein bisschen schon in in einer schlechteren Phase direkt zu Beginn der Saison hast hast all die Themen die du halt eben abarbeiten musst mit der Verletzung von Sascha in Leipzig dann ziemlich spät die Neuzugänge Fahrgier und Mamouche ohne Vorbereitung eigentlich bei dem vorletzten und letzten Tag gekommen und dann ist Mut das falsche Wort sondern Verlust von Selbstvertrauen und ein paar Prozentpunkte machen wirklich den Unterschied in den Positionen oder in den Ligenregionen oder in der Ligenregion in der wir uns befinden Relativ früher klar da haben wir vorhin schon drüber gesprochen dass Gregor Kobel und Nico Gonzalez den VfB verlassen würden wir VfB-Fans hatten dann durchaus auch noch die Sorge dass vielleicht Sascha Kalajcic Orel Mangala oder Borna Sosa die Nächsten sein könnten gab es jetzt für die letzten für die letztgenannten konkretes Interesse von Vereinen die sag ich mal auch in der Lage gewesen wären eure Bedingungen zu erfüllen damals gab es kein konkretes Angebot nein und da hattest du vielleicht die Sorge dass da noch was kommen könnte also auf was ich hinaus will ist bei Sascha zog sich das so lange hin und man war sich nicht sicher ob ihr dann praktisch noch auf den Wegfall eines Stürmers direkt reagieren können mit ja also jetzt mal gehen wir davon aus dass Mamusch wirklich nur so eine Reaktion auf die Schulterduxation war aber wäre das dann auch euer erstes Target gewesen wenn Sascha ganz normal den Verein verlassen hätte ne da wäre es sicherlich eher ein Zentrumstürmer Typus gewesen weil du musst ja oder möchtest ja dann auch wenn Omar dazu kommt ja auch die Möglichkeit haben dass der eine mit dem anderen zusammen spielen kann und nicht nur für den anderen weil sonst gewinnst du ja nicht wirklich die Qualität dazu wenn Sascha wiederkommt also sprich der Plan war einen Stürmer zu finden in dem Moment der solange Sascha nicht da ist auch vorne spielen kann und wenn Sascha da ist auch mit ihm spielen kann auf einer anderen Position wenn Sascha gegangen wäre statt sich zu verletzen dann wäre sicherlich eher das Profil auch ein eher klassischerer Zentrumstürmer gewesen War Jonas Wind mal Thema? Nein Mist Nein einfach aus dem Grunde dass das einfach auch eine Preiskategorie ist zu dem Zeitpunkt als recht aber ja noch teurer als im Winter die du einfach nicht wirklich stemmen kannst als VfB Stuttgart Über einen Abgang müssen wir natürlich auch kurz sprechen Ihr habt mit Gonzalo Castro nicht verlängert dabei hattest du in der abgelaufenen Saison noch oft betont wie wichtig er auch fürs Teamgebilde war viele Fans waren dann im Laufe der Saison der Meinung dass genau so ein Spieler eigentlich gefehlt hätte und dem VfB mehr Stabilität verliehen hätte wenn ich jetzt behaupten würde du hättest mit Gonzalo Castro gerne verlängert aber es wäre wirtschaftlich unvernünftig gewesen würdest du mir dann zustimmen? Ist auf jeden Fall nicht falsch und war ein ganz wichtiger Faktor es hätte aber auch trotzdem sein können dass wir in Gonzalo nicht verlängert hätten weil zum einen hatten wir auf der Position mit Daniel Idavi Philipp Klement und Philipp Förster drei unserer ältesten Spieler die alle seine Positionen spielten wir haben zum Beispiel in unserem Benchmarkspiel in dem Jahr 5-1 bei Borussia Dortmund haben Philipp Förster und Matteo Klimowitz gespielt und zum zweiten oder zum dritten ja mittlerweile in der Aufzählung haben wir auch Platz machen wollen für eines unserer bis zu dem Zeitpunkt dem absoluten Top-Talent der Akademie Lee Ekloff der genau seine Position ist und sein Profil ist und eben auch Naoui Armada wenn wir das in einer defensiveren Struktur mit einem Zehner und er in einer Rottenformation spielen wollten und das ist ja wie immer im Fußball also wenn du einen Gonzo nicht verlängerst und es läuft schlecht kriegst du auf die Fresse wenn du einen Gonzo verlängerst und es läuft schlecht dann sagst du ja warum spielt nicht wenigstens der Lee Ekloff für den und von daher das musst du aushalten du musst halt Abwägungen machen aus der Vielzahl der Argumente und wenn du das alles zusammennimmst Wirtschaftlichkeit Entwicklungsplätze für eben Naoui und vor allem Lee plus dass Gonzo jetzt auch nicht ein Leader ist wie ein Kaminski oder wie ein Anton oder auch wie ein Endo sondern Gonzo vor allem dann auch funktioniert wenn Mannschaften im Flow sind weil wir müssen ja schon auch sagen dass in den zwei Jahren wo Gonzo zweite Bundesliga bei uns gespielt hat und auch abgestiegen ist mit uns jetzt nicht durch das was man so allgemein als Leader ja empfindet vorangeht sondern das schon ein bisschen anders managt und diese Charaktere hatten wir ja noch in der Kabine ich fand wenn wir rein über Leadership sprechen den Abgang von Martin Kaminski schwerwiegender was das angeht und da habe ich aber auch erklärt so ein bisschen was wir da an Strukturen hatten an Linksfüßen und wir dürfen eben nicht vergessen dass wir sehr kurzfristig ich glaube das war noch im März oder Ende März im Prinzip aufgrund der Corona Thematiken und Einbußen gesagt haben wir gehen noch mal fast 6 Millionen im Gehalt runter oder Zielsetzung war 6 und 5 haben wir dann glaube ich finalisiert immer wenn man Gonzalo Castro später über diese Geschichte also über diesen Abgang reden hört dann merkt man dass er diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen kann ich habe jetzt mal einen Einspieler vorbereitet und vielleicht kannst du ganz kurz erklären wie du das siehst nachdem du gehört hast was der Gonzo dazu zu sagen hat vielleicht hast du den auch schon gehört aber vielleicht unsere höhere noch nicht es war überraschend glaube ich also es war nicht nur für die Außenstehenden überraschend es war für mich sehr überraschend weil es davor kommuniziert wurde ja wir sind sehr zufrieden du machst deinen Job toll und so fühlst die Truppe sehr sehr gut an wir sind erfolgreich und alles und dazu hast du auch beigetragen und dann kommt irgendwann ja über Ostern dass kein Angebot von VfB kommt dann denkst du dir warum also warum was ist jetzt oder was habe ich falsch gemacht quasi um so ein Angebot nicht zu bekommen ja geht es da um Kohle von uns wurde klar kommuniziert dass es halt nicht um Kohle ging also wie ich habe ja ich habe ja nicht mein Angebot bekommen um das abzulehnen also wenn ich ein Angebot bekomme und hätte gesagt nee das ist zu wenig dann hätte ich es verstanden dann könnten wir darüber reden dass das zu wenig Kohle war aber demnach war es ja nicht also es wurde ja kein Angebot gemacht von daher konnte ich ja nicht entscheiden ob es ja oder nein oder in welche Richtung ob ich es annehme oder nicht annehme also von daher war es von dem Fall nicht Kohle her sondern einfach eine Entscheidung vom Verein dass die einfach nicht mit mir planen oder beim Sommer hinaus planen sondern andere Spieler dann da haben die sie entwickeln wollen ja es war auf jeden Fall sehr überraschend und natürlich ein Stück weit enttäuschend dass ich wie ich schon immer gesagt habe mich sehr sehr wohl gefühlt habe mit der Truppe mich sehr sehr wohl gefühlt habe mit dem Trainer sehr sehr gut verstanden habe dass wir einen guten Draht hatten zu jeder Zeit deswegen war es ja schwer in den nächsten Wochen oder in den ersten Wochen nach der Entscheidung das erstmal zu also das war erst wenn Mislintat der dann andere Pläne scheinbar hatte und das dann so gemacht hat und keine Sache des Trainers in Stuttgart habe ich das richtig verstanden ja also Trainer wollte ganz klar klar ist er dann auch immer gebunden was oben dann also was weiter oben von ihm entschieden wird er wollte es unbedingt dass ich da bleibe weil er gesehen hat dass ich eine wichtige für die Gugnermannschaft war und wir auch einfach uns einen guten Draht hatten wir immer einen guten Draht egal wie es gelaufen ist egal ob es auf dem Platz oder neben dem Platz wir haben sehr viele Gespräche geführt sehr viele Sachen ausgetauscht wie ich das sehe wie er es sieht es hat einfach gepasst aber letztendlich war es dann von weiter oben die Entscheidung ja das ja nicht mehr mit mir sein jetzt hat er uns mal erklärt wie er das so wahrgenommen hat ja es ist viel drin sicherlich also ganz grundsätzlich darf man mal sagen wenn er eine Entscheidung um Ostern verkündet dann hat man als Spieler noch genug Zeit natürlich auch Alternativen zu entwickeln das ist mal das eine ich kann Gonzo verstehen möchte ich glaube man hat schon in dieser Sendung sehr sehr viele Themen oder sehr sehr viele eigentlich Situationen oder Erklärungen von mir bekommen warum das warum das eben zu dieser Entscheidung geführt hat und de facto ist es richtig dass der Gonzo am Ende keine Erklärung bekommen hat kein Angebot bekommen hat ich habe nach ein paar Sondierungsgesprächen mit dem Volker Struth aber auch verstanden was die Vorstellungen sind und habe auch schon zu Beginn der Sendung erklärt warum es manchmal besser ist gestandenen Spielern dann kein Angebot zu machen weil das in mangelnde Wertschätzung enden könnte ich möchte das aber nicht großartig aufwärmen weil ich kann auch eine Enttäuschung von Gonzo verstehen weil er hat einen guten Job gemacht und es ist auch richtig dass natürlich Rino auch gerne auch mal einen erfahrenen oder älteren Spieler noch länger dabei behält aber Fakt ist halt auch selbst wenn Rino auf sein Gehalt verzichten würde könnten wir das nicht unbedingt bezahlen und da sind halt viele Dinge die man einfach in Erwägung ziehen muss und die wichtigsten habe ich genannt also zum einen relativ kurzfristig war klar März das ist übrigens genau der Zeitraum mit Ostern warum das dann eben dann auch kommuniziert wurde weil man schon überlegt hat ob man das wenn man es sich leisten kann vielleicht auch noch mitnimmt und dann ist einfach wenn man alle Argumente zusammen getan hat und das haben wir eigentlich auch meines Erachtens auch im Volker Struth vernünftig erklärt warum wir es dann nicht gemacht haben Erlaubst du mir eine Nachfrage? Okay weil Gonzo hat ja jetzt erklärt dass er nicht das Thema Geld als großes Problem gesehen hätte er hat gesagt also Geld war gar kein Thema für ihn das hat sich für mich so angehört also schon heute hätte ich auch umsonst hier gespielt und ich gehe jetzt auch mal davon aus dass Bielefeld jetzt seine finanziellen Erwartungen wahrscheinlich nicht dementsprechend erfüllt hat wie ihr es hättet nicht machen können also wurde er dann vielleicht falsch informiert könnte man es dann so das weiß ich nicht das ist auch gar nicht also es ist nicht wirklich wichtig ich hatte nicht das Gefühl dass wir zum Beispiel den Deal mit Gonzo hinbekommen könnten wie mit Daniel auch aber auch nochmal das ist nicht das einzige Thema weil das erstens war Lida von der Position deutlich torgefährlicher und unterscheidet sich im Profil auch deutlicher von Gonzalo Castro als zum Beispiel Philipp Förster Philipp Förster ist halt für mich eigentlich ein ähnlicher Typus und wenn wir die Statistiken angucken war auch ähnlich torgefährlich in den Phasen und eigentlich auch laufstärker und defensiv stärker was das angeht so das hat auch eine sportliche Thematik gehabt und dann kommt auch dazu dass bei uns natürlich auch irgendwann deutlich älter war als die anderen Jungs und wenn du halt Clement Förster die da hast drei erfahrene plus die Herausforderer eigentlich wiederhole ich das was ich davor gesagt habe dann ist das in der Summe einfach die Entscheidung die dabei rauskommen musste und dass der Gonzo darüber enttäuscht ist und dass auch er sich mit dem Rino gut verstand dass der Gonzo auch eine Funktion hatte für auch ein paar andere Spieler ist völlig klar aber auch da war zum Beispiel das habe ich noch nicht erwähnt ein Thema wenn ich Führung Leadership in dieser Mannschaft auch noch verbessern möchte und wir haben Erfahrungswerte gehabt aus den Jahren davor Abstieg heiße Phase Aufstiegskampf zweite Liga dann möchte ich auch da besser werden und das kann ich auch nur wenn ich alte Strukturen aufbreche erst dann können Menschen wie in Mafopanos wie in Anton in diese Lücken reinstoßen und das haben sie auch wunderbar getan denn als es richtig heiß wurde waren diese Jungs volle Pulle da und deswegen glaube ich dass uns das als Mannschaft unabhängig davon dass es jetzt schwierig war besser gemacht hat was Leadership Strukturen angeht da auch ein bisschen hört sich jetzt hart an ganz so wegzuräumen das was da war und da noch noch eine klarere eine klarere klareres Mindset mit mehr zu integrieren dir ging es wahrscheinlich mehr darum dass du einfach mal Freiräume schaffst in die dann zum Beispiel du hast mal Fopanos erwähnt er dann vorstoßen kann den nächsten Step als Führungsspieler machen kann als Leader machen kann da blieb mir auch in Erinnerung dein Auftritt bei Kicker Meets The Zone als du gesagt hast du kannst ja eigentlich keine Leader einkaufen jedenfalls nicht in dem Regal wo der VfB fischt sondern die müssen aus der Mannschaft heraus erwachsen ja und die müssen auch erwachsen werden und du musst ihnen auch einen Raum schaffen um Leadership zu übernehmen und da sind für mich Mafopanos einer aber vor allem auch weil immer Antoine Atakan Karasor zu nennen die das am Ende auch erst dann richtig werden können wenn ein oder zwei Sprachrohre der anderen wegfallen und die sind das sehr sehr gut geworden und haben das gerade in der Phase wo es maximal schwer war ganz bestimmt nicht schlechter gemacht Lass uns über die Zugänge ganz kurz sprechen welcher Neuzugang hat in der abgelaufenen Saison deine Erwartungen übertroffen also ich habe erwartet dass wir Ito in eine extrem gute Verfassung bekommen die uns auch helfen wird Fußball zu spielen aber dass der so spielt als wird er schon drei Jahre Bundesliga spielen das ist dann nicht hundertprozentig zu erwarten und zu prognostizieren gewesen hast du den wirklich für die zweite Mannschaft verpflichtet oder ist das ist das auch eine Legende wenn es eine Legende ist lass es stehen also wir haben bei Hirokis Verpflichtung ist es so dass wir ihm relativ klar gesagt haben pass auf wenn das Thema jetzt vielleicht zu Beginn nicht sofort reicht dann werden wir einen Entwicklungsprozess nehmen solange Mark Oliver zum Beispiel noch da ist und wir den Kaderplatz vielleicht gar nicht haben über die zweite Mannschaft das hat der Hiro sofort unterschrieben was auch erstmal ein unfassbares Merkmal für seine Einstellung sein Mindset ist und aber nach drei Tagen wusste jeder spielt nicht einmal zweite Mannschaft also es gibt eine Situation wo ich mit Jens Graal war noch da bevor er gegangen ist übrigens auch einer der Spieler der in der Leadership Gruppe war das darf man auch nicht vergessen bei dem Themenkomplex und eben auch ganz wichtig sogar war wo Jens Graal und Fabi Brettlo neben mir saßen und gesagt haben hör mal den gibst du nicht zurück in der zweite oder und ich gesagt habe ich kann mir nicht vorstellen dass das nochmal passiert weil er halt direkt das geliefert hat was er am Ende die ganze Zeit geliefert hat gibt es sonst noch Spiele die deine Erwartungen übererfüllt haben müssen jetzt nicht alle durchgehen aber wenn man übererfüllt dann ist Ito sicherlich einer derer ich glaube Chris Führig hätte das werden können ohne Verletzungsthematik auch da habe ich dich tatsächlich für diesen Transfer hart gefeiert Sebastian du musstest dir das damals anhören weil ich bin der Meinung gewesen das war die letzte Möglichkeit um ihn überhaupt zu bekommen also der VfB weil es eigentlich offensichtlich war was er für eine Entwicklung nehmen kann jetzt hat er sich halt verletzt ungünstigen Start gehabt Schlüsselbeinbruch dann als es begann für ihn so ein Stück weit zu laufen beim VfB gegen Ausdruck macht er die Bude verletzt sich wieder war wieder raus aber das Potenzial was der mitbringt ich glaube das kannst du wenn er gesund geblieben wäre hättest du das jetzt in der Transferperiode nicht mehr bezahlen können der VfB Stuttgart bin ich von überzeugt der wird uns noch gut tun da bin ich mir relativ sicher gab es sonst noch notwendige Transfers aus deiner Sicht die du nicht gemacht hast oder nicht machen konntest kannst du dazu was sagen also ich rede wirklich nur von den notwendigen Transfers wo du sagst okay da hätten wir noch was machen müssen ist mir nicht gelungen oder konnte ich nicht machen ne also ich glaube rein numerisch waren wir waren wir gut unterwegs ich glaube auch dass wir unseren Prinzipien sehr treu geblieben sind was den Ersatz der verletzten Spieler anging also die Wahl war zum Beispiel Sörlert auszuleihen oder und für dieses Jahr so viel zu bezahlen wie für die Transfersumme also Gehälter zusammengerechnet und Transfer und Leihsummen wie für Omar und Wahid zusammen das ist die Wahl die du hast wenn Kalajdzic ausfällt einfach um mal so ein bisschen klar zu machen mit welchen Gehältern wir eigentlich planen müssen wenn wir so eine Qualität die ja immer viele fordern direkte Qualität und so weiter und Erfahrung und keine Ahnung was das eigentlich kostet dann haben wir halt geguckt okay Sörlert ein Jahr Ausleihen kostet irgendwie ich verrate es jetzt nicht wann könnt ihr die Gehälter errechnen Geld Summe X so und dann nimmst du Mamouche und dann nimmst du die Ausleihgebühr für sorry nimmst du Ablöse Fagir du nimmst die Ausleihgebühr für Omar das waren knapp vier Millionen plus die Gehälter und das kostet genauso viel wie Sörlert ein Jahr und dann ist die Entscheidung doch glasklar die wir treffen müssen als VfB Stuttgart zumal wir haben es vorhin schon gesagt Fagir ein Spieler gewesen wäre wenn der in der dänischen Superliga geblieben wäre hätte da zweistellig getroffen wäre das Thema der nächste Wind und du kannst den nicht mehr verfliegen warum haben viele Spieler in der abgelaufenen Saison nicht den erwarteten nächsten Schritt gemacht oder haben sich manche sogar muss man ja sagen zurückentwickelt kannst du das erklären? ja das ist also eigentlich ist relativ einfach der wichtigste Ansatz in dieser Thematik ist Athletik also ich habe das das schon mal auch öffentlich gesagt alles ist nichts ohne Athletik du kannst immer diskutieren über Erfahrung Jung, Alt muss schon Bundesliga gespielt haben schon wieder ein Franzose Nationalität kannst du immer diskutieren über eins nicht das ist Athletik und wenn du wenn du eine knallharte Analyse machst auf den Themen die wir die wir im letzten Jahr geliefert haben und im vorletzten Jahr geliefert haben dann ist da ein großer Unterschied das kannst du einfach ablesen diese Auswertung haben wir gemacht und auch unsere Hausaufgaben haben wir dahingehend gemacht und dann kommt das nächste dass du und ich sage jetzt nicht dass das komplett selbstverschuldet ist sondern das ist ein Wechselspiel aus Verletzungen unterbewussten Tacken rauszunehmen dann wird sich nicht noch mehr verletzen dann dauert es bis sie wieder drin sind dann hast du Druck da müssen sie früh spielen dann hast du kaum Rhythmus dann hast du die Länderspielabstellung dann kamen wieder neue Verletzungen dann kamen viel Verantwortung für junge Spieler und auch das habe ich gesagt wir haben innerhalb nur 17 Punkte gemacht da haben die Jungen gekickt weil wir immer über die Jungen sprechen und die machen nicht die nächsten Schritte und Tongi und Matteo und keine Ahnung und Robby etc. die haben 17 Punkte gemacht und in der Rückrunde wo alle da waren haben wir 16 Punkte gemacht müssen wir schon einfach einfach mal klarstellen und das Wichtigste ist und das ist auch ein Schlüssel bei vielen Clubs die jetzt einen großen Schritt gemacht haben zum letzten Jahr die sind athletisch anders drauf so was haben wir gemacht wir haben die Prozesse in der Reha-Welt angeguckt der externen Reha-Jungs angeguckt wir haben uns die Prozesse angeguckt in der Leistungsdiagnostik wie können wir die neu aufsetzen komplett nochmal durchstrukturieren überarbeiten die erfindest du jetzt nicht komplett neu aber machst du es mal komplett gemacht ist die vollständig genug was sind die Protokolle für Tests Retests Eingangstests Ausgangstests etc. haben wir alles erledigt haben wir heute große Performance-Sitzungen zu gehabt das sind die Themen an denen wir komplett arbeiten wollen und auch messen lassen wollen das ist sicherlich ein großes Thema und das zweite große Thema ist dass wir einfach mit und das soll jetzt gar keine Entschuldigung sein mit extrem vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatten das war Olympia Länderspielabstellung wir hatten teilweise 16 Spieler bei Länderspielabstellungen und letztes Jahr hatten wir in diesen Phasen fast alle da und konnten zwei Wochen richtig klaftern und richtig arbeiten sind zwei Tage freigegangen und kamen wieder und hatten richtig loads draufgepackt und waren fit und frisch und konnten Gas geben da hatten wir drei vier fünf Jungs die raus waren und das hat schon viel bedeutet und Schiedsrichter hast du noch vergessen ja das haben wir jedes Jahr und 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 das ist das dürfen wir auch nicht vergessen ist halt schon auch du musst es anders erarbeiten also du hast Niko Gregg Konzo Kaminski Kral fünf Jungs raus paar neue rein plus dann Silas nicht also jetzt mal nur zusammengefasst Silas Niko und Kalajdzic haben im letzten Jahr ich glaube 16, 19, 29 38 Tore gemacht ja dieses Jahr sechs unsere Diskussion zu Beginn wer soll Tore schießen und Tore und das ist einfach wenn du das kompensieren musst über das ganze Jahr funktioniert nicht so dann verletzt sich Führig dann verletzt sich Mamou Sönes Mose dann geht er zum Afrika Cup auf einmal ist er doch ägyptischer Nationalspieler was er vorher nie war unter dem ehemaligen Zettel dann hast du so viele Themen wo du denkst das gibt es doch gar nicht dir fällt hier immer die gesamte Qualität aus ich möchte es ganz kurz mal aufzählen damit das die Leute auch nochmal kapieren also du hast Silas Kreuzband und Schulterluxation komplett raus Sascha Kalajdzic Schulterluxation und Corona Hinrunde im Arsch Flo Müller Olympia und Corona Olympia klar hätte vielleicht gut getan wenn er statt in Japan hier gewesen wäre und Corona kannst nichts machen dann hast du Borna Sosa Adduktoren eigentlich die vielleicht nicht die ganze Rückrunde aber zumindest die Hälfte der Rückrunde war gelaufen für ihn er hat durchgezogen aber das hat man ja gemerkt dass es nicht Borna Sosa auf 100% ist so möchte ich es mal sagen Uriel Mangala habe ich auch das Gefühl gehabt dass seit diesem Muskelbündurus im März dem zweiten ja einfach das hat er nicht mehr verpackt bekommen also das merkst du ihm immer noch anfällig ich hoffe dass es jetzt besser wird hoffentlich auch beim VfB dann Chris Führig Schlüsselbeinbruch haben wir gesagt Sprunggelenksverletzung die kommt noch mit dazu dann Oma Mamouche Afrika Cup Schlag auf Synes Moseband in einer ganz wichtigen Phase wo er derjenige war der die Mannschaft auch geführt hat beziehungsweise also durch Leistungen ganz wichtiger Mann Enzumio aus meiner Sicht ich habe den bei der zweiten Mannschaft gesehen da merkst du okay der passt ja eigentlich nicht mehr hin und auch übrigens diesen Spieler haben wir auch drüber gesprochen den habe ich in Gelsenkirchen in meinem Jugendturnier mal gesehen ist mir auch im Gedächtnis geblieben er hat natürlich den Vorteil mit seiner Matte dass es natürlich ein bisschen aufwärtiger ist sein linker Fuß allerdings auch er ist auf jeden Fall sofort herausgestochen und da spielte er schon so ganz klassischer Achter beziehungsweise fast schon ja das war halt so ein typischer Stratege einfach der herausstach aber auch der konnte nie so richtig ins Laufen kommen die Hinrunde war im Arsch muss man so sagen wie es ist Mosanko brauchen wir nicht drüber reden ich weiß noch nicht mehr ob du überhaupt alles aufzählen kannst was da kaputt gegangen ist aber viel stand die Karriere eigentlich auf dem Spiel das ist so eine Verletzung wo es wirklich darauf ankommt wie es heilt aber Gott sei Dank gutes Heilfleisch und auch die richtige Arbeitsmoral und Mentalität und Disziplin das gepackt zu haben dann hast du Naoui Ahamada ich kann mich erinnern Gewinner der Vorbereitung nicht nur das sondern auch Rückrunde als Orel raus musste gegen Hoffenheim war das dann kam Ahamada rein und danach haben alle nur davon gesprochen dass wir uns eigentlich zurücklehnen können weil der nächste Mangala der steht ja schon auf dem Platz dann hat er dieses Spiel gegen Bayern wo ich der Meinung bin auch wieder so ich weiß nicht ob das was deutsches ist aber nach so einem Spiel zu sagen also da hat er noch nicht so gut performt wo die ganze Mannschaft eigentlich 20 Minuten also katastrophal spielt ausrichtet den Jüngsten raus und nehmen sie zum ersten Mal vom Beginn an ihn spielt typisch Deutschland woanders erlebst du das glaube ich so nicht der hatte Wadenprobleme Achillessehnenprobleme Sehnenriss Sehnen die Ecklauf Mittelfußbruch Sehnenbruch hat er gehabt Naoui Ahamada in Rückrunde hinterher noch ja auch noch mit da drauf Nikolas Nathay Knieverletzung komplette Rückrunde im Arsch auch der wichtiger Spieler für die linke Seite fürs Zentrum Clinton Mola haben wir darüber gesprochen Lee Eggloff Mittelfußbruch auch im Arsch die komplette Saison bis auf Orell übrigens alles Kontaktverletzung das kommt noch mit dazu oder Unfälle keine Muskelverletzung diese Bartlett Thematik also komm da geht ich gerne wenn man drauf ein das ist so ein das sage ich jetzt auch nochmal das habe ich schon oft genug gesagt das ist so ein dummes Geschwätz wenn ich sehe dass du hier lauter Kontaktverletzungen hast davon zu sprechen dass Oliver Bartlett daran schuld sei dass jetzt hier die Spielereihenweise ausfallen also ich würde es ja verstehen wenn du wie beim BVB ständig Leute hast mit Muskelproblemen dass man dann da hinschaut ist sowieso also kann ich auch kurz einen hacken ich werde schon wieder wüten ist am Ende die Verantwortung aller Athletik übrigens auch der Spieler ganz klar Ernährung wir können alle dran arbeiten das ist auch genau das worauf wir uns eingeschworen haben auch heute nochmal dass wir es genau eben auch anpacken dass wir uns erinnern und auch verstehen was uns passiert und warum es passiert worüber wir in der in der abgelaufenen Saison oft hier diskutiert haben war das Thema interne und externe Kommunikation also gerade im Misserfolg dass man die Jungs nach außen hin schützt ist glaube ich ganz normal finde ich auch gut aber wir haben uns die Frage gestellt ob man dieses Narrativ zum Beispiel der Verletzungsmisere zu lang bedient hat und ob das dann irgendwann also die externe Kommunikation auch auf die interne Stimmung eingezahlt hat Sebastian du hast es also ich also ich weiß nicht ob ich es gemerkt habe aber wir haben das verändert ab dem Winter haben wir versucht deutlich weniger darüber zu reden weil wir gesagt haben wir können es eh nicht mehr beeinflussen es ist anscheinend eine Seuchensaison haben wir es versucht es ist aber jetzt auch so dass natürlich jetzt nicht ihr aber die Medien es einem auch nicht einfach machen weil anstatt dass diese auch mal aufzählen und verstehen was da gerade passiert ist ja ist ja nur wieso hast du da keinen Ersatz wieso ist da nicht das Ergebnis und da nicht und da nicht und da nicht und dann kannst du natürlich sagen okay es ist alles scheiße hier oder du kannst einfach mal sagen pass auf liegt daran liegt daran liegt daran und einfach erzählen woran es liegt das war nun mal halt in großen Teilen war es schon einfach ein Thema was uns begleitet hat Verletzungen und es ist aber hast du zu Recht dann ich weiß nicht wann du es angemerkt hast aber haben wir für uns auch entschieden dass wir irgendwann gesagt haben wir reden nur noch über die die da sind und nicht mehr über die die weg sind genau weil ich finde man schon man liefert ja denen die noch da sind so ein gewisses Alibi wenn man immer sagt wie viele fehlen und da ist halt meine Frage jetzt ganz unabhängig von der Verletzungsmisere aber kann man externe und interne Kommunikation voneinander trennen klappt das dass ihr nach außen kommuniziert als nach innen ich meine die Spieler sind ja auch die lesen Zeitung die sind in sozialen Medien also die merken ja auch was du sagst was der Trainer sagt und wenn das was anderes ist als das was in der Kabine gesprochen wird funktioniert das ja die können schon unterscheiden was wir draußen erzählen um auch Ruhe zu bewahren und vor allem wenn sie schon den Unterschied merken wenn die Kommunikation intern auch angezogen ist also das ist das ist schon so ja da muss man sich keinen Kopf machen das kriegen die hin ganz grundsätzlich finde ich es aber persönlich das war ja auch ein großer Kritikpunkt an mir in vielen in vielen Situationen dass so dieser dieser blinde Aktionismus ich sage bewusst blinde Aktionismus was gefordert wird du musst drauf und du musst das du musst jenes warum um meinen eigenen Arsch zu retten oder also das ist da halte ich gar nichts von ich glaube ich glaube an dieses Prinzip nicht öffentlich da auf die Jungs drauf zu horne ich glaube das ist ganz wichtig es intern sehr klar mit ihnen zu reden und ansonsten vor allem dann wenn es gute Jungs sind und die den richtigen die richtige Einstellung zum zum Club haben die zu beschützen wenn es hart auf hart kommt und das wird immer mein wird immer mein Bestreben sein mich dann auch vorzustellen nicht nur vor die Jungs sondern eben dann halt auch wie geschehen vor das Trainerteam und dann eben auch wegzupanzern kann ich ja Gott sei Dank mit meinem Aussehen also wie gesagt meine Frau war begeistert ich weiß nicht ob ihr Bert Kreischer kennt okay den kennt ihr nicht aber ihr könnt ihn ja mal googeln also zumindest die Leute die jetzt gerade zuschauen oder zuhören und das war so also das war eigentlich so mein Vorbild in meinem Wanderurlaub den ich hatte das ist ein Mann der das ist ein Comedian der immer nur oben ohne auf die Bühne geht und es sich vielleicht eigentlich nicht erlauben kann das muss ich unbedingt googeln pass auf also wir haben jetzt hier fünf Stunden geschrieben das machen wir später come on aber ich bin so begeistert vom Bert Kreischer weil ich muss auch immer so herzhaft über ihn lachen na gut anderes Thema Sven weiß noch gar nicht wie es hier eigentlich bei uns läuft bislang ist es wirklich sehr strikt hier nach unseren Fragen normalerweise schweifen wir fünfmal ab und haben mindestens vier Wrestling Referenzen mit drin heute nicht aber da du ja Fragen für acht Stunden aufgeschrieben hast die wir auch bald erfüllt haben ich habe ja auch viel ausgelassen also das weißt du noch gar nicht wir haben also Zeit für ein bisschen Talk 2 eine hohe Verletzungsanfälligkeit gab es übrigens ja auch mal beim FC Arsenal die reagierten 2014 mit der Verpflichtung von Shade Forsyth Shade Forsyth Forsyth genau so heißt er der jetzt zu Dortmund geht das ist es und jetzt wollte ich von dir wissen was macht denn der VfB jetzt gegen diese hohe Verletzungsanfälligkeit gibt es irgendwas was ihr jetzt tut akut ja habe ich habe ich vorhin schon geschnitten also wir haben komplett die Prozesse die hier Reha betreffen die Leistungsdiagnostik betreffen die Trainingsloads betreffen interne, externe Loads betreffen dabei auf den Prüfstand gestellt geguckt was haben wir gemacht was ist uns vor allem passiert in der Phase wo die ersten Verletzungen kamen haben wir da reduziert oder nicht wie haben wir darauf reagiert werden da schon ein paar Sachen einführen die noch ein engeres Monitoring zulassen die aber auch ein bisschen noch bessere Einblicke geben so auf Ermüdungswerte CK-Werte etc also haben ganz ganz viele Themen angefasst haben das komplett auf den Prüfstand gestellt waren eigentlich schon seit November Dezember da haben wir das schon festgestellt haben wir auch schon angefangen darüber zu reden waren wir in der ganzen Republik unterwegs und haben jetzt eigentlich eine ganz ganz gute Gruppe zusammengestellt das sowohl eigentlich noch mal auf Topbeine oder auf Topqualität abzugraden wo wir es vielleicht noch nicht hatten und aber eben auch im Umsatz und im Monitoring vor allem noch mal besser und enger zu überwachen das heißt aber auch wenn alles Kontakt oder fast alles Kontaktverletzungen waren glaubt ihr glaubst du dass es nicht nur Pech war dass der VfB so gebeutelt war du weißt ja nie was ist zuerst da es ist ja so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip also ist die Verletzung zuerst da ist vielleicht auch nicht ein topathletisches Niveau zuerst woran liegt das und da eben jetzt die Strukturen zu bauen das noch besser verstehen zu können und darauf zu reagieren war genau der Plan das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen da geht jetzt der Startschuss los die Jungs sind da voll dahinter also damit meine ich nicht nur die Trainer sondern auch die Spieler selbst die das auch selber für sich in Anspruch nehmen das auch anzugreifen und das ist unabhängig davon ob wir Verletzungen hatten oder nicht ein wichtiger Prozess den haben wir jetzt angefangen und ich bin da sehr guter Dinge dass wir da echt Gas geben Jan Schimpchen ist das eine Reaktion auf Athletik-Thematik der vergangenen Saison? Ne das ist vor allem eine Reaktion darauf dass uns mit Emil Schulze ein sehr sehr guter und wichtiger Mann verlassen hat der näher an sein Heimatland wieder ran wollte also Richtung Westen näher an Holland weil er um die Region von Utrecht herkommt und das bedauern wir und Jan Schimpchen ist jemand der war fünf Jahre bei Benfica genau in diesem Bereich zweite Mannschaft was eine Zweitligamannschaft ist aber mit im Prinzip U19, U20 Spielern gespielt wird wo wir auch sehr viele in der Alterskategorie haben hauptverantwortlicher Athletiktrainer war was das angeht ist er ein anderes Profil als Emil aber eben auch verantwortlich war für das komplette Monitoring Datenerfassung interne, externe Lutz etc. des Gesamtvereins Benfica und deswegen ist er extrem gut und wird das Trainerteam also für Emil aber auch das Athletiktrainerteam weil er auch auf dem Platz auch theoretisch selber Sachen machen kann ergänzen und Nate Weiss ist dann Technik ist Techniktrainer ist ja relativ Social Media wer Social Media sieht ja dass er ziemlich gute Zahlen hat was das angeht der wird individuell in technischen Abläufen viel arbeiten also technische Schwerpunkte die auch natürlich immer taktische Inhalte mit beinhalten weil wir auch den gesamten Bereich der Individualisierung auch nochmal ein bisschen verstärken wollen und wieder mehr in den Fokus rücken wollen ist so ein bisschen im Druck nicht verloren gegangen aber sicherlich schon auch ein bisschen hinten angerückt und für uns ist relativ klar und auch eine Erkenntnis dass wir sagen ja wir haben uns fokussiert auf Mannschaft Team Erfolg mehr aber das andere darf eigentlich nicht rausfallen und es hilft ungemein wenn wir weiter und viel viel klarer individuell im Detail arbeiten haben wir glaube ich auch als Learning dass wir das in der ersten Saison mehr gemacht haben als in der letzten aus den Gründen die wir gerade geschrieben haben aber wollen das auch wieder deutlich mehr integrieren aber NLZ macht dann gar nicht mehr oder macht er auch noch nebenbei nein im NLZ holen wir jemanden ich weiß nicht ob wir das schon getan haben deswegen verrate ich den Namen jetzt nicht wir kennen ihn wahrscheinlich hier nicht jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf ein Thema zurückkommen das ich ganz zu Beginn schon mal gestriffen habe wir werden uns alle nicht mehr daran erinnern können deswegen nochmal eine kurze Einleitung das Potenzial einzelner Spieler war ja bei euch immer erkennbar auch in der abgelaufenen Saison aber um aus Potenzial letzten Endes dann auch Qualität zu machen brauchst du ja auch ein Stück weit Zeit wenn man gelernt mit Druck geht es nicht so richtig also du brauchst schon die Zeit die ja jeder Spieler braucht Pelikino Matarazzo hat ja diese Matapher bedient mit Gras wechseln schneller wenn du daran ziehst das heißt jeder Spieler braucht so ein Stück weit seine Zeit bis er zur vollen Blüte sozusagen erwachsen ist das Problem ist aus meiner Sicht dass du ja eigentlich diese Zeit im Abstiegskampf nicht hast wie bringt man das jetzt in den Einklang also wie kriegst du das hin dass du auf der einen Seite Potenziale hast die du ja auch schöpfen möchtest und auf der anderen Seite Ergebnisse brauchst um in Ruhe weiterarbeiten zu können brauchst immer Ergebnisse das ist ich glaube das ist auch auf die Gefahr dass ich Rino mal ausnahmsweise dann weiß ich gar nicht weil ich gar nicht genau weiß was er gesagt hat aber auch mal widersprüchlich wäre ich kann es ja einspielen Thiago Thomas zum Beispiel ist 19 hat deswegen geholt dann mal direkt performt in der gleichen Drucksituation ich glaube was er meint ist dass Spieler unterschiedlich schnell auch wachsen also du hast ja die einen Spieler die brauchen vielleicht nicht so er hat es blumig umschrieben im wahrsten Sinne des Wortes er meinte halt so der eine Spieler der braucht mehr Sonne der andere ein bisschen weniger und trotzdem funktioniert es dann letzten Endes das ist so das gilt aber nicht auch da gilt es nicht nur für die Jungen auch da gilt der eine braucht Sonneansprache der andere solche Ansprache da bin ich bin ich nicht so so klar jung, alt, erfahren etc sondern alle Spieler machen gewisse Entwicklungsphasen durch alle Spieler machen auch gewisse Phasen durch wo es Dellen gibt wir können sicherlich auch über den einen oder anderen erfahrenen Spieler sprechen der dies ja nicht so performt hat Marc-Oliver Kempf zum Beispiel im Rahmen seiner Vereinsvertragssituation hat sicherlich nicht die Saison auch nicht gespielt wie letztes Jahr phasenweise das muss man auch sagen genau das gleiche gilt vielleicht auch für Philipp Förster zu bestimmten Phasen wo er nicht in der Verfassung war auch der sich dann hinterher zwar auch wieder rangekämpft hat aber das muss man auch ganz klar sagen und da bin ich aber viel viel mehr nochmal beim Thema Athletik in dem Themenkomplex und zum zweiten gibt es natürlich immer Wellen in der Bewegung Orel auch Orel hatte letztes Jahr ein herausragendes Jahr und aufgrund der Verletzung braucht er seine Zeit bei Silas wird es auch noch eine Zeit brauchen bis der wieder der Alte ist das gehört zu den Prozessen dazu und das bedingt sich auch ein bisschen regelmäßig ich finde das Ergebnisdruck haben wir eh ob wir Neunter sind Zehnter sind Elfter sind da müssen die Jungs durch und die die sich ganz schnell entwickeln sind ja leider auch die die wir dann oft am Ende verkaufen müssen das ist das Problem das ist ein größeres Problem als dass sie sich nicht schnell genug entwickeln mir ist es auch lieber dieses Problem zu haben als das andere Rino wurde für die Entwicklung von Bonasosa Nico González sehr gelobt du hast es auch nochmal erwähnt die waren eigentlich tot also ich meine das ist auf den Marktwert bezogen und er hat sie wieder groß gemacht und natürlich auch ihnen das Selbstbewusstsein gegeben er wurde 2021 für die Entwicklung von Kulibalyk Dimovic Kalajcic gelobt welchen Anteil hatte er jetzt daran dass sich die Spieler wir haben es vorhin schon mal angesprochen in der abgelaufenen Saison vielleicht nicht so weiterentwickeln konnten beziehungsweise stagnierten also ist ja ganz klar wenn er für eine Entwicklung oder wenn wir alle das ist ja jetzt ein bisschen blöd das nur auf den Rino zu schieben sondern wir sind ja und das ist ja erstmal das Wichtigste was wir immer für uns feststellen dass wir das gemeinsam verantworten also nicht nur Rino und ich sondern Trainerteam Entwicklungstrainer Athletiktrainer alle verantworten bestimmte Bereiche die eben mit der Entwicklung zu tun haben und ich glaube dass man dieses Thema im Allgemeinen immer ein bisschen größer diskutiert in dem Moment wo man Fünfzehnter ist oder Neunter also ich glaube die Diskrepanz zwischen Platz 15 und 9 ist viel größer als die eigentliche Performance manchmal der einzelnen Spieler und da muss man sehr aufpassen dass man nicht durch diese einfach durch diese Ergebniss Thematik die wir eben haben jetzt so viel auf die Entwicklung der einzelnen Spieler projiziert statt darüber nachzudenken okay uns hat tatsächlich Anka Leitsch und Silas gefehlt und letztes Jahr nicht und vielleicht auch die 25 Tore die die gemacht haben und der Führig der die auch machen kann oder auch Tore machen kann hat auch noch gefehlt und der Mamouche der die auch machen kann hat auch noch gefehlt in der große Zeit der Saison so und wenn du Zwölfter bist diskutierst du ja ganz anders darüber das ist immer das Thema wenn du sportlich nicht ganz so erfolgreich bist wird alles riesengroß und wenn du erfolgreich bist bleibt alles ziemlich klein so es gab auch die Dellen in der Entwicklung in der letzten Saison bei dem einen oder anderen Spieler und deswegen gut bleiben also ich bleibe cool aber die Frage kommt natürlich auf ist ja logisch dass man über den Trainer spricht das ist klar und auf der einen Seite wird er gelobt zu Recht für die tolle Entwicklung die die Mannschaft unter ihm genommen hat und man steht dann da und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt man sieht ja schon dass er Lösungsansätze geboten hat und versucht hat auch dem einen oder anderen Spieler zu helfen und das kann ja auch mal sein dass er ihn komplett draußen lässt korrekt und das haben wir auch guck mal wir haben ja auch gerade schon gesagt was sind denn was sind denn Erkenntnisse der Saison eins davon haben wir ja gesagt ist wir haben vielleicht auch in den Teilbereichen auch in der individuellen Detailarbeit nicht mehr das getan was wir getan haben aus den Gründen dass wir vielleicht vorausgesetzt haben dass wir schon komplett gerafft haben was wir letztes Jahr beigebracht haben oder aber halt auch in Themenkomplexen dass wir gesagt haben okay wir können nicht mehr nur noch flach durchs Zentrum spielen sondern wir müssen halt auch Mannschaftstaktik Tiefe spielen mit dem ersten Ball Tiefe spielen schneller Tiefe laufen haben damit die Mannschaften die uns im Zentrum kaputt pressen wollen auf Orell auf Vataru weil sie verstanden haben dass wir gerne über sechs auf acht verlagern dass wir eine Variante integrieren und dann brauchst du natürlich Trainingszeit auch für ein paar andere Themen und das ist und jetzt gilt es da wieder die gesunde Balance zu finden zumal zum Schluss das wieder ganz gut hinbekommen haben eben beides zu spielen und auch zum richtigen Moment zu spielen das ist ja auch so ein bisschen am Anfang haben wir weiter durchs Zentrum gespielt dann haben wir es integriert dann haben wir viel lang gespielt das ist immer so wenn du was Neues einstudierst dann spielst du es auch und irgendwann kriegst du es halt hin das Richtige im richtigen Moment zu tun und wenn wir das hinbekommen dann wird es wieder cool Bei Wataru hatte ich auch das Gefühl gerade in der Hinserie dass er fast schon zu viele Aufgaben im Mittelfeld übernehmen musste ich hatte ganz oft das Gefühl dass zum einen sich natürlich die Gegner deutlich besser auf ihn eingestellt haben also der linke Fuß wurde immer direkt angelaufen du konntest nie mehr so aufdrehen wie in der Hinserie das hat einfach nicht funktioniert und ich finde dass zum einen Wataru da nochmal eine Entwicklung gemacht hat und gerade die letzten Spiele nochmal gezeigt hat also was er eigentlich alles drauf hat also das ist eben ein Unterschiedsspieler muss man einfach so sagen und auf der anderen Seite hat Pellegrino Matarazzo ihn aus meiner Sicht dann auch ja wieder besser einsetzen können so wie er ihn auch braucht also so halb rechts hat er dann gespielt also ich glaube das Entscheidende ist dass wir noch einen Part dazu gewonnen haben der Orell letztes Jahr viel war mit Atta der eben auch eine Ballsicherheit an den Tag legt und auch immer anspielbar ist dass wir tatsächlich wieder zwei Möglichkeiten haben hier aufzubauen das haben wir nicht immerhin bekommen in der Hinrunde und das hat aber auch damit zu tun dass wir den Platz wieder anders öffnen dadurch dass wir gerade durch Ito Borna kann es ja eh aber auch mit Ito jemanden haben der natürlich unfassbare Schläge hat über 60, 70 Meter und dann bei der Nationalmannschaft auch wieder muss man genau und dann auf die Pfeile ich sag mal das fehlte auch also die Verbindung auf Silas fehlte natürlich und seine Geschwindigkeit und die hatten wir jetzt zumindest mit Thiago ja auch wieder auf dem Platz der auch eine 36 läuft und deswegen sag ich wenn Silas mal dazukommt Thiago dabei ist Sascha dann auch anspielbar für den ersten Ball zum Fest machen was auch nicht eine Option war die wir immer hatten und wir uns aber auch nicht drei Spieler dieser Güte leisten können dann gehen wieder mehr Optionen auf dann wird es auch wieder einfacher das hilft dann auch wieder den Jungs die weiterhin versuchen wollen richtig Fußball zu spielen weil es eben mehr Optionen liefert und eben nicht dem gegnerischen Team so einfach macht sich auf eins zu konzentrieren wenn auf einmal drei Optionen da sind wenn du unten stehst darf sie zumindest beim VfB nicht fehlen die Trainerdiskussion wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen auch im vergangenen Jahr gab es die in der vergangenen Saison richtig heiß wurde diese Trainerdiskussion nach neun sieglosen Spielen im Februar also da wurde sie dann heiß da wurde dann darüber diskutiert ob man nicht handeln müsse um sozusagen den Worst Case zu verhindern den Abstieg du hast mehrfach betont dass du notfalls mit Rino auch in die Zweite Liga gehen würdest gab es im Verein diesbezüglich auch andere Meinungen und wie sehr musstest du um den Trainer kämpfen in dieser Phase ich habe keine anderen Meinungen wahrgenommen und musste nicht kämpfen was wir auch schon erwähnt haben ich lasse es einfach so stehen weil mir gibt es ja dazu nichts zu sagen und ich könnte jetzt noch weiter bohren aber ich glaube nicht dass ich da mit Erfolg hätte und ich möchte jetzt auch wirklich langsam aber sicher hier ich glaube auch nicht dass ich diese Strömung hätte wahrnehmen können weil ja sehr klar war dass ich voll committed zu diesem Weg und diesem Trainer bin also das von daher also es ist tatsächlich bei mir nichts angekommen was das angeht und ich glaube ich habe nie einen Zweifel daran gelassen dass ich das auch so durchziehen würde ja also ich habe es geglaubt für mich hat es funktioniert wir haben es vorhin schon mal ganz kurz thematisiert ich möchte es aber noch mal erwähnen weil es mir wirklich wichtig ist weil man muss es einfach sagen über die komplette Saison hattet ihr die volle Rückendeckung der Fans es gab nicht einmal Materazzo-Ausrufe wir haben es vorhin schon angeteasert ich habe noch nicht mal Pfiffe gehört zur Halbzeit auch wenn es mal schlecht lief selbst gegen Gladbach gut da spielt euch der Spielverlauf so ein Stück weit mit rein da gab es diesen wichtigen Anschlusstreffer noch kurz vor der Pause aber trotzdem auch als es 0-2 stand das war eher so eine so eine Ruhe man war geschockt was da gerade passiert ist das schon aber es wurde nicht gefiffen also es war eigentlich ein fairer Umgang mit der Situation jedenfalls habe ich die Pfiffe nicht gehört muss man dazu sagen welche Bedeutung hatten denn die Fans im Abstiegskampf für dich für euch für die Mannschaft einen großen also groß ist gar nicht groß genug ausgedrückt also erstmal glaube ich dass die dass die Fans sehr sehr gut verstanden haben und wir anscheinend es auch authentisch erklärt haben was uns passiert wer wir sind wo wir herkommen und was wir für Schritte gehen müssen und das tut richtig gut und das ist wenn mich einer fragt nach dem mit dem wichtigsten was du hier in dem Club erreicht hast dann eben durch Kommunikation sehr gut zu erklären eben was was wir sind und was wir sein können überhaupt nur gerade und und das macht es dann auch möglich und was mich das habe ich ja vorhin schon gesagt mich hat es dann eben auch vor allem für all die gefreut die das eben mittragen und auch mit ermöglichen damit und das sollte glaube ich eine Art Blaupause sein für den gesamten Club das klingt gut wir belassen es dabei jedenfalls was die Saison angeht denn jetzt Sebastian sag ich schon Sven kommt das wichtigste Thema lass uns noch ganz kurz über die Zukunft sprechen wirklich kurz wer kommt wer geht Spaß beiseite Spaß beiseite wer kommt wer geht ihr befindet euch wieder in einer schwierigen Transferperiode erstmal die Frage müsst ihr 25 Millionen Euro Transfereinnahmen generieren oder ist das auch wieder so ein Pressethema Zahl möchte ich nicht beziffern also es ist sicherlich so dass uns an Stellen außerhalb des Sports ein Stichwort sei Stadionumbau Modernisierung als ein Stichwort sei das genannt sicherlich Transferüberschüsse helfen und die auch gefragt werden sicherlich kämpfen wir auch an allen Fronten das zu verbessern ob das so kommt oder nicht weiß ich nicht wir sehen ich bin aber jemand der die der im Prinzip die Zahlen versucht zu erreichen und sind dabei noch nicht komplett im Prinzip ausgedrückt und wenn es so wäre würde ich es jetzt auch nicht hier wirklich genau beziffern das ergibt jetzt nicht so viel Sinn ich glaube dass es ganz wichtig ist dass wir in der langfristigen Entwicklung dieses Klubs dahin kommen dass wir haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen das ist auch das Ziel von allen jetzt nicht nur meins sondern von uns allen uns irgendwann wieder in Richtung ausgeglichene Transferbilanz bewegen vielleicht auch sogar mit einer Verbesserung der Gehaltsstrukturen für den Profibereich NLZ zum Beispiel haben wir ja nie reduziert sondern immer leicht sogar erhöht weil uns das sehr wichtig ist und damit wir einfach uns weiterentwickeln können weil im Moment geht es tatsächlich darum Status zu erhalten weil wenn du immer wieder Substanz rausziehst dann muss das erstmal das primäre Ziel sein wenn dann noch Entwicklung darüber hinaus ging wäre natürlich super aber sollten jetzt auch nicht jedes Jahr erwarten dass wir nahe erlegende Wollmilchsau sind und das immer so hinkriegen sondern das ist schon das ist schon ein harter Job und für mich ist wichtig dass wenn wir solche Aufgaben bekommen dass wir auch wie eine Einheit wie vorhin besprochen dann auch dahinter stehen und dann auch wissen was das bedeutet was das für eine Aufgabe ist und damit meine ich vor allem die Mannschaft und den Trainer wieder so zu unterstützen weil dann wenn wir je mehr Substanz wir rausziehen desto klarer geht es nur darum wieder die Klasse zu halten und desto knapper kann das auch werden das muss man einfach ganz klar sagen Ich glaube das wird auch verstanden von den meisten Wird es Heißt aber für mich der Grund für den hohen Transferüberschuss der erzielt werden muss ist zum einen Stadionumbau hast du benannt wahrscheinlich Corona auch noch so ein bisschen Corona wird immer mit reinspielen kann ich aber also kann ich jetzt natürlich nicht also ich bin nicht der jetzt der es hinterfragt weil ich kann nicht für mich fordern dass ich in meinem Verantwortungsbereich eine gewisse Kompetenz bekomme und auch eine Verantwortung bekomme und sagen und frage die Finanziellen was macht ihr da eigentlich also ich glaube dass die die Zahlen die die rechnen sehr sehr gewissenhaft rechnen und dann werden die sagen was nötig ist und was nicht nötig ist und dann versuchen wir es darzustellen das sollte das Prinzip sein ist ja kein Wunschkonzert und deswegen das sind nicht Fragen die man dann da muss ich tatsächlich nochmal Alex einladen oder oder Thomas Ignacy einladen wir versuchen alles oder alle drei jederzeit vielleicht wenn sich das jetzt hier anhören sechs Stunden sollte die nicht abschrecken glaube ich das war auch so ein Missenthalts letzter Podcast glaube ich die Podcast Welt direkt durchgespielt wie wichtig ist es für dich dass du deine Transfers früh unter Dach und Fach bringst eigentlich sehr wichtig aber das ist nicht ist nicht realistisch im Moment es ist eine Proaktivität ist eigentlich nur auf ein zwei Positionen möglich ein Thema wird ja schon offiziell diskutiert das heißt offiziell aber so semi also öffentlich diskutiert mit einem Rechtsverteidiger und sicherlich ist es auch so dass wir zur Zeit drei Innenverteidiger haben und mit Clinton ein leichtes Fragezeichen ob er vielleicht zurück nach England möchte und mit Pascal Stenzel jemand der natürlich den rechten Halbverteidiger spielen kann aber auch einen Rechtsverteidiger darstellt das heißt da ist sicherlich Bedarf und da würde man auch proaktiv agieren und hat auch die Ressourcen dafür in sehr nicht jetzt im Zehn-Millionen-Rahmen aber in einem Rahmen zu agieren und ansonsten ist es natürlich auch klar dass es Sinn ergebe erst auf einen Verkauf von Sascha mit einem Kauf eines neuen Neuners zu reagieren und nicht vorher wenn man das proaktiv kann super ist aber nicht die Realität des VfB Stuttgart aber ich gehe davon aus dass du für alle Eventualitäten schon irgendwie einen Plan in der Schublade hast ja aber das ist natürlich schon auch dann immer ein Timing-Thema also es ist ja jetzt nicht so dass wenn du nicht genau weißt ob du verkaufst kannst du ja nicht Leute ewig hinhalten kannst du es besprechen aber es ist meistens so dass gerade wenn du ein Stürmer bist du in der Regel nicht nur von einem Club gefragt bist muss man halt muss man halt abwarten so ein bisschen das Gute ist dass wir eigentlich sehr klare Absprachen haben dass wir jetzt nicht am 31. August noch verkaufen sondern schon eine Möglichkeit haben sollten und das auch mit den Jungs besprochen die Kandidaten sind für den Verkauf weil die einfach unfassbare Leistungen geliefert haben in den letzten zwei Jahren dass dann zumindest noch ein bisschen Zeit ist auf EG ersetzen zu können das heißt ihr habt so ein gewisses Gentleman's Agreement dass keiner am 31. August oder am 1. August noch sagt schau ich bin raus sondern dass ihr noch so ein bisschen Handlungsspielraum habt für Ersatz zu sorgen ja das ist das ist das Wunschszenario ich meine wir haben aber auch schon die verrücktesten Sachen gesehen aber das ist uns bisher nicht passiert und ich bin mir sehr sicher bei unseren Jungs dass die dass die das auch klar haben dass normalerweise ihre Transfers eher bis spätestens Anfang August erledigt sind damit wir dann auch noch Zeit haben nachzuarbeiten aber ganz ehrlich als am Ende Verkäuferclub kannst du das nicht immer aussuchen und wenn du weißt wie Engländer agieren halt auch nie ausschließen dass das auch zum späteren Zeitpunkt stattfindet wenn nur ein moralisches Angebot kommt dann muss man dann auch einfach irgendwann mal sagen okay was haben wir denn für eine wirtschaftliche Voraussetzung in dem Club was kann ich jetzt noch liefern und ich mache jetzt das Beste raus ganz einfach jetzt haben wir schon ganz viele Fragen eigentlich beantwortet die ich hier noch auf dem Sheet hatte das ist gut für dich du kommst also dem Ende dieser Sendung immer näher aber ich wollte noch von dir wissen auch inspiriert von dem Zitat das ich gelesen habe von dir das schicke ich vorweg du meintest mal meine Strategie ist es die Baustellen im Kader möglichst früh zu schließen innerhalb des vorgegebenen Budgets das haben wir ja gerade schon mal gestriffen jetzt wollte ich mal wissen welche Baustellen du denn für diesen Sommer ausgemacht hast und ob du optimistisch bist dass du diese auch schließen kannst sind es dann wirklich nur diese zwei Positionen ohne zu verkaufen ja also ohne zu verkaufen denke ich dass wir dass wir ja ganz grundsätzlich schon einen sehr schlagkräftigen Kader zusammen haben wenn wir eben unsere Hausaufgaben die wir in Analyse erarbeitet haben auch wirklich abarbeiten dazu gehört wieder sich weiterzuentwickeln wieder auf ein besseres Niveau zu kommen in Details aber eben auch athletisch anzupacken so wie wir das schon beschrieben haben und dann ist es sicherlich so dass wir mit Mark Oliver Kämpf trotzdem auch eine gewisse Qualität verloren haben und wir jetzt nur noch in Anführungsstrichen drei haben deswegen IV also klare gelernte IVs bitte Clinton ist Linksverteidiger macht LIV halblinks Sechser Pascal ist eigentlich gelernter Rechtsverteidiger früher mal sogar Sechser gewesen und in der Dreierkette auch in der Viererkette schon eher nicht IV deswegen müssen wir schon da auch gucken und das ist ganz grundsätzlich natürlich auch sind wir in ein bisschen in der Disbalance auf der rechten Seite wenn wir Viererkette spielen haben wir nur Pascal in Anführungsstrichen und ansonsten müssen wir schon auf Dinos oder auf Valdi zurückgreifen in der Regel das sind jetzt einfach die Themen die wir mal haben wo es eine gewisse Disbalance gibt keine schlimme also Themen die man schon erledigen kann zumal wir auch sehr häufig Dreierkette spielen deswegen ist das jetzt nicht so dass das völlig unter den Nägeln brennt und in allen anderen Bereichen sind wir gut aufgestellt da können wir reaktiv agieren nicht dass ich wollte aber das ist halt da wollte ich nämlich gerade nochmal nachschauen ich habe nämlich gestern auf Twitter mal die Umfrage erstellt in welchen Mannschaftsteilen hat der VfB Stuttgart den größten Handlungsbedarf da sagen unsere Follower es sind fast 1200 in dem Fall die abgestimmt haben sagen 51% von diesen 1200 Sturm wäre die größte Baustelle gehst du da mit nö weil du setzt also vorausgesetzt Sascha bleibt dann wäre für dich Kastanaras dann haben wir Kalajcic mal gesetzt als Neuner grundsätzlich haben wir wenn wir jetzt 4-2-3-1 spielten was wir nicht gemacht haben dann muss man zu vereinfachen eine Diskussion hast du mit Silas mit Führig Diago Thomas hast du richtig Waffen und weiterhin Herausforderer da bin ich ruhig das klingt gut und die zweite Baustelle machen sie aus im Mittelfeld also Abwehr sind die wenigsten im Problem also diese Umfrage ergibt praktisch dass drei Viertel unserer User oder was weiß ich wie man das nennen soll Follower der Meinung sind im Mittelfeld und im Sturm müsse der VfB handeln jetzt weißt du was zu tun ist um die Timeline zufriedenzustellen das ist ganz selbstbewusst gut dass ich Sport also Mittelfeld verstehe ich dich ganz ja ich glaube das Ding ist halt mit Karazua Endo Mangala haben wir schon extrem gute Kicker finde ich die Lücken die die meisten glaube ich ausmachen proaktiv oder reaktiv auf die bereits schon vorweggenommenen Verkäufe vielleicht auch und also viele rechnen natürlich so Spieler wie Orel Mangala oder auch Sascha nicht mehr mit ein das merkst du einfach wenn du solche Umfragen machst und ich glaube dass dann manche sich auch ein Stück weit von der letzten Saison ich sag mal blenden lassen weil sie die Verletzungen nicht mit ein kalkulieren das heißt also denke ich mal weil ich sehe es jetzt auch nicht so auch für jede Meinung natürlich ja offener wir diskutieren es ja auch aber ich finde halt wir haben gerade im zentralen Mittelfeld bis in die zwei Fünfer in die eigenen zwei Fünfer extreme Potenziale die wir heben können bin ich bei dir ich bin ja auch ein großer Verteidiger von Spielern wie Mio wie Ahamada wie Eckloff Ulrich De Benedetto also gut da sind wir schon ganz unten drin also keine Frage vielleicht noch ein halbes Jahr dass die Jungs vielleicht auch schon attackieren könnten also da müssen wir echt da können wir uns ein bisschen entspannen ja dann ist aber Sebastian außer ihr wollt wieder dass ich wieder geschlachtet werde dass ich nie mal die eigenen Jugendspieler integriere da haben wir auch noch eine Frage dabei aber nachher ist er Sebastian wieder sauer dass das so viele Wetten sind ich bin auch nicht mehr ganz kurz noch ganz kurz und wirklich nur aus Sicht des VfB Stuttgart und aus Sicht des Kaders alles andere wollen wir gar nicht ansprechen haben wir letzte Woche drüber gesprochen also das was man besprechen kann haben wir besprochen aber du hast es ja schon eingedeutet du planst jetzt nicht ihn zu ersetzen du rechnest praktisch mit ihm gehst damit um wie mit einem verletzten Spieler letzten Ende das habe ich richtig verstanden korrekt so habe ich es gesagt gestern und so sehe ich es auch also ich habe mich eigentlich geweigert die Frage zu beantworten weil das ja so eine halbe Vorverurteilung beinhaltet ich finde das extrem schwierig da hypothetisch darüber zu sprechen haben auf 6 alleinstehende 6 können spielen Wataru Endo wie auch Niko Nathai zum Beispiel Doppel 6 kann auf jeden Fall noch Amada spielen sogar Milo im sehr offensiven System Nathai sowieso das würden wir so kompensieren übrigens Niko Nathai ist mir bei den Daten aufgefallen sage ich jetzt dem Mann der mehr oder weniger für die Daten steht dass er brutal viele Kopfball Duelle gewinnt ja das Kopfball stark hat man auch nicht so richtig auf den Schirm eigentlich aber das fand ich herausragend die Werte ja ist gut so so dann habe ich auch noch mal was in Sachen Daten da freue ich mich schon das ist meine Abschlussfrage zuletzt hörte man vom Interesse an Josh Wagnermann du hast es schon angedeutet kannst du das bestätigen und wie ist der aktuelle Stand also das ist ja ich halte jetzt nicht viel davon das zu dementieren ich glaube es ist extrem weit auseinander und sehr unrealistisch zum jetzigen Zeitpunkt eine Frage aus Hamburg war übrigens warum der VfB mit Wagnermann verhandelt wenn man eh weiß dass man die Ablösesumme nicht bezahlen kann oder will weil es ja klar war was der HSV möchte sprich 6-7 Millionen das ist das was man so aus Hamburg hört ja ich glaube dass das relativ Usus ist dass man gerade mit Spielern die ja auch für die der HSV ja sich auch im Markt wünscht sich auch beschäftigt das denke ich hat Jonas nicht anders mit Königsdörfer gemacht bevor er ihn von Dynamo Dresden verpflichtet hat wenn er es schon getan hat Entschuldigung ist durch das ist glaube ich relativ normal und ist auch unter den Klubs überhaupt gar kein Problem die Ablösesumme kennt man immer erst dann wenn man in Verhandlungen tritt nicht vorher stellt ich möchte Parknummern verkaufen für die Summe und selbst dann würde ich in Verhandlungen treten und ja versuchen guten Preis für meinen Klub zu machen und am Ende des Tages ist es so dass Verhandlungen meines Erachtens immer eine Win-Win-Win-Situation sein müssen für den Spieler gehen wir davon aus dass das im vernünftigen Rahmen abzuhandeln wäre ist ja auch nicht final oder so ist ja auch bestätigen und dann versuchen die Klubs der Einigung zu finden und wenn die Referenzen die man findet zu weit auseinander liegen das sehen sie jetzt meines Erachtens haben wir schon darüber gesprochen auch gestern schon im Saisonauftakt vorgestern mittlerweile im Saisonauftakt ich merke schon nein alles gut dann ist das auch okay also das ist natürlich wenn der eine Ohne als Referenz hat nach Lille der andere sagt Sabantranze aus der zweiten in die erste Liga und guckt sich an was das so in Summe generiert und man nimmt jetzt mal Kirill als absoluten Unterschied Spieler der von Freiburg gerade für viereinhalb geholt wird dann kann man halt unterschiedlicher Meinung sein und Finde finde ich wenn man in der zweiten Liga so performt hat aber da müssen leider auch ehrlich sein also sowohl was die Ablöse angeht als auch das was natürlich gehaltlich möglich ist mittlerweile sieht man auch an Ginter zu Freiburg braucht der SC nicht das ja nicht sagen dass sie die Underdogs sind wenn sie gegen uns spielen ja vielleicht sind das ja bessere Voraussetzungen für uns weil das sehe ich inzwischen kann ja nur besser werden also ich glaube es waren vier Spiele vier Niederlagen wobei drei davon nur im Pokal haben wir zu Hause dann gewonnen sonst alles ja aber wenn wir ehrlich sind also die Spiele in dem Jahr wo wir Neunter geworden sind wissen sie auch nicht so richtig wie sie sie gewonnen haben ja man muss aber auch sagen das Rückrundenspiel das kotzt mich heute noch an dass TBD diesen Elfmeter nicht bekommen hat und ja ich möchte dich jetzt auch was das Thema Transferpolitik angeht erlösen letzte Frage zu diesem Thema ist aber Pelleckino Materazzo erhält einen Kader mit 24 Spielern für den idealen Kader von der Größe her kannst du ihm diesen Wunsch erfüllen also wenn das einer ist von ihm so habe ich das zumindest bei der Presse-Koopparet verstanden ich bin froh dass wir letztes Jahr nicht nur 24 hatten weil dann hätten wir Spiele gehabt wo wir vielleicht noch elf zusammenbekommen hätten mit siebt also eigentlich wenn wir ehrlich sind wir hatten auch mal 17 verletzte also dann hätten wir nur sieben gehabt ist für einen Bundesligisten relativ eng ist für einen Bundesligisten der proaktiv eigentlich zwei Jahre vorher schon Spieler im Kopf haben muss die in zwei Jahren vielleicht Leistungsträger ersetzen immer mindestens zwei Entwicklungsspieler zu klein ganz grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung dass das engere Kader in der heutigen Zeit Sinn ergeben also schon allein budgetärisch in Corona Zeiten also sind Rino und ich meistens plus minus eins sehr lokal das ist schon sehr konkret das gefällt mir ganz gut ganz kurz nur noch Thema NLZ wird immer wieder gerne diskutiert wir machen es wirklich jetzt nicht zu einem großen Themenkomplex du hast es vorhin schon selber angesprochen es gibt immer mal wieder den Vorwurf in deine Richtung oder es gab diese Vorwürfe dass gekaufte junge Spieler letzten Endes den eigenen Talenten so ein Stück weit den Weg zu den Profis versperren würden ich kann schon vorweg schicken ich sehe es anders du wirst es wahrscheinlich auch anders sehen kannst du vielleicht noch ganz kurz erklären wie die Pläne mit den talentierten Jahrgängen 03 bis 05 aussehen welche Pläne ihr da verfolgt ja jetzt nicht alle im Detail aber es ist natürlich ganz klar dass unsere Top-Talente die wir die wir ganz klar sehen also die zwei Fünfer waren ja jetzt sehr präsent durch die immer durchs Endspiel und da war natürlich auch erst recht durch die U17 Europameisterschaft weil wir die Hälfte der Startelf gestellt haben in der Regel von der deutschen Nationalmannschaft da weiß man einfach dass da ich habe ja auch schon zwei erwähnt gerade dass da richtig richtig gute Jungs rankommen ich meine wir haben jetzt Thomas Castanara ist in Lauren und Dennis Seim also Lauren Ulrich und Dennis Seim gerade im Training der Profis ist ja schon einiges aussagt über die Qualität Fakt ist aber auch die müssen ihre nächsten Schritte gehen also wir hatten auch mit einem Liekloff jemanden der Monster Qualität hat der sich nicht verstecken muss hinter den 0-5ern überhaupt nicht und der einfach durch Verletzungen zurückgeworfen ist das gleiche mit Jordan Meyer gehört auch immer das Quäntchen Glück dazu Jordan Meyer ist auch ein unfassbarer Spieler gewesen im Jugendbereich hat sehr viele Verletzungen jetzt erlitten muss man auch gucken wo das dann landet jetzt ist Saisonvorbereitung gespielt kann man ja auch nochmal erwähnen ja ja und jetzt auch auch noch mindestens vier bis sechs Wochen nur im Lauftraining auch schon wieder das sind einfach Themen die sind nicht komplett zu prognostizieren aber natürlich von uns ein maximaler Wunsch dass davon so viele wie möglich oben aufschlagen werden wir uns nicht gegen wehren und sollte auch irgendwann mal das NLZ also wir zusammen mit dem NLZ hinbekommen weil es natürlich auch schon im Verhältnis zu dem was wir investieren im NLZ also damit das irgendwann auch ein Return of Invest bringt muss es ja aber sonst machst du ja irgendwas verkehrt muss das dann schon auch irgendwann klappen aber es ist sehr sehr guter Dinge dass wir all diese Jungs die ich aufgezählt habe und noch zwei drei mehr gibt es ja noch ein paar in der Truppe alle bis 25 26 binden und dann sind die Voraussetzungen komplett geschaffen dass sie ihre Wege gehen aber dann müssen sie halt auch müssen sie dann halt auch irgendwann das Quäntchen Glück haben und zum richtigen Zeitpunkt performen wenn sie reingeschmissen werden du wirst es nicht glauben wir sind jetzt durch ich habe nur noch eine einzige Frage und das ist wirklich nur eine Frage die glaube ich sich kein also die stelle nur ich mir sonst keine Menschheit der Welt kennst du Christoph Kubica Christoph Kubica ja ich habe ihn also Kubica nach man sagt bestimmt was er spielt bei Gornik Saabschre zusammen mit Poldi ist dort auch der Sechs anzutreffen hat in 30 Spielen neun Tore geschossen drei Vorlagen ist 1,93 groß 22 Jahre alt ich bin übrigens 22 Jahre alt nur noch Vertrag bis 2023 ich bin nicht sein Berater aber ich halte diesen Spieler für fantastisch und wir dachten eigentlich den musst du kennen denn was haben wir gemacht wir haben die Daten von deinen Top Transfers beim VfB einfach bei Reichscout eingegeben also so die Durchschnittsdaten der vergangenen Saison haben dann das Budget noch so ein bisschen eingegrenzt und dann kam dieser Spieler dabei raus das kann nur daran liegen dass wir Sechser gerade nicht suchen du hast doch gesagt du suchst einen Defensiv Allrounder schau dir das an das habe ich bei Transfermarkt gesehen ist das nicht der Defensiv Allrounder den wir brauchen fantastischer Spieler du hast das Thema viel zu groß gemacht ich darf zu meiner Ehrerrettung sagen ich darf das gar nicht bestätigen weil dann weiß ja jeder was ich dem jage nein also ich habe ihn nicht auf dem Zettel um sich gestehen ist tatsächlich nicht die Positionierung die ich im Moment mir anschaue aber ich werde das nachholen mal gucken was du drauf hast heute nicht mehr nein heute nicht mehr der Tag ist noch lang lieber Sven es war mir eine Ehre dass du dir so viel Zeit genommen hast ich darf sagen das war kurzweilig trotzdem das freut mich sehr also ich hätte mich auch nicht gewundert wenn du irgendwann mal gesagt hättest du das reicht jetzt hier aber er hat sich wirklich sechs Stunden Zeit genommen sechs Stunden Zeit für unsere Fragen ich konnte nicht alle anbringen aber irgendwann wäre es auch unverschämt gewesen Respekt und Anerkennung dass das nicht alle waren das waren nicht alle aber darf ich dann auch mal sagen extrem angenehmes Gespräch lieben Dank hätte es keinen Spaß gemacht hätte ich hier nicht sechs Stunden gesessen finde das was ihr macht sehr sehr gut und hat im Gegenteil zu dem was ihr im Intro sagt durchaus einen sehr sehr guten journalistischen jetzt journalistischen Anspruch wer nach sechs Stunden noch gerade aussprechen kann einigermaßen da stimmt was nichts sag ich jetzt also wir sind komplett durch der Juli ist hinten eingepennt auch an den vielen Dank der hat hier eine Technik aufgefahren die sucht seinesgleichen Sven nochmal ich wünsche auch im eigenen Interesse deinem Projekt ganz viel Erfolg danke ich würde mich auch freuen wenn wir uns im kommenden Jahr vielleicht nochmal hier treffen können ich verspreche dir wir reden dann nicht mehr über die Zeit vor dem VfB das heißt es werden dann nur drei Stunden nächste Woche geht es weiter hier bei uns wieder mit einem spannenden Gast vielleicht sogar mit zwei wir verraten noch nicht wer es ist aber mindestens genauso hochkarätig also vielen Dank fürs Zuschauen danke Sven bis dann ciao danke ciao ciao